Die Bestimmung von Veronika Roth In unserem Haus gibt es nur einen einzigen Spiegel. Er befindet sich hinter einer Schiebetür im Flur des oberen Stockwerks. Ich sitze auf dem Stuhl. Meine Mutter steht mit der Schere hinter mir, meine Haare fallen als matter, blonder Kreis um mich herum auf den Boden. Als sie fertig ist, streicht sie meine Haare nach hinten und bindet sie zu einem Knoten. Ich bemerke, wie ruhig und konzentriert sie ist. Als sie gerade mal nicht hinsieht, wage ich einen verstohlenen Blick auf mein Spiegelbild. Ein schmales Gesicht, große, runde Augen und eine lange, dünne Nase. Ich sehe immer noch aus wie ein kleines Mädchen. Dabei bin ich irgendwann in den letzten Monaten 16 geworden. Die anderen Fraktionen feiern Geburtstage. Wir nicht. Das wäre selbstsüchtig. Fertig, sagt Mutter, als der Knoten sitzt. Unsere Blicke treffen sich im Spiegel. Zum Wegschauen ist es zu spät, aber statt mit mir zu schimpfen, lächelt sie mein Spiegelbild an. Heute ist also der große Tag. Ja. Bist du aufgeregt? Ich schaue mir selbst im Spiegel in die Augen. Heute findet der Eignungstest statt. Er wird Klarheit schaffen, zu welcher der fünf Fraktionen ich gehöre. Und morgen, bei der Zeremonie der Bestimmung, werde ich mich bewusst für eine dieser fünf Fraktionen entscheiden. Es wird eine Entscheidung fürs Leben sein. Ich werde wählen, ob ich bei meiner Familie bleibe oder ob ich sie für immer verlasse. Nein, der Test darf unsere Entscheidung schließlich nicht beeinflussen. Das stimmt, erwidert meine Mutter lächelnd. Und jetzt lass uns frühstücken. Sie küsst mich auf die Wange und zieht die Schiebetür vor den Spiegel. Wenn sie in einer anderen Welt lebte, wäre meine Mutter hübsch. Unter ihrer grauen Kleidung ist sie schlank, ihre Wangenknochen sind hoch und ihre Wimpern lang. Und wenn sie nachts ihr Haar offen trägt, fällt es lockig über die Schultern. Aber bei den Altruan, der Fraktion der Selbstlosen, die Entsagung geschworen hat, ist sie gezwungen, ihre Schönheit zu verstecken. Gemeinsam gehen wir in die Küche. An einem Morgen wie diesem, wenn meine Mutter das Frühstück zubereitet, mein Vater mir beim Zeitunglesen geistesabwesend übers Haar streicht, fühle ich mich ganz besonders schuldig, dass ich vorhabe, sie im Stich zu lassen. Im Bus stinkt es nach Abgasen. Ich halte mich an meinem Sitz fest. Trotzdem werde ich jedes Mal, wenn wir über unebenes Pflaster fahren, von einer Seite auf die andere geschleudert. Caleb, mein älterer Bruder, steht im Gang und klammert sich an die Haltestange an der Decke. Wir sehen uns überhaupt nicht ähnlich. Er hat das dunkle Haar und die Hakennase meines Vaters geerbt und die grünen Augen- und Wangengrübchen meiner Mutter. Wenn er kein Altruan wäre, würden ihn sämtliche Mädchen der Schule anhimmeln. Die Häuser rücken näher aneinander und die Straßen sind nicht mehr ganz so holprig, je mehr wir uns dem Stadtzentrum nähern. Das Gebäude, das früher Sears Tower hieß und das wir jetzt einfach Zentrale nennen, ragt als schwarzer Pfeiler am Horizont aus dem Dunst empor. Vor fünf Jahren haben freiwillige Bauarbeiter der Altruan einige Straßen neu geteert. Sie fingen in der Stadtmitte an und arbeiteten sich in die Außenbezirke vor, bis ihnen schließlich das Material ausging. Dort, wo ich wohne, sind die Wege immer noch rissig und geflickt. Der Bus hält vor der Schule. Vor dem Eingang steht eine hohe Metallskulptur, auf der die Ferox nach Schulschluss herumklettern, wobei sie sich gegenseitig anstacheln, noch ein Stück höher zu steigen. Im letzten Jahr war ich dabei, wie ein Mädchen abgestürzt ist und sich das Bein gebrochen hat. Ich war diejenige, die sofort losgelaufen ist, um eine Sanitäterin zu holen. Heute ist also der Eignungstest, sage ich laut. Caleb ist nur ein knappes Jahr älter als ich, deshalb sind wir im selben Jahrgang. Er nickt, während wir durch die Eingangstür gehen. Ich frage mich schon seit Wochen nervös, zu welcher Fraktion ich am besten passen werde. Zu den Altruan, den Kandor, den Ken, den Amite oder den Ferox. Die Flure sind voller Menschen, aber das Licht, das durch die Fenster fällt, erzeugt den Eindruck von Weite und Raum. Ein Mädchen mit langen Lockenhaaren, das neben mir steht, ruft laut »Hey« und winkt einem Freund zu, der in einiger Entfernung steht. Irgendjemandes Jackenärmel streift meine Wange. Dann schubst mich ein Junge, er trägt den blauen Pullover der Ken. Ich verliere das Gleichgewicht und falle der Länge nach hin. »Aus dem Weg, Stiff«, schnauzt er mich an und läuft weiter. Mit rotem Gesicht stehe ich auf und klopfe mir den Staub von den Kleidern. Einige Schüler sind stehen geblieben, aber geholfen hat mir keiner. Sie glotzen mir bis zum Ende des Gangs nach. Seit Monaten passiert das den Mitgliedern meiner Fraktion. Genauer gesagt, seit die Ken fiese Gerüchte über die Altruan verbreiten. Nach dem Mittagessen beginnen die Tests. Wir sitzen an langen Tischen in der Cafeteria und die Prüfer rufen nacheinander zehn Namen auf. Einen Namen für jedes Prüfungszimmer. Ich sitze neben Caleb. Mir gegenüber ist Susan, unsere Nachbarin. Die meisten Prüfer sind Freiwillige der Altruan, aber in einem Prüfungszimmer sitzt ein Ken und in einem anderen ein Ferox, um die Kandidaten unserer Fraktion zu testen. Die Regeln verbieten es, von seinesgleichen geprüft zu werden. Die Regeln verbieten es auch, sich auf den Test vorzubereiten, weshalb ich nicht genau weiß, was mich erwartet. Mein Blick wandert von Susan zu den Tischen, an denen die Ferox sitzen. Sie lachen, unterhalten sich laut und spielen Karten. An einer anderen Tischgruppe sitzen die Ken und sprechen über Bücher und Zeitungen, wie immer unersättlich in ihrem Wissensdurst. Gelb und rot gekleidete Amite-Mädchen sitzen auf dem Fußboden der Cafeteria, spielen ein Klatschspiel und sagen dazu Reime auf. Am Tisch neben ihnen gestikulieren einige Kandor. Sie scheinen lebhaft über etwas zu streiten, aber es ist wohl nichts Ernstes, denn sie lächeln dabei. Nur wir Altruan sitzen da und warten still. Das Bestreben unserer Fraktion ist es, Müßiggang und Eigensucht auszumerzen. Als die nächste Gruppe aufgerufen wird, ist auch Caleb dabei. Er geht zum Ausgang. Ich muss ihm weder Glück wünschen, noch muss ich ihm versichern, dass er nicht aufgeregt sein soll. Er weiß genau, wohin er gehört. In einer meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist Caleb gerade mal vier Jahre alt. Damals schimpfte er mit mir, weil ich auf dem Spielplatz mein Hüpfseil nicht einem kleinen Mädchen geben wollte, das nichts zum Spielen hatte. Seinen missbilligenden Blick von damals habe ich bis heute nicht vergessen. Mein Magen rebelliert. Ich kneife die Augen zu und öffne sie nicht mehr, bis Caleb zehn Minuten später wiederkommt und sich hinsetzt. Mein Bruder ist kalkweiß im Gesicht. Seine Finger zittern. Ich mache den Mund auf, will etwas fragen, bringe aber kein Wort heraus. Ich darf ihn nicht nach dem Ergebnis fragen, und er darf es mir nicht sagen. Die nächsten Namen werden aufgerufen. Zwei Ferox, zwei Ken, zwei Amite und dann von den Altuan, Susan Black und Beatrice Pryor. Ich stehe auf, folge Susan zum Ausgang. Hinter der Cafeteria reihen sich zehn Räume aneinander. Ich war noch in keinem von ihnen. Sie werden nur für die Eignungstests genutzt. Susan lächelt nervös und betritt Raum fünf. Ich gehe in die Nummer sechs, wo bereits eine Ferox auf mich wartet. Sie hat schräg stehende, dunkle Augen und trägt einen schwarzen Männerblazer und Jeans. Als sie sich umdreht und die Tür schließt, fällt mir das Tattoo auf ihrem Nacken auf. Es ist ein schwarz-weißer Falke mit rotem Auge. Von der Zimmerdecke strahlt helles Licht, und in der Mitte des Raums steht ein Liegesessel wie bei einem Zahnarzt. Daneben befindet sich ein Apparat. Es sieht aus wie ein Ort, an dem sich schreckliche Dinge ereignen können. Keine Sorge, sagt die Frau. Es tut nicht weh. Setz dich und mach es dir bequem. Ich heiße Tori. Unbeholfen setze ich mich auf den Stuhl und lehne mich zurück. Mein Kopf sinkt in die Kopfstütze. Das Licht blendet mich. Tori macht sich an dem Apparat rechts neben mir zu schaffen. Ich versuche, mich auf sie zu konzentrieren und die Drähte und Kabel zu ignorieren. Sie klebt mir eine Elektrode an die Stirn. Dann klebt sie eine Elektrode an die eigene Stirn und verbindet sie mit einem Kabel. Sie stellt sich hinter mich. Ich klammere mich so fest an die Armlehnen, dass meine Knöchel weiß anlaufen. Sie nimmt mehrere Kabel, befestigt sie zuerst an mir, dann an sich selbst und an dem Apparat. Dann reicht sie mir ein Fläschchen mit einer klaren Flüssigkeit. Trink. Was ist das? Und was passiert dann? Das darf ich dir nicht sagen. Vertrau mir einfach. Ich atme tief aus, dann kippe ich den Inhalt des Fläschchens in meinen Mund. Sofort fallen mir die Augen zu. Als ich die Augen wieder aufschlage, ist nur ein Moment vergangen, aber ich bin an einem anderen Ort. Ich stehe wieder in der Schulcafeteria. Ich bin allein. Die vielen langen Tische sind leer. Durch die Glaswände sehe ich, dass es schneit. Vor mir auf dem Tisch stehen zwei Körbe. In dem einen liegt ein Stück Käse, in dem anderen ein Messer, so lang wie mein Unterarm. Eine Frauenstimme hinter mir fordert mich auf. Wähle. Warum? Wähle. Wiederholt sie. Ich blicke über meine Schulter, aber da ist niemand. Wozu ist das gut? Wähle! Als sie mich anbrüllt, verschwindet schlagartig die Angst. Stattdessen gewinnt meine Sturheit die Oberhand. Störrisch verschränke ich die Arme vor der Brust. Wie du willst. Plötzlich sind die Körbe verschwunden. Ich höre eine Tür in den Angeln quietschen und drehe mich zur Seite, um zu sehen, wer gekommen ist. Es ist kein Wer, sondern ein Was. Ein paar Schritte von mir entfernt steht ein Hund mit einer spitzen Schnauze. Geduckt kommt er auf mich zu und fletscht die weißen Zähne. Er stößt ein tiefes, bedrohliches Knurren aus, und da wird mir klar, wozu der Käse gut gewesen wäre. Oder das Messer. Aber jetzt ist es zu spät. Ich überlege, ob ich weglaufen soll. Zwecklos. Der Hund ist garantiert schneller als ich. Das Tier niederzuringen, brauche ich erst gar nicht zu versuchen. Mein Kopf dröhnt. Ich muss eine Entscheidung treffen. Wenn ich über einen Tisch springe und ihn dann wie ein Schild vor mich halte... Nein, ich bin zu klein, um über die Tische zu springen, und ich bin auch nicht stark genug, um einen davon umzuwerfen. Der Hund knurrt, und ich spüre, wie mein Kopf davon vibriert. In meinem Biologiebuch steht, dass Hunde Angst riechen können, weil die menschlichen Drüsen unter Stress den gleichen Stoff absondern wie Beutetiere. Und wenn Hunde Angst riechen, greifen sie an. Der Hund kommt langsam näher. Seine Krallen scharren auf dem Fußboden. Ich kann weder weglaufen noch kämpfen. Ich rieche den stinkenden Atem des Hundes und versuche nicht daran zu denken, was er wohl gerade gefressen haben mag. Was weiß ich sonst noch über Hunde? Man sollte ihnen nicht in die Augen schauen, das verstehen sie als Akt der Feindseligkeit. Der Hund kommt knurrend näher. Wenn es ein feindseliges Verhalten ist, ihm in die Augen zu schauen, was ist dann ein Zeichen der Unterwerfung? Mein Atem geht keuchend, aber gleichmäßig. Es graut mir davor, mich vor dem Hund auf den Boden zu legen, aber es ist das einzig Vernünftige. Also strecke ich mich lang aus und stütze mich auf die Ellenbogen. Der Hund kommt näher. Ich spüre seinen warmen Atem in meinem Gesicht. Meine Arme fangen an zu zittern. Er bellt in mein Ohr und ich beiße die Zähne zusammen, damit ich nicht losschreie. Etwas Raues, Nasses berührt meine Wange. Der Hund hat zu knurren aufgehört und als ich den Kopf hebe und ihn anblicke, hechelt er. Er hat mir übers Gesicht geleckt. Verblüfft richte ich mich auf und kauere mich auf die Fersen. Der Hund stellt seine Vorderpfoten auf meine Knie und schlabbert an meinem Kinn. Langsam stehe ich wieder auf, um den Hund nicht zu erschrecken, aber das Tier scheint wie verwandelt. Ich bin froh, dass ich das Messer nicht genommen habe. Ich muss blinzeln und als ich die Augen wieder öffne, steht ein weiß gekleidetes kleines Mädchen vor mir. Es breitet die Arme aus und ruft, Hündchen! Das Kind läuft auf den Hund zu. Ich will die Kleine warnen, aber es ist schon zu spät. Der Hund macht einen Satz und dreht sich um. Er knurrt nicht mehr, sondern bellt und fletscht die Zähne und schnappt. Seine Muskeln sind bis zum Äußersten gespannt. Gleich wird er losspringen. Ohne lange nachzudenken, werfe ich mich auf den Hund und klammere mich an seinen Hals. Ich schlage mit dem Kopf auf den Boden auf. Der Hund ist verschwunden, ebenso das kleine Mädchen. Ich bin in einem Autobus und alle Plätze sind besetzt. Ich stehe im Mittelgang und halte mich an einer Stange fest. Neben mir sitzt ein Mann mit einer Zeitung. Seine Hände sind vernarbt. Es scheinen Brandwunden zu sein. Und er umklammert das Papier, als würde er es am liebsten zerknüllen. Kennst du diesen Kerl? fragt er mich plötzlich. Er tippt auf das Bild auf dem Titelblatt. Die Schlagzeile lautet »Brutaler Mörder endlich gefasst«. Ich starre auf das Wort »Mörder«. »Es ist schon sehr lange her, seit ich dieses Wort irgendwo gelesen habe. Und allein vom Hinschauen gruselt es mich. Das Bild unter der Überschrift zeigt einen jungen Mann mit Bart und unauffälligen Gesichtszügen. Mir kommt es vor, als würde ich ihn kennen. Ich weiß nur nicht woher. Aber irgendwie bin ich mir sicher, dass es keine gute Idee wäre, dies dem Mann mitzuteilen. Also, kennst du ihn?« Keine gute Idee. Nein, ganz und gar keine gute Idee. Mein Herz schlägt bis zum Hals. Ich klammere mich an der Stange fest, damit meine zitternden Hände mich nicht verraten. Wenn ich dem Fremden sage, dass ich den Mann aus der Zeitung kenne, wird mir etwas Entsetzliches zustoßen, das weiß ich. Ich muss ihn davon überzeugen, dass ich den Kerl nicht kenne. Ich könnte mich räuspern und mit den Schultern zucken. Aber das wäre so gut wie gelogen. Ich räuspere mich. Kennst du ihn? Wiederholt der Fremde. Ich zucke mit den Schultern und gebe keine Antwort. Ja oder nein. Ich kriege eine Gänsehaut. Dabei ist meine Angst völlig unbegründet. Das hier ist nur ein Test, keine Wirklichkeit. Keine Ahnung. Woher soll ich wissen, wer das ist? Der Fremde steht auf. Er trägt eine dunkle Sonnenbrille. Sein Mund ist verzerrt. Und seine Wangen sind genauso schlimm vernarbt wie seine Hände. Er beugt sich zu mir. Sein Atem riecht nach Zigarettenrauch. Es ist nur ein Test, rufe ich mir ins Gedächtnis. Nur ein Test. Du lügst. Du lügst. Tue ich nicht. Deine Augen verraten dich. Ich straffe meinen Körper. Tun sie nicht. Wenn du ihn kennst, dann könntest du mich retten. Du könntest mich retten. Ich knall für die Augen zusammen. Tja, ich kenne ihn aber nicht. Ich wache auf. Meine Hände sind feucht und ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich liege auf dem Stuhl in dem Zimmer mit den Spiegeln. Als ich mich zur Seite drehe, sehe ich Tori hinter mir. Mit zusammengepressten Lippen entfernt sie die Elektroden von meinem Kopf. Das war wirklich erstaunlich, sagt sie schließlich. Entschuldige mich einen Moment, ich bin gleich wieder da. Erstaunlich? Ich ziehe die Knie hoch und presse mein Gesicht dagegen. Je mehr Zeit verstreicht, desto unruhiger werde ich. Wenn sie mir nun sagt, dass ich für keine der Fraktionen in Frage komme, dann muss ich auf der Straße leben, bei den Fraktionslosen. Das schaffe ich nicht. Fraktionslos zu sein bedeutet nicht nur, ein Leben in Armut und Elend zu führen. Es bedeutet auch ein Leben abseits der Gesellschaft. Endlich öffnet sich die Tür und Tori kommt zurück. Nervös umklammere ich die Stuhllehnen. Es tut mir leid, falls dich das, was ich dir jetzt sage, erschreckt, fängt sie an. Sie ist blass und wirkt angespannt. Beatrice, deine Ergebnisse waren nicht eindeutig. Normalerweise kann man bei jeder Testphase eine oder mehrere Fraktionen ausschließen, aber bei dir war das lediglich bei zwei in der Fall. Nur zwei? Meine Kehle ist so eng, dass ich kaum sprechen kann. Einerseits hast du dich lieber auf den Hund geworfen, als mit anzusehen, wie er das kleine Mädchen attackiert, was typisch ist für eine Altruan. Andererseits hast du dich standhaft geweigert, dem Mann im Bus die Wahrheit zu sagen, selbst als er dir erklärt hat, dass die Wahrheit ihn retten könnte. Sie seufzt. Dass du nicht vor dem Hund davongelaufen bist, deutet auf Ferox hin. Aber auch das Messer ist ein Zeichen der Ferox und das wolltest du partout nicht nehmen. Sie räuspert sich, dann fährt sie fort. Dein kluges Verhalten dem Hund gegenüber zeigt eine Neigung zu kennen. Ich weiß nicht, wie ich deine Weigerung, dich zu entscheiden, im ersten Prüfungsabschnitt bewerten soll, aber... Moment mal, heißt das, es ist unklar, für welche Fraktion ich mich eigne? Ja und nein. Ich schließe daraus, dass du gleichermaßen für Altruan, Ferox und Ken infrage kommst. Leute mit einem solchen Ergebnis nennt man... Man nennt sie... Unbestimmte. Tori spricht das letzte Wort so leise aus, dass ich es fast nicht höre. Und da ist auch wieder dieser angespannte, besorgte Gesichtsausdruck. Sie geht um den Stuhl herum und beugt sich ganz dicht zu mir. Beatrice, wispert sie. Du darfst niemals mit jemandem darüber sprechen. Niemals, egal was passiert. Eine Unbestimmte zu sein ist äußerst gefährlich. Verstehst du? Ich verstehe nichts. Was bitte ist an Testergebnissen gefährlich, die nicht ganz eindeutig sind? Aber ich nicke trotzdem. Okay. Ich lasse die Armlehnen los und stehe auf. Meine Beine fühlen sich wackelig an. Ich werde deine Testergebnisse manuell in das System eingeben und dich offiziell als Altruan deklarieren. Ich schlage vor, du gehst jetzt nach Hause. Du musst jetzt viel nachdenken und da tut es dir sicher nicht gut, noch länger zusammen mit den anderen zu warten. Ich muss meinem Bruder Bescheid sagen. Keine Sorge, das übernehme ich. Ratlos reibe ich mir die Stirn. Beim Hinausgehen starre ich stur vor mich hin. Ich ertrage es nicht, Tori in die Augen zu sehen. Ich ertrage es nicht, an die Zeremonie der Bestimmung zu denken, die schon morgen stattfinden wird. Jetzt muss ich ganz allein entscheiden, ganz unabhängig von dem, was der Test besagt. Altruan. Ferox. Ken. Eine Unbestimmte. Ich beschließe nicht, mit dem Bus zu fahren. Wenn ich früher als sonst nach Hause komme, merkt es mein Vater, wenn er am Abend das Hausprotokoll liest, und dann wird er eine Erklärung von mir verlangen. Also gehe ich lieber zu Fuß. Ich muss Caleb abpassen, ehe er unseren Eltern etwas erzählt. Zum Glück ist Caleb verschwiegen. Wenn ich von außen das Leben der Altruan betrachte, finde ich es wunderschön. Wenn ich sehe, welche Harmonie in meiner Familie herrscht. Wenn ich sehe, wie alle, die woanders zum Essen eingeladen sind, ungefragt beim Geschirrspülen helfen. Wenn ich sehe, wie Caleb Fremden hilft, ihre Einkäufe zu tragen. Ich könnte mich immer wieder neu in dieses Leben verlieben. Doch wenn ich mich selbst so verhalten soll, gelingt es mir nicht. Ich fühle mich nie so, als käme mein Verhalten von ganzem Herzen. Aber wenn ich eine andere Fraktion wähle, dann muss ich meine Familie verlassen. Und zwar für immer. Das Stadtviertel der Altruan grenzt an das Gebiet mit Bauruinen und verfallenen Gehsteigen, durch das ich nun laufe. Hier wohnen alle, die zu keiner Fraktion gehören. Weil sie die Initiation bei der von ihnen gewählten Fraktion nicht bestanden haben, leben sie in Armut und verrichten die Arbeiten, die niemand sonst verrichten will. Sie sind Hausmeister, Bauarbeiter und Müllmänner. Sie schuften, fahren Züge, lenken Busse. Ihre Arbeit wird mit Kleidung und Essen entlohnt. Und trotzdem haben sie von beidem zu wenig, behauptet meine Mutter. An einer Ecke steht einer dieser bedauernswerten Fraktionslosen. Entschuldige, spricht er mich an. Hast du etwas Essbares für mich? Ähm, ja, murmele ich und greife in meine Tasche. Ich gebe dem Mann einen kleinen Beutel mit getrockneten Apfelschnitzen. Er greift danach. Aber statt den Beutel zu nehmen, umklammert er mein Handgelenk. Er lächelt mich an. Zwischen seinen Schneidezähnen klafft eine Lücke. Ich will meine Hand wegziehen, aber er hält mich nur umso fester. Du bist ein bisschen zu jung, um ganz allein durch die Gegend zu streifen, Kleine, sagt er. Ich höre auf zu ziehen und stelle mich kerzengerade hin. Ich bin älter, als ich aussehe, erkläre ich. Ich bin sechzehn. Dann ist heute ein besonderer Tag für dich, was? Der Tag, bevor du dich entscheidest. Lassen Sie mich los, sage ich. Ich stelle mir vor, wie ich ihm mit dem Ellbogen einen Stoß versetze. Ich bin bereit zu handeln. Doch da lässt er meine Hand los, nimmt die Äpfel und sagt, Wähle klug, kleines Mädchen. Ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass ich fünf Minuten früher als üblich in unsere Straße einbiege. Die Häuser in unserer Straße sehen alle gleich aus. Sie sind aus grauem Zement und haben nur wenige Fenster. Sie sind schlicht, praktisch, unaufdringlich. Manchen mag das Trist vorkommen, aber auf mich wirkt diese Einfachheit beruhigend. Zu Hause setze ich mich auf die Vordertreppe und warte auf Caleb. Es dauert nicht lange. Nach kaum einer Minute sehe ich grau gekleidete Gestalten die Straße entlang kommen. Beatrice, ruft Caleb. Was ist passiert? Ist alles in Ordnung mit dir? Mir geht's gut. Mir ist nach dem Test schlecht geworden. Lag sicher an der Flüssigkeit, die wir trinken mussten. Aber jetzt geht's mir schon besser. Ich versuche überzeugend zu lächeln. Aber Caleb sieht mich aus zusammengekniffenen Augen an, so wie er es immer tut, wenn er jemanden in Verdacht hat, dass er nicht die Wahrheit sagt. Sagst du mir jetzt die Wahrheit? fragt er leise. Die Wahrheit ist, dass ich nicht darüber sprechen darf. Und was ist mit dir? sage ich mit schmalen Augen. Wie ist dein Test ausgegangen? Wir blicken uns an. Erzähl bitte nicht den Eltern, was passiert ist, okay? Caleb sieht mich forschend an. Dann nickt er. Caleb hat an diesem Morgen das Frühstück zubereitet. Mutter hat das Pausenbrot für uns gemacht. Und gestern Abend hat Vater das Abendessen gerichtet. Deshalb bin ich jetzt an der Reihe. Ich hole Tiefluft, gehe in die Küche und fange mit dem Kochen an. Kurze Zeit später kommt Caleb zu mir. Bei so viel Hilfsbereitschaft muss ich die Zähne zusammenbeißen. Wortlos machen wir uns an die Arbeit. Ich stelle die Erbsen auf die Herdplatte und er taut vier Hähnchenstücke auf. Meistens essen mir Tiefgekühltes oder Konserven, denn die Bauernhöfe sind sehr weit weg. Als meine Eltern nach Hause kommen, ist das Essen fertig und der Tisch gedeckt. Mein Vater lässt seine Tasche an der Tür fallen und drückt mir einen Kuss auf die Stirn. Wie war der Test? Ich schütte die Erbsen in eine Schüssel. Gut. Ich bin kein Kandor, so viel steht fest. Lügen gehen mir viel zu leicht über die Lippen. Ich habe gehört, dass es wegen eines Tests Aufregung gab, sagt meine Mutter. Wie mein Vater arbeitet auch sie für die Regierung. Sie ist für die Stadterneuerungsprojekte zuständig, hat aber auch die Freiwilligen für die Eignungstests angeworben. Ach ja? fragt mein Vater überrascht, denn so etwas kommt äußerst selten vor. Ich weiß nicht viel darüber, aber meine Freundin Erin hat mir erzählt, dass bei einem der Tests etwas schiefgegangen ist, deshalb musste das Ergebnis mündlich übermittelt werden. Anscheinend ist dem Kandidaten schlecht geworden und man hat ihn vorzeitig nach Hause geschickt. Achselzuckend fügt meine Mutter hinzu, ich hoffe, es geht den Betreffenden wieder gut. Habt ihr beiden davon gehört? Nein, beantwortet Caleb lächelnd Muttersfrage. Mein Bruder eignet sich ebenfalls nicht für Kandor. Wir setzen uns. Mein Vater reicht meiner Mutter und meinem Bruder die Hand, sie wiederum geben ihm und mir die Hände, dann dankt mein Vater Gott für die Speisen, für die Arbeit, für unsere Freunde und unsere Familie. Nicht alle Altruan sind religiös, aber mein Vater mahnt uns, wir sollten diese Unterschiede nicht beachten, sie würden uns nur voneinander trennen. Ob und was ich glauben soll, weiß ich nicht. So, sagt meine Mutter zu meinem Vater, jetzt erzähl es mir. Sag mir, was dich beunruhigt. Ich starre auf meinen Teller. Das untrügliche Gespür meiner Mutter überrascht mich oft, aber diesmal versetzt es mir einen Stich. Ich habe mich so sehr mit mir selbst beschäftigt, dass ich die gefurchte Stirn meines Vaters und seine niedergeschlagene Haltung gar nicht bemerkt habe. Ich hatte einen harten Tag. Nun ja, eigentlich war es Markus, der einen harten Tag hatte. Markus arbeitet mit meinem Vater zusammen. Sie gehören beide zu den politischen Anführern. Die Stadt wird von einem Rat regiert, der aus fünfzig Leuten besteht. Es sind ausschließlich Altruan, denn unsere Fraktion gilt als unbestechlich. Die Ratsvorsteher werden aufgrund ihres unbescholtenen Charakters, ihrer sittlichen Standhaftigkeit und ihrer Führungsstärke ausgewählt. Zu Themen, die sie betreffen, können sich in den politischen Versammlungen natürlich auch Mitglieder anderer Fraktionen zu Wort melden, aber die letzte Entscheidung trifft stets der Rat. Beschlüsse werden in der Regel einvernehmlich und gleichberechtigt gefällt. So ist es seit dem großen Frieden, in dessen Folge sich die Fraktionen gebildet haben. Meiner Ansicht nach funktioniert dieses System nur deshalb so gut, weil wir Angst vor dem haben, was uns drohen würde, wenn es dieses System nicht gäbe, nämlich Krieg. Geht es um den Bericht, den Janine Matthews verfasst hat? fragt meine Mutter. Janine Matthews ist in den Versammlungen die einzige Vertreterin der Ken. Sie wurde wegen ihres besonders hohen Intelligenzquotienten ausgewählt. Ja, erwidert mein Vater. Seine Augen werden schmal. Diese herrische Selbstgerechte! Er hält inne und räuspert sich. Tut mir leid, aber sie hat doch tatsächlich einen Bericht geschrieben, in dem sie Marcus persönlich angreift. In dem Bericht steht, dass seine Gewalttätigkeit und Grausamkeit der Grund dafür gewesen seien, dass sein Sohn zu den Ferox gewechselt ist, statt bei den Altruan zu bleiben. Vor zwei Jahren hat Marcus' Sohn Tobias uns verlassen und sich den Ferox angeschlossen. Ich bin diesem Tobias nie begegnet. Er hat nur selten an Gemeinschaftsveranstaltungen teilgenommen, und wenn Marcus zu uns zum Essen kam, war er auch nie dabei. Marcus? Grausam? Wiederholt meine Mutter kopfschüttelnd. Der arme Mann. Muss man ihn auch noch ständig an seinen schlimmen Verlust erinnern? Eigentlich ist das keine große Überraschung. Schon seit Monaten bereiten uns die Ken mit ihren Berichten nichts als Ärger. Und da kommt noch mehr, das kann ich euch versichern. Wenn man wie die Ken Wissen über alles stellt, dann endet es unweigerlich in einer Gier nach Macht. Und das führt die Menschen in dunkle Abgründe. Wir sollten dankbar sein, dass wir es besser wissen. Nach dem Essen spülen meine Eltern das Geschirr. Sie lassen sich dabei nicht einmal von Caleb helfen, denn wir sollen uns heute Abend mit uns selbst beschäftigen und noch einmal über unsere Testergebnisse nachdenken. Caleb und ich steigen die Treppe hinauf. Bevor jeder in sein eigenes Schlafzimmer geht, legt er mir die Hand auf die Schulter und hält mich zurück. Beatrice, wir sollten an unsere Familie denken. Er klingt angespannt, aber... Aber wir müssen auch an uns denken. Verwundert sehe ich ihn an. Ich habe noch nie erlebt, dass er an sich gedacht hat. Habe noch nie gehört, dass ihm etwas anderes wichtiger wäre als Selbstlosigkeit. Seine Bemerkung verblüfft mich dermaßen, dass ich nur das erwidere, was man von mir erwartet. Die Testergebnisse sollen uns nicht in unserer Entscheidung beeinflussen. Caleb lächelt matt. Tatsächlich nicht? Er drückt meine Schulter und geht in sein Zimmer. Durch den Türspalt sehe ich sein ungemachtes Bett und einen Stapel Bücher auf seinem Schreibtisch. Ich wünschte, ich könnte ihm sagen, dass wir das Gleiche durchmachen. Ich wünschte, ich könnte mit ihm sprechen, wie ich will und nicht, wie ich soll. Aber der Gedanke, ihm mein Gefühl der Hilflosigkeit zu offenbaren, ist fast unerträglich. Deshalb wende ich mich ab und gehe in mein Zimmer. Der Raum, in dem die Zeremonie der Bestimmung stattfindet, ist in konzentrische Kreise aufgeteilt. An den Wänden stehen die 16-Jährigen. Noch sind wir keine offiziellen Mitglieder einer Fraktion. Unsere heutige Entscheidung macht uns zu Initianten. Und erst wenn wir die Initiation abgeschlossen haben, gelten wir als vollwertige Mitglieder. Nach unseren Nachnamen geordnet, die wir heute vielleicht zum letzten Mal tragen, stellen wir uns in alphabetischer Reihenfolge auf. Im Kais vor uns stehen die Stuhlreihen für die Familienangehörigen. Sie sind in fünf Abschnitte unterteilt, ein Abschnitt für jede Fraktion. Nicht alle Mitglieder einer Fraktion nehmen an der Zeremonie teil, aber es sind so viele, dass der Saal voll ist. Jedes Jahr ist eine andere Fraktion für die Zeremonie verantwortlich. In diesem Jahr sind es die Altuan. Markus wird die Eröffnungsrede halten und die Namen in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge vorlesen. Caleb ist also vor mir dran. Im innersten Kreis stehen fünf Metallschalen. Sie sind so groß, dass ich ganz hineinpassen würde, wenn ich mich zusammenrollte. In jeder befindet sich eine Substanz, die typisch für die jeweilige Fraktion ist. Graue Steine für Altuan, Wasser für Ken, Erde für Amite, brennende Kohlen für Ferox und Glas für Kandor. Wenn Markus meinen Namen aufruft, werde ich wortlos in die Mitte der drei Kreise gehen. Er wird mir ein Messer geben. Damit werde ich mir in die Hand schneiden und mein Blut in die Schale der Fraktion tropfen lassen, für die ich mich entscheide. Bevor meine Eltern ihren Platz einnehmen, bleiben sie vor Caleb und mir stehen. Mein Vater küsst mich auf die Stirn und klopft Caleb grinsend auf die Schulter. Er hat nicht die Spur eines Zweifels. Meine Mutter umarmt mich und das bisschen Entschlossenheit, das ich mir bewahren konnte, schwindet dahin. Ich beiße die Zähne zusammen und starre an die Decke, wo Kugellampen ein blaues Licht ausstrahlen. Meine Mutter umarmt mich ungewöhnlich lang. Sie hält mich selbst dann noch fest, als ich meine Hände sinken lasse. Ehe sie mich freigibt, flüstert sie mir ins Ohr, ich liebe dich, egal was passiert. Verwirrt sehe ich zu, wie sie weggeht. Sie ahnt, was ich vorhabe, sonst hätte sie das nicht gesagt. Caleb nimmt meine Hand und drückt sie so fest, dass es wehtut, aber ich wehre mich nicht dagegen. Langsam kehrt Ruhe in den Saal ein. Marcus steht auf einem Podium, das zwischen den Ken und den Ferox aufgebaut ist und räuspert sich ins Mikrofon. Willkommen. Willkommen zur Zeremonie der Bestimmung. Willkommen zu dem Ereignis, mit dem wir die demokratischen Grundsätze unserer Vorfahren ehren, die uns lehren, dass jeder Mensch das Recht hat, für sich selbst den Weg zu wählen, den er beschreiten will. Unsere Schutzbefohlenen sind jetzt 16 Jahre alt, sie stehen an der Schwelle zum Erwachsensein, und nun liegt es an ihnen, zu entscheiden, wie sie weiterleben wollen. Marcus spricht feierlich und betont jedes einzelne Wort. Vor vielen Jahrzehnten haben unsere Vorfahren realisiert, dass nicht politische Lehren, religiöse Überzeugungen, Rasse oder Nationalitäten für die Kriege in der Welt verantwortlich sind. Sie erkannten, dass den Menschen vielmehr etwas Grundsätzliches fehlt, der Widerstand gegen das Böse, in welcher Gestalt auch immer es auftreten mag. Deshalb teilten sie sich in Fraktionen auf, die danach strebten, jenen Makel, den sie für die Wirren der Welt verantwortlich machten, auszulöschen. Meine Augen wandern zu den fünf Metallschalen. Woran glaube ich? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Diejenigen, die der Aggression die Schuld gaben, gründeten Amite, die Fraktion der Freundschaft und Friedfertigkeit. Jene, die die Unwissenheit dafür verantwortlich machten, gründeten Ken, die Fraktion der Gelehrten. Ken auszuschließen, ist das Einzige, was mir leicht fällt. Diejenigen, die der Doppelzüngigkeit die Schuld gaben, schufen Kandor, die Fraktion der Freimütigen. Kandor habe ich noch nie gemocht. Diejenigen, die den Egoismus dafür verantwortlich machten, schufen Altruan, die Fraktion der Selbstlosen. Auch ich mache den Egoismus dafür verantwortlich. Ja, das tue ich wirklich. Und jene, die der Feigheit die Schuld gaben, wurden Ferox, die Furchtlosen. Aber ich bin nicht selbstlos genug. Sechzehn Jahre lang habe ich es versucht. Aber es reicht nicht. Meine Beine werden weich. Alles Leben entweicht aus ihnen. Ich frage mich, wie ich einen Fuß vor den anderen setzen soll, wenn ich aufgerufen werde. Diese fünf Fraktionen arbeiten nun schon seit vielen Jahren zusammen. Sie leben in Frieden miteinander. Und alle tragen etwas zu unserer Gesellschaft bei. Altruan stellt die uneigennützigen Führer unserer Regierung. Kandor, die vertrauenswürdigen und vernünftigen Kenner des Rechts. Ken sorgt dafür, dass wir kluge Lehrer und Forscher haben. Amite hat uns verständnisvolle Berater und Verwalter geschenkt. Ferox schließlich sorgt dafür, dass wir vor Gefahren von außen und innen sicher sind. Doch der Einfluss der Fraktionen ist nicht allein darauf beschränkt. Sie geben einander viel mehr, als sich in so wenigen Worten sagen lässt. Die Fraktion gibt unserem Leben einen Sinn und eine Richtung. Ohne unsere Fraktion könnten wir nicht überleben. Deshalb ist der heutige Tag ein Freudentag. Es ist der Tag, an dem wir unsere neuen Initianten begrüßen, die mit uns gemeinsam eine bessere Gesellschaft und eine bessere Welt errichten werden. Rei um ist gedämpfter Beifall zu hören. Ich gebe mir Mühe, ganz ruhig zu stehen, denn wenn ich die Knie aneinander drücke und mich ganz starr und steif mache, zittere ich nicht. Markus ließ die ersten Namen vor, aber ich kann keine Silbe von der anderen unterscheiden. Wie soll ich da wissen, wann er mich aufruft? Einer nach dem anderen treten die 16-Jährigen aus der Warteschlange heraus und gehen in die Mitte des Raumes. Das erste Mädchen, das sich entscheiden muss, wählt Amite, die Fraktion, aus der sie stammt. Ich sehe, wie ihre Blutstropfen auf die Erde in der Schale fallen, dann stellt sie sich hinter die Stühle ihrer Fraktion. Im Raum herrscht nun ständige Bewegung, ein neuer Name, eine neue Person, die wählt, ein neues Messer. Ich kenne die meisten, aber ich bezweifle, dass sie mich kennen. James Tucker, ruft Markus auf. Dann Caleb Pryor. Caleb drückt mir ein letztes Mal die Hand und setzt sich in Bewegung. Im Weggehen wirft er mir einen langen Blick über die Schulter zu. Ich sehe, wie seine Füße auf die Mitte des Raumes zusteuern. Seine Hände sind ruhig, als er das Messer von Markus entgegennimmt. Geschickt schneidet er sich in die Hand. Dann steht er da. Das Blut sammelt sich in seiner hohlen Hand. Er atmet aus. Er atmet ein. Und dann hält er seine Hand über die Schale der Ken. Sein Blut tropft in das Wasser und färbt es noch eine Spur Röter. Das einsetzende Raunen in unseren Reihen schwillt zu wütendem Protest an. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Ausgerechnet mein Bruder. Mein selbstloser Bruder. Ausgerechnet er wechselt zu einer anderen Fraktion. Mein Bruder. Wie geschaffen für die Altuan wird ein Ken? Als ich die Augen schließe, sehe ich den Bücherstapel auf Calebs Schreibtisch vor mir. Sehe seine zitternden Hände nach dem Eignungstest. Gestern noch hat er mir gesagt, man müsse auch an sich selbst denken. Wieso habe ich nicht gemerkt, dass er sich diesen Rat auch selbst gab? Wenn ich bitten darf, sagt Markus, aber die Menge hört nicht auf ihn. Dann ruft er laut, Ruhe bitte. Im Raum wird es still. Dann höre ich meinen Namen. Ein Schaudern durchläuft mich und mein Körper setzt sich wie von selbst in Bewegung. Auf halbem Weg zu den Schalen bin ich sicher, dass ich die Altuan wählen werde. Ich sehe alles klar vor mir. Ich sehe, wie ich zu einer grau gekleideten Frau werde und Susans Bruder Robert heirate. Wie ich an den Wochenenden als Freiwilliger arbeite, Tag ein, Tag aus in friedlicher Gleichförmigkeit lebe, die ruhigen Abende vor dem Ofen verbringe, in der angenehmen Gewissheit geborgen zu sein. Möglicherweise werde ich auch dann nicht gut genug sein, aber mit Sicherheit besser als heute. Ich blicke zu Caleb hinüber, der hinter seiner neuen Fraktion steht. Er erwidert meinen Blick und nickt fast unmerklich. Meine Schritte stocken. Wenn selbst Caleb sich nicht für die Altuan entschieden hat, wie kann ich mich dann für sie entscheiden? Aber habe ich denn überhaupt eine Wahl? Jetzt, da er uns verlassen hat und ich die Einzige bin, die noch übrig ist? Caleb hat mir keinen anderen Ausweg gelassen. Entschlossen beiße ich die Zähne zusammen. Ich werde das Kind sein, das bei seinen Eltern bleibt. Ich muss es für meine Eltern tun. Ich muss. Markus reicht mir ein Messer und ich wende mich den Schalen zu. Ich halte das Messer in der rechten Hand und führe die Schneide zu meiner Handfläche. Mit zusammengebissenen Zähnen drücke ich die Klinge nach unten. Es sticht, aber ich bemerke es kaum. Ich presse beide Hände vor die Brust und stoße zitternd die Luft aus. Ich öffne die Augen und strecke den Arm aus. Mein Blut tropft auf den Teppich zwischen den beiden Schalen. Dann mit einem leisen Aufschrei, den ich nicht unterdrücken kann, strecke ich die Hand aus und mein Blut tropft zischend auf die Kohlen. Ich bin nicht selbstlos. Ich bin mutig. Mit gesenktem Blick stelle ich mich hinter die Ferox-Initianten, die sich dafür entschieden haben, bei ihrer eigenen Fraktion zu bleiben. Sie sind alle größer als ich. Selbst wenn ich den Kopf hebe, kann ich nur ihre Schultern sehen. Als schließlich auch das letzte Mädchen seine Wahl getroffen hat, es entscheidet sich für die Amite, ist es Zeit zu gehen. Die Ferox machen den Anfang. Schweigend gehe ich an den grau gekleideten Männern und Frauen meiner alten Fraktion vorbei und starre angestrengt auf den Hinterkopf irgendeines Menschen vor mir. Aber ich muss meine Eltern unbedingt noch einmal sehen. Im letzten Moment schaue ich über die Schulter und wünschte, ich hätte es nicht getan. Der vorwurfsvolle Blick meines Vaters durchbohrt mich förmlich. Meine Mutter neben ihm lächelt. Die Ferox stürmen zum Treppenhaus. Im Erdgeschoss angekommen, schnappe ich keuchend nach Luft, aber die Ferox drängen bereits zum Ausgang. Die Luft draußen ist frisch und kalt, die untergehende Sonne färbt den Himmel rötlich und spiegelt sich in den schwarzen Fensterscheiben der Zentrale. Die Ferox nehmen die ganze Straße in Beschlag. Ich renne, um den Anschluss nicht zu verlieren. Beim Laufen wird mein Kopf etwas klarer. Ich bin schon seit ewigen Zeiten nicht mehr irgendwo hingerannt. Die Altruan lehnen alles ab, was dem eigenen Vergnügen dient. Und genau das ist es. Meine Lungen stechen, meine Muskeln schmerzen, aber ich spüre das wilde Vergnügen eines kraftvollen Spurts. Ich laufe den Ferox hinterher, die Straße entlang, um die Ecke und dann höre ich das Pfeifen eines Zugs. Die Wartenden stellen sich in einer langen Reihe auf. Der Zug rollt auf seinen stählernen Schienen heran. Die Lichter blinken, das Warnsignal dröhnt. Alle Wagentüren sind offen, damit die Ferox hineinspringen können. Und genau das tun sie, eine Gruppe nach der anderen, bis nur noch die Neulinge der anderen Fraktionen übrig bleiben. Mit ein paar anderen laufe ich los. Wir rennen ein Stück neben dem Wagen her, dann machen wir einen Satz zur Seite. Weil ich weniger groß und nicht so stark bin wie die anderen, schaffe ich es nicht, mich in den Wagen zu hieven. Ich pralle mit der Schulter gegen die Außenwand des Waggons und klammere mich an einen Griff neben der Tür. Meine Arme zittern, aber dann packt mich eine ehemalige Kandor und zieht mich hoch. Nach Luft schnappend danke ich ihr. Ich höre laute Rufe und drehe mich um. Ein schmaler, rothaariger Junge aus der Fraktion der Ken rudert wie wild mit den Armen und versucht mit dem Zug Schritt zu halten. Ein Kennmädchen, das an der Tür sitzt, streckt die Hand aus, aber sie kriegt ihn nicht zu fassen. Er ist schon zu weit zurückgefallen. Neben den Gleisen sinkt er auf die Knie und vergräbt den Kopf in den Händen, während der Zug einfach davonfährt. Ich fühle mich hundeelend. Der arme Teufel hat den ersten Aufnahmetest der Ferox nicht bestanden. Er ist jetzt fraktionslos. Das ist etwas, das jedem von uns passieren kann. Alles in Ordnung? fragt mich das hilfsbereite Kandormädchen, gut gelaunt. Sie ist groß, dunkelhäutig und hat kurze Haare. Ich nicke. Ich heiße Christina. Sie streckt die Hand aus. Die Altuan grüßen einander, indem sie sich als Zeichen des Respekts verbeugen. Unsicher nehme ich ihre Hand und schüttle sie zweimal. Beatrice! Weißt du, wohin wir fahren? Sie muss schreien, denn der Wind pfeift immer heftiger durch die geöffneten Türen. Der Zug wird schneller. Ich setze mich auf den Boden, denn so kann ich das Gleichgewicht besser halten. Christina gesellt sich zu mir. Ich schätze, wir fahren zum Hauptquartier der Ferox, beantworte ich ihre Frage, aber ich habe keine Ahnung, wo das ist. Weiß das überhaupt jemand? Bei den Ferox hat man immer das Gefühl, als würden sie urplötzlich aus der Erde schießen. Links von mir spiegelt sich das rötlich-gelbe Licht des Sonnenuntergangs in den gläsernen Hausfassaden, undeutlich erkenne ich die Reihen grauer Häuser, die einmal mein Zuhause waren. Heute wäre Caleb an der Reihe das Abendessen zu machen. Wer wird es an seiner Stelle tun? Mit geschlossenen Augen stelle ich mir meine Mutter und meinen Vater vor, wie sie schweigend am Esstisch sitzen. Ist das ein letzter Rest von Selbstlosigkeit, der mir bei den Gedanken an sie die Kehle zuschnürt oder ist es Selbstsucht, weil ich weiß, dass ich nie wieder ihre Tochter sein werde? Sie springen ab! Bei diesen Worten hebe ich erschrocken den Kopf. Mein Nacken ist ganz steif. Gut eine halbe Stunde lang kauere ich jetzt schon gegen die Waggonwand gelehnt auf den Boden, höre dem brausenden Wind zu und sehe, wie die Stadt an uns vorbei wischt. Ich setze mich auf. In den letzten Minuten ist der Zug langsamer geworden. Die Ferox in den Waggons vor uns springen aus dem Zug, während er an einem Hausdach vorbeifährt. Die Schienen verlaufen auf der Höhe des siebten Stockwerks. Allein bei der Vorstellung, aus einem fahrenden Zug heraus auf ein Hausdach zu springen und zu wissen, dass zwischen dem Zug und dem Dach eine Lücke klafft, möchte ich mich am liebsten übergeben. Trotzdem raffe ich mich auf und stolpere auf die gegenüberliegende Seite des Waggons, wo sich die anderen Fraktionswechsler bereits in einer Reihe aufgestellt haben. Christinas braune Augen sind weit aufgerissen und sie beißt die Lippen so fest zusammen, dass alle Farbe aus ihnen weicht. Sie gibt mir ihre Hand. Komm! Mit einem Stirnrunzeln will ich ihr gerade erklären, dass ich keine Hilfe brauche, aber dann sagt sie, ich schaffe es nicht, wenn mich keiner mitzieht. Ich ergreife ihre Hand und wir stellen uns an die geöffnete Waggontür. Als unser Wagen an dem Dach vorbeifährt, zähle ich laut 1, 2, 3. Bei 3 springen wir aus dem Eisenbahnwaggon. Einen Augenblick lang werden wir schwerelos durch die Luft katapultiert, dann schlagen meine Füße auf festem Boden auf und ein wilder Schmerz rast durch meine Beine. Der Aufprall ist so hart, dass ich der Länge nach hinfalle und mit dem Gesicht nach unten auf dem Schotter liegen bleibe. Ich lasse Christinas Hand los. Sie lacht. Das hat Spaß gemacht! Ja, Christina passt gut zu den Ferox, die immer auf der Suche nach neuem Nervenkitzel sind. Ich wische mir die Steinchen aus dem Gesicht. Alle Neulinge haben es mit unterschiedlichem Erfolg bis aufs Dach geschafft, nur der Amite-Junge nicht. Molly, ein Kandor-Mädchen mit schiefen Zähnen, hält sich stöhnend den Fußknöchel. Peter, ein blonder Kandor-Junge, lächelt stolz. Wahrscheinlich ist er aufrecht auf seinen Füßen gelandet. Ich verspüre einen stechenden Schmerz in meinem Ellbogen. Als ich den Ärmel hochschiebe, zittert meine Hand. Die Haut ist abgeschürft, aber es blutet nicht. Unerhört! Eine Stiff lässt nackte Haut sehen. Stiff ist ein Schimpfwort für die Altruan, und ich bin die Einzige hier. Peter zeigt feixend auf mich. Ich höre Gelächter. Mit hochrotem Gesicht streife ich den Ärmel runter. Alle mal herhören. Ich heiße Max. Ich bin einer von den Anführern eurer neuen Fraktion, ruft ein Mann vom anderen Ende des Dachs. Er ist etwas älter, hat tiefe Furchen in seiner dunklen Haut, und an den Schläfen sind seine Haare schon grau. Er steht so lässig auf dem Dachvorsprung, als wäre es ein breiter Gehweg. Einige Stockwerke unter uns ist der Eingang zu unserem Hauptquartier. Wenn ihr euch nicht traut, runterzuspringen, dann gehört ihr nicht hierher. Unsere Neulinge haben das Vorrecht, als Erste zu springen. Die Ferox bilden eine breite Gasse, um uns passieren zu lassen. Ich schaue mich unter den Neulingen um. Keiner ist scharf drauf, vom Dach zu springen. Sie schauen überall hin, nur nicht zu Max. Ich schaue zu Peter. Er zupft an seinen Fingernägeln und versucht, unbeteiligt zu wirken. Ich habe meinen Stolz und eines Tages werde ich deswegen Ärger kriegen, aber heute macht er mich verwegen. Ich trete an den Dachvorsprung. Hinter mir höre ich Gekicher. Max weicht zur Seite und macht mir den Weg frei. Ich gehe bis zum Rand und blicke nach unten. Der Wind pfeift durch meine Kleider und lässt den Stoff flattern. Das Haus, auf dem ich stehe, bildet zusammen mit drei anderen Gebäuden ein großes Viereck. In der Mitte des Innenhofs ist im Beton ein riesiges Loch. Sie wollen uns nur Angst einjagen. Ich werde gefahrlos unten ankommen. Diese Gewissheit hilft mir, bis vor an die Kante zu treten. Meine Zähne klappern. Ich kann jetzt nicht mehr zurück. Nicht, wenn alle hinter mir stehen und nur darauf warten, dass ich kneife. Ich taste an meinem Hemdkragen herum, bis ich den Knopf gefunden habe. Nach ein paar vergeblichen Versuchen knöpfe ich das Hemd auf und ziehe es aus. Darunter trage ich ein graues T-Shirt. Es liegt eng an. Noch nie hat mich jemand in diesem T-Shirt gesehen. Ich knülle mein Oberteil zusammen und blicke über die Schulter zu Peter. Mit zusammengebissenen Zähnen schleudere ich es auf ihn. Ich treffe ihn an der Brust. Er schaut mich an. Hinter mir höre ich Pfeifen und Johlen. Ich blicke hinunter in das Loch. Eine Gänsehaut jagt über meine blassen Arme und mein Magen rebelliert. Wenn ich jetzt nicht springe, werde ich es niemals tun. Ich schlucke den dicken Kloß in meinem Hals hinunter und denke an nichts. Ich stoße mich einfach ab und springe. Das dunkle Loch rast auf mich zu, wird größer und breiter. Der Wind pfeift in meinen Ohren. Mein Herz klopft so schnell, dass es wehtut. Jede Faser in mir ist angespannt und im Fallen stülpt sich mir der Magen um. Das Loch verschluckt mich und ich stürze in die Dunkelheit. Ich falle auf etwas Hartes, aber dann gibt es unter mir nach und hüllt mich ein. Der Aufprall ist so stark, dass ich keine Luft mehr bekomme und nach Atem ringen muss. Meine Arme und Beine brennen. Ein Netz! Am Boden des Lochs ist ein Netz! Ich schaue hoch und lache, halb erleichtert, halb hysterisch. Am ganzen Körper bebend schlage ich die Hände vor's Gesicht. Jetzt brauche ich schleunigst wieder festen Boden unter den Füßen. Mehrere Hände strecken sich mir vom Rand des Netzes entgegen. Ich packe die Erstwesten und halte mich daran fest. Ich rolle vom Netz und wäre mit dem Gesicht nach unten auf den Boden gefallen, wenn mich nicht jemand aufgefangen hätte. Dieser Jemand ist der junge Mann, dessen Hände ich ergriffen habe. Er hat eine schmale Oberlippe und eine volle Unterlippe. Seine Augen liegen so tief, dass seine Wimpern fast die Augenbrauen berühren und sie sind tiefblau. Er fasst mich am Arm, aber sobald ich aufrecht stehe, lässt er mich los. Danke. Wir stehen auf einem Podium, etwa drei Meter über dem Boden, mitten in einer Art Höhle. Nicht zu fassen, sagt jemand hinter ihm. Die Stimme gehört einem dunkelhaarigen Mädchen, das drei silberne Ringe an die Augenbrauen gepierst hat. Sie grinst mich an. Ausgerechnet eine Stiff hat sich als erste heruntergewagt. Das gab's noch nie. Es wird schon seinen Grund haben, weshalb sie nicht mehr bei den Altuanen ist, Lauren, sagt der Junge. Seine Stimme ist tief und kehlig. Wie heißt du? Ähm, ich weiß selbst nicht, weshalb ich zögere, aber Beaches klingt jetzt irgendwie verkehrt. Denk drüber nach. Ein feines Lächeln huscht über sein Gesicht. Ein zweites Mal kannst du nicht neu wählen. »Tschüss«, sage ich laut. »Tschüss«, wiederholt Lauren grinsend. »Sag's den anderen vor!« Der Junge, vor, schaut über die Schulter und ruft, »Erste Springerin!« »Tschüss!« Als sich meine Augen an das Licht gewöhnt haben, sehe ich eine Menschenmenge. Die Leute jubeln und recken die Fäuste, und dann fällt noch jemand in das Netz, mit einem lauten Schrei. »Christina!« Alle lachen. Thor legt mir die Hand auf den Rücken und sagt, »Willkommen bei den Ferox!« Als alle wieder festen Boden unter den Füßen haben, führen uns Lauren und Thor einen schmalen Tunnel entlang. Die Wände sind aus Stein, und der Boden fällt schräg ab. Ich komme mir vor, als würde ich ins Innere der Erde steigen. Der ehemalige Ken vor mir bleibt abrupt stehen, und ich renne prompt in ihn hinein, pralle gegen seine Schulter und taumle zurück. Verwirrt reibe ich mir die Nase. Der ganze Trupp ist stehen geblieben, weil unsere drei Anführer mit verschränkten Armen auf uns warten. »Hier trennen wir uns,« verkündet Lauren. »Die Initianten der Ferox kommen mit mir. Ich gehe davon aus, dass ihr euch auskennt und keinen Rundgang mehr braucht.« Lächelnd gibt sie den gebürtigen Ferox ein Zeichen. Diese lösen sich aus der Gruppe und verschwinden gemeinsam in der Dunkelheit. Als der letzte von ihnen aus dem Lichtkegel taucht, schaue ich, wer noch da ist. Nur neun andere sind übrig geblieben. Thor wendet sich zu uns und sagt, »Normalerweise arbeite ich im Kontrollraum, aber für die nächsten Wochen habe ich eure Ausbildung übernommen. Ich heiße Thor.« »Vor?« wiederholt Christina verwundert. »So wie die Zahl?« »Ja. Was dagegen?« »Nein.« »Gut, dann gehen wir jetzt in die Grube. Ihr werdet sie schon noch ins Herz schließen. Es...« Christina kichert los. »In die Grube?« »Toller Name.« Thor baut sich vor Christina auf und beugt sich ganz dicht zu ihr. Seine Augen werden schmal und einen Moment lang schaut er sie einfach nur an. »Wie heißt du?« »Christina.« »Okay, Christina.« »Wenn ich meine Zeit mit Klugscheißern von den Kandor totschlagen wollte, dann wäre ich zu dieser Fraktion gewechselt. Kapiert?« Sie nickt. Thor macht sich auf den Weg zu dem finsteren Ende des Tunnels und stößt eine breite Flügeltür auf. Grube ist wirklich die passende Bezeichnung. Es ist eine unterirdische Höhle, so groß, dass ich von meinem Platz aus nicht bis ans andere Ende sehen kann. Unebene Felswände ragen haushoch über mir auf. In die Steinwände eingehauen sind weiträumige Nischen für Speisen, Kleidung, Vorräte und für diverse Freizeitbeschäftigungen. Schmale Stege und Treppen aus Fels verbinden sie. Und nirgendwo gibt es Geländer, die einen vor dem Absturz bewahren. Ein gelbroter Lichtstrahl kommt von schräg oben. Das Dach der Grube besteht aus Glas und darüber befindet sich ein Gebäude, durch das das Sonnenlicht hereinfällt. Bestimmt sind wir mit dem Zug daran vorbeigefahren, aber da hat es ausgesehen wie jedes andere Gebäude auch. In unregelmäßigen Abständen sind blaue Lampen aufgehängt. Je dunkler es draußen wird, desto heller leuchten sie. Überall wimmelt es von schwarz ausgekleideten Menschen, sie rufen durcheinander, reden laut, temperamentvoll, gestenreich. Aber mir fällt auf, dass keine alten Leute unter ihnen sind. Gibt es überhaupt alte Ferox? Leben sie nicht lange genug, um alt zu werden? Oder werden sie einfach weggeschickt, wenn sie nicht mehr aus fahrenden Zügen springen können? Vor macht uns ein Zeichen, weiterzugehen. Von vorn sieht er eher brav aus, verglichen mit anderen Ferox. Aber wenn er sich umdreht, schaut am Nacken unter dem T-Shirt ein Tattoo hervor. Er führt uns an den rechten Rand der Grube. Dort ist es verdächtig-schummrig. Angestrengt starre ich in die Dunkelheit und sehe, dass der Untergrund, auf dem ich stehe, vor einem eisernen Geländer endet. Je näher wir dem Geländer kommen, desto lauter ist ein Geräusch zu hören. Wasser. Tosendes Wasser, das gegen das Gestein donnert. Ich spähe über die Reling. Der Höhlengrund fällt steil ab und tief unter uns fließt ein Fluss. Schäumendes Wasser klatscht gegen die Felswand unter mir und sprüht bis nach oben. Auf der linken Seite ist das Wasser ruhiger, aber rechts tobt die weiße Gischt. Die Schlucht sollte uns immer daran erinnern, dass der Grat zwischen Tapferkeit und Dummheit sehr schmal ist. Vor muss gegen das donnernde Wasser anschreien. Ein Draufgänger, der sich von diesem Vorsprung stürzt, ist sofort tot. Das ist schon vorgekommen und wird auch wieder vorkommen. Unglaublich, sagt Christina, als wir alle vom Geländer zurückweichen. Ich nicke. Vor führt uns durch die Grube zu einem klaffenden Loch in der Wand. Der Raum dahinter ist so hell erleuchtet, dass ich endlich richtig sehe, wohin wir gehen. In einen gut besuchten Speisesaal. Geschirr klappert. Als wir eintreten, stehen die Ferox auf. Sie klatschen, rufen, trampeln mit den Füßen, der Lärm umtost mich, hüllt mich ein. Christina lächelt zufrieden und einen Moment später lächle ich auch. Wir sehen uns nach freien Plätzen um. Schließlich entdecken wir einen Tisch am Rand, der fast leer ist. Ich setze mich zwischen Christina und vor. Mitten auf dem Tisch steht eine Platte mit Speisen, die ich nicht kenne, runde Fleischstücke zwischen runden Brotscheiben. Ich nehme eines zwischen die Finger. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Thor stößt mich mit dem Ellbogen an. Rindfleisch, tu was davon drauf. Er reicht mir eine kleine Schüssel mit einer roten Soße. Hast du etwa noch nie einen Hamburger gegessen? fragt Christina ungläubig. Nein, heißt das Zeug so? Die Stiff essen nur ganz einfache, ungewürzte Speisen, sagt Thor zu Christina. Warum? Ich zucke mit den Schultern. Genusssucht ist maßlos und damit unnötig. Sie feigst. Kein Wunder, dass du abgehauen bist. Ja, genau, antworte ich trocken. Das Essen war schuld. Fors Mundwinkel zucken. Die Tür zur Cafeteria geht auf und im Raum wird es schlagartig still. Ich drehe mich um. Ein junger Mann kommt herein. Jetzt ist es so leise, dass man seine Schritte hört. Er hat derart viele Piercings im Gesicht, dass ich gar nicht erst anfange zu zählen. Sein Haar ist lang, dunkel und fettig. Aber das ist nicht der Grund, weshalb er so furchteinflößend wirkt. Es ist vielmehr sein kalter Blick, den er durch den Raum schweifen lässt. Wer ist das? flüstert Christina. Er heißt Eric, sagt Thor. Er ist einer unserer Anführer. Eric geht zielstrebig auf unseren Tisch zu und lässt sich auf den Stuhl neben vor fallen. Er grüßt nicht, deshalb tun wir es auch nicht. Eric trommelt mit den Fingern auf den Tisch. Seine Knöchel sind verschorft, genau an der Stelle, an der Knöchel aufplatzen, wenn man allzu fest zuschlägt. Was Was hast du in letzter Zeit so gemacht vor, fragt er. Nichts Besonderes. Sind die beiden Freunde? Mein Blick wandert zwischen Eric und Thor hin und her. Die Art, wie Thor da sitzt, angespannt wie ein Drahtseil, lässt etwas anderes vermuten. Vielleicht sind sie Rivalen. Aber ist das wirklich denkbar? Eric ist immerhin einer der Ferox Anführer und Thor nicht. Max hat gesagt, dass er schon länger ein Gespräch mit dir führen will, aber du lässt dich nicht blicken. Ich soll für ihn rausfinden, was mit dir los ist. Thor lässt sich Zeit mit der Antwort. Sag ihm, ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich augenblicklich mache. Er will dir einen neuen Aufgabenbereich übertragen? Sie ganz danach aus, entgegnet Thor. Und du bist wirklich nicht. Tja, sagt Eric, dann lass uns hoffen, dass er es endlich versteht. Er versetzt Thor einen Schlag gegen die Schulter, ein wenig zu heftig, dann steht er auf und geht. Seid ihr beide befreundet? frage ich, unfähig, meine Neugier zu zügeln. Wir waren im gleichen Anfängerjahrgang, sagt Thor. Er ist von den Ken zu uns gekommen. Und von woher bist Dor machen Scherereien, weil sie zu viel fragen. Tun das jetzt auch die Stiff? Das muss wohl daran liegen, dass du so zugänglich wirkst, ungefähr so einladend wie ein Nagelbrett. Thor starrt mich an und ich halte seinen Blick stand. Ich spüre, wie ich rot werde. Was passiert, wenn ich den Bogen überspannt habe? Aber er sagt nur Vorsicht, Triss. Nach dem Essen verschwindet vor, wortlos. Eric führt uns durch ein Labyrinth von Gängen, ohne zu verraten, wohin es geht. Ich weiß nicht, wieso sich ein Anführer der Ferrox um die Initianten kümmert, aber vielleicht ist es ja nur für heute Abend. Am Ende eines Gangs brennt eine blaue Lampe, aber dazwischen ist es dunkel und ich muss höllisch aufpassen, dass ich auf dem holprigen Untergrund nicht stolpere. Niemand hat gesagt, dass wir still sein sollen, aber keiner von uns spricht ein Wort. Vor einer Holztür bleibt Eric stehen und verschränkt die Arme. Für alle, die mich nicht kennen, ich heiße Eric. Ich bin einer der fünf Anführer der Ferrox. Wir nehmen die Initiation sehr ernst. Deshalb habe ich mich freiwillig bereit erklärt, den größten Teil eurer Zuerst ein paar Grundregeln. Pünktlich um 8 Uhr morgens findet ihr euch im Übungsraum ein. Training ist täglich von 8 bis 6. Zum Mittagessen gibt's eine Pause. Nach 6 könnt ihr tun, was ihr wollt. Und auch zwischen den Initiationsphasen habt ihr erst an meine Mitmenschen denken. Vorher um alles in der Welt soll ich wissen, was ich tun will. Das Gelände dürft ihr nur in Begleitung eines Ferrox verlassen. Hinter dieser Tür ist der Raum, in dem ihr die nächsten Wochen schlafen werdet. Die erste Initiationsphase absolvieren die Neulinge aus anderen Fraktionen und unsere eigenen Initianten getrennt voneinander. Aber das bedeutet nicht, dass ihr separat beurteilt werdet. Am Ende der Ausbildung wird euer Ranking im direkten Vergleich mit den Ferrox Initianten festgelegt. Lasst euch gesagt sein, dass nur die besten zehn Initianten Mitglieder unserer Fraktion werden. Seine Worte stoßen wie ein brutaler Messerstoß in meinen Magen. Wir alle stehen da wie stumme Ölgötzen. Dann sagt Christina Wie bitte? Es gibt elf Ferrox Anfänger und ihr seid zu neunt, erklärt Eric. Am Ende der ersten Initiationsphase fliegen vier raus. Weitere sechs scheiden nach dem abschließenden Test aus. Das heißt also, selbst wenn wir es durch alle Phasen der Initiation schaffen, werden sechs von uns trotzdem nicht aufgenommen werden. Meine Chancen als kleinste und noch dazu als einzige von den Altruaren stehen nicht gerade gut. Sophie steht fest. Und was passiert, wenn wir rausfliegen? fragt Peter. Ihr müsst das Gelände verlassen und seid fraktionslos. Aber das ist unfair, sagt Molly, das breitschultrige Kandormädchen. Sie klingt wütend, aber in ihren Augen sehe ich Angst. Wenn wir das gewusst hätten, willst du damit sagen, dass du dich nicht für die Ferox entschieden hättest, wenn du es vor der Zeremonie der Bestimmung gewusst hättest? Wenn das so ist, dann verschwenden, dass du versagen könntest. Und wenn du es doch tust, dann heißt das, dass du ein Feigling bist. Eric stößt die Tür zum Schlafraum auf. Du hast dich für uns entschieden. Jetzt müssen wir uns für dich entscheiden. Ich liege im Bett und höre, wie neun Menschen atmen. Ich habe noch nie mit Jungen im gleichen Zimmer geschlafen, aber hier bleibt mir nichts anderes übrig, es sei denn, ich nächtige auf dem Gang. Alle anderen haben schon die Sachen angezogen, die wir von den Ferox bekommen haben, aber ich schlafe in den Kleidern der Alturan, die nach Seife und Frische riechen, und nach Zuhause. Meine Augen brennen, wenn ich an Zuhause denke, und als ich blinzle, rollt eine Träne über meine Wange. Ich presse die Hand an den Mund, um nicht los zu heulen. Ich darf nicht weinen, nicht hier, ich muss mich beruhigen. Es wird schon gut gehen, ich kann mich ab jetzt im Spiegel anschauen, wann immer ich will, ich kann mich mit Christina anfreunden, mir die Haare kurz schneiden, und ich muss mich nicht mehr um den Mist der anderen kümmern. Meine Hände zittern, die Tränen strömen immer heftiger, alles verschwimmt vor den Augen. Es ist egal, dass mich meine Eltern kaum wiedererkennen werden, wenn ich sie am Besuchstag wiedersehe, falls sie überhaupt kommen. Es ist egal, wie weh es tut, sobald ich auch nur für einen Moment versuche, mir ihre Gesichter vorzustellen, selbst Caleb's Gesicht, obwohl mich seine Geheimniskrämerei so sehr verletzt hat. Ich bemühe mich, im gleichen Rhythmus ein- und auszuatmen wie die anderen. Es ist egal. Ein ersticktes Geräusch unterbricht das gleichmäßige Atmen, dann ein lautes Schluchzen, Bettfedern knarren, ein schwerer Körper wälzt sich herum, ein Kissen erstickt das Schluchzen, aber nicht völlig. Es kommt vom Schlafplatz neben mir, von einem der Kandor-Jungen, L, dem größten und Kräftigsten von uns. Er ist wirklich der Letzte, von dem ich erwartet hätte, dass er die Nerven verliert. Seine Füße sind nur Zentimeter von meinem Kopf entfernt. Ich müsste ihn trösten. Es müsste mir ein echtes Anliegen sein, ihn zu beruhigen, denn so bin ich erzogen worden. Stattdessen empfinde ich Abscheu. Jemand, der so stark aussieht, sollte nicht so verweichlicht Ich muss schlucken, wenn meine Mutter wüsste, was ich gerade denke. Ich lege mich auf die Seite und drehe den Kopf zur Wand. Es geht niemanden etwas an, dass ich ihm nicht helfen will. Ich kneife die Augen zu und spüre, wie mich der Schlaf überkommt. Das Erste, was ihr heute lernt, ist, wie man schießt. Das Zweite, wie man einen Kampf gewinnt. Ohne mich eines Blickes geht weiter auf und ab. Eure Anwesenheit zeigt, dass ihr wisst, wie man auf einen fahrenden Zug auf- und abspringt, also muss ich euch das nicht mehr beibringen. Es hätte mich eigentlich nicht wundern dürfen, dass die Ferox uns sofort auf Trab bringen würden, aber ich hatte angenommen, dass sie uns mehr als nur sechs Stunden Nachtruhe gönnen. Ich bin noch ganz schlaftrunken. Eure Initiation gliedert sich in drei Phasen. Wir werden eure Fortschritte messen und eure Leistungen in jedem dieser Abschnitte bewerten. Die Ergebnisse der einzelnen Phasen gehen allerdings nicht gleichwertig in euer endgültiges Ranking ein, deshalb könnt ihr eure Rangfolge im Laufe der Zeit noch verbessern. Ich starre auf die Waffe in meiner Hand. Nie hätte ich gedacht, dass ich jemals eine Waffe in der überwinden kann. Feigheit bedeutet für uns, dass man in größter Gefahr nicht handelt. Deshalb hat jeder Initiationsabschnitt zum Ziel, euch in einer ganz bestimmten Art und Weise vorzubereiten. Phase eins zielt auf eure körperlichen Kräfte, im zweiten Teil geht es hauptsächlich um eure Gefühle und im dritten um das Mentale. Aber was, sagt Peter und gähnt dabei, was hat es mit Tapferkeit zu tun, wenn ich eine Waffe abfeuere. Sekundenschnell zieht und entsichert Thor seine Waffe und hält sie an Peters Stirn. Peter erstarrt, mit aufgerissenem Mund das Gähnen zur Kremasse verzerrt. Wach auf, du Idiot. Du hältst eine geladene Waffe in der Hand, also benimm dich auch entsprechend. Thor lässt die Waffe sinken. Um deine Frage zu beantworten, wenn ihr darauf vorbereitet seid, euch selbst zu verteidigen, werdet ihr wahrscheinlich nicht ganz so die Hosen voll haben und nach eurer Mutter rufen, wenn es mal so weit ist. Dieses Wissen wird euch während eurer Ausbildung zugutekommen. Also, seht genau zu. Er dreht sich zur Wand, an der die Zielscheiben stehen, für jeden von uns ein Stück Sperrholz mit drei roten Ringen drauf, stellt sich mit gespreizten Beinen hin, hält die Waffe betrachte ich meine eigene Zielscheibe, setze die Füße weit auseinander und umfasse die Waffe vorsichtig mit beiden Händen. Sie ist schwer. Es ist nicht einfach, sie von mir weg zu halten, aber ich möchte, dass sie so weit wie möglich von meinem Gesicht entfernt ist. Ich ziehe am Abzug erst zögerlich, dann kräftiger. Der Knall dröhnt in meinen Ohren und der Rückstoß schlägt mir die Hände gegen die Nase. Ich taumle und muss mich an der Wand abstützen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Keine Ahnung, ob oder was ich getroffen habe, ich weiß nur, dass ich das Ziel glatt verfehlt habe. Ich schieße noch einmal und noch einmal aber keine Kugel trifft auch nur annähernd in die Mitte. Ich beiße die Zähne zusammen und konzentriere mich wieder aufs Ziel. Ich bin entschlossen, diesmal mit beiden Beiden stehen zu bleiben. Wenn ich schon die allererste Aufgabe nicht hinkriege, wie soll ich dann jemals die Initiation schaffen? Ich brauche fünf weitere Anläufe, um endlich die Mitte der Zielscheibe zu treffen. Aber dann durchströmt mich eine Welle von Energie. Zufrieden lasse ich In der Mittagspause tun mir vom Halten der Waffe die Arme weh und meine Finger sind krumm und steif. Auf dem Weg zum Speisesaal massiere ich sie. Christina lädt Al ein, sich zu uns zu setzen. Jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, höre ich sein Schluchzen wieder. Ich stochere mit der Gabel in meinen Erbsen herum und meine Gedanken wandern zurück zu den Eignungstests. Als Tori mich warnte, wie gefährlich es sei, unbestimmt zu sein, hatte ich Angst, man könne es mir am Gesicht ablesen und ich dachte, jeder würde es sofort merken, wenn ich auch nur eine falsche Bewegung mache. Bisher hat sich das zum Glück nicht bewahrheitet, was nicht heißt, dass ich mich jetzt sicherer fühle. Was, wenn ich unachtsam werde? Triss, sagt Christina und schnippt vor meiner Nase mit den Fingern. Hallo? Ist da jemand? Wie bitte? Was ist los? Ich hab dich gefragt, ob wir irgendwann mal im selben Kurs waren, sagt sie. Nimm's mir nicht übel, aber ich würde mich wahrscheinlich nicht an dich erinnern. Für mich haben alle Altruan gleich ausgesehen. Das tun sie immer noch, aber inzwischen bist du ja keine mehr. Ich bin gewohnt alles frei heraus zu sagen, was mir durch den Sinn geht. Meine Mutter meint, Höflichkeit ist nichts anderes als nett verpackte Schwindelei. Genau das ist auch der Grund, warum unsere Fraktionen normalerweise nichts miteinander zu tun haben, erwidere ich knapp. Darf ich mich zu euch setzen? Ein Junge namens Will tippt mit dem Finger auf die Tischplatte. Wie, willst du nicht mit deinen Kumpels von den Kennen rumhängen? fragt Christina. Das sind nicht meine Kumpels. Nur weil wir in derselben Fraktion waren, heißt das nicht, dass wir besonders gut miteinander auskommen. Außerdem sind Edward und Myra ein Pärchen und ich möchte nicht das fünfte Rad am Wagen sein. Nach dem Essen führt uns vor in einen Raum. Er ist riesig und die Holzdielen knarren und quietschen. In der Mitte ist ein großer Kreis aufgemalt. An der linken Wand hängt eine große grüne Schultafel. Auf der Tafel stehen unsere Namen in alphabetischer Reihenfolge und in einer Ecke hängen im gleichen Abstand nebeneinander mehrere schon ziemlich abgenutzte Sandsäcke. Wir stellen uns in Reih und Glied neben den Sandsäcken auf. In der Mitte steht vor, sodass wir ihn alle sehen können. bereiten, im entscheidenden Moment zu handeln und darum, euren Körper für Bedrohungen und Kämpfe fit zu machen, was ihr auch bitter nötig haben werdet, wenn ihr als Ferox überleben wollt. Im Moment ist mir die Vorstellung, als Ferox zu leben und zu überleben noch unendlich fern. Mir reicht vorerst der Gedanke daran, wie ich die Initiation überstehen soll. Heute werden wir uns mit Kampftechniken beschäftigen und morgen werdet ihr gegeneinander antreten. Ich rate euch deshalb aufzupassen. Wer nicht flink lernt, wird es später büßen. Vor zählt Schlagtechniken auf und demonstriert sie sofort. Erst führte die Schläge in die Luft, dann gegen den Sandsack. Im Laufe des Trainings werde ich besser. Wie schon mit dem Gewehr brauche ich ein paar Anläufe, um herauszufinden, wie ich am besten stehe und wie ich mich bewegen muss, damit ich es genauso mache wie vor. Die Tritte sind schwieriger. Als ich auf den Sandsack schlage, tun mir Hände und Füße weh und meine Haut ist knallrot, aber der Sandsack bewegt sich kaum, egal wie fest ich dagegen schlage. Als vor uns zum Abendessen entlässt, dreht Al, der ein paar Schritte vor Christina und mir läuft sich plötzlich um und verkündet, ich möchte ein Tattoo haben. Will hinter uns fragt, und was willst du dir tätowieren lassen? Keine Ahnung, ich möchte nur das Gefühl haben, dass ich meine alte Fraktion wirklich verlassen habe, dass ich ihr nicht mehr nachweine. In der Grube wimmelt es von Menschen. Christina schlägt vor, dass wir beide Will und Al vor dem Tattoo Studio treffen und zerrt mich zuerst dorthin, wo es Kleider gibt. Zehn Minuten später stehe ich vor einem Spiegel und habe ein knielanges schwarzes Kleid an. Christina nimmt mir das Haarband ab und ich schüttle meinen Zopf aus, bis das Haar locker über die Schultern fällt. Dann nimmt sie einen schwarzen Stift. Eyeliner! Du wirst es nicht schaffen, aus mir eine Schönheit zu machen, glaub mir. Ich schließe die Augen und halte still. Mit der Spitze des Stifts zieht sie meine Lieder nach. Wer sagt etwas von schön? Ich bin eher für auffallend. Ich öffne die Augen und zum ersten Mal betrachte ich völlig ungeniert mein Spiegelbild. Mein Herz klopft schneller, als würde ich gerade etwas Verbotenes tun. Vorher waren meine Augen von einem matten Blau, das ins Graue spielte. Der Eyeliner macht daraus ein leuchtendes Blau. Und wenn meine Haare locker fallen, dann wirken auch meine Gesichtszüge weicher und voller. Ich bin nicht hübsch, aber Christina hat recht, mein Gesicht ist irgendwie bemerkenswert. Wie ich mich so anschaue, ist es, als sehe ich ein fremdes Mädchen zum ersten Mal. Beatrice war ein Dieses Mädchen hier fordert hingegen meine Aufmerksamkeit heraus. Sie hält ungerührt meinen Blick stand. Dieses Mädchen ist Triss. Gefällst du dir? Ja, ich nicke. Ich sehe aus wie ein anderer Mensch. Und jetzt lass uns gehen und zuschauen, wie Al sein Tattoo bekommt. Christina und ich rennen den schmalen Fatin unter zum Tattoo Studio. Ein kleiner, schmächtiger Mann, bei dem mehr Tattoos als blanke Haut zu sehen sind, zeichnet gerade eine Spinne auf Al's Arm. Will und Christina blättern Musterbücher durch und stoßen sich gegenseitig an, wenn sie auf ein Tattoo stoßen, das ihnen gefällt. Während sie so nebeneinander sitzen, fällt mir auf, wie gegensätzlich die beiden sind. Christina ist dunkelhäutig und schlank, Will hingegen blass und kräftig, aber beide haben das gleiche unbeschwerte Lächeln. der einzigen Fraktion, die Kunst hervorbringt. Mit den Fingerspitzen fahre ich die Wände entlang. Das Bild eines Falken erinnert mich an Torys Tattoo. Gleich darunter hängt die Skizze eines fliegenden Vogels. Das ist ein Rabe, sagt jemand hinter mir. Schön, nicht wahr? Ich drehe mich um. Hinter mir steht Tori. Sofort fühle ich mich in den Raum zurückversetzt, in dem die Eignungstests stattfinden, den Raum mit den vielen Spiegeln, den Raum, wo man Drähte an den Kopf kriegt. Ich bin überrascht, sie hier zu sehen. Hallo, ich hätte nie gedacht, dass ich dich wiedersehen würde. Du heißt Beatrice, nicht wahr? Ich heiße Triss. Arbeitest du hier? Ja, du warst die Erste, die gesprungen ist, stimmt's? Ja, das war ich. Gut gemacht. Danke. Mit den Fingern fahre ich die Umrisse des Vogels nach. Hör zu, presche ich vor, ich muss mit dir reden. Ich weiß nicht, ob das klug ist, antwortet sie leise. Ich habe dir geholfen, so gut ich konnte. Jetzt musst du allein damit zurecht kommen. Möchtest du dir ein Tattoo machen lassen? Die Vogelzeichnung zieht mich wieder in ihren Bann. Ich hatte überhaupt nicht vor, mich piercen oder tätowieren zu lassen. Ich weiß genau, wenn ich das tue, treibe ich nur einen weiteren Keil zwischen mich und meiner Familie. Falls mein Leben hier allerdings so weiter geht, wie es angefangen hat, dann ist ein Tattoo vermutlich das kleinste Hindernis zwischen mir und meiner Familie. Vielleicht kann ich fliegen sollen hin zu meinem Herzen. Ein Vogel für jeden aus meiner Familie, den ich zurückgelassen habe. Da eure Zahl ungerade ist, wird einer von euch heute nicht kämpfen, verkündet vor und tritt einen Schritt von der Tafel zurück. Er sieht mich an. Neben meinem Namen steht nichts. Der Knoten in meinem Magen löst sich. Ich habe eine Gnadenfrist. Oh nein! stöhnt Christina. Schau doch nur, ich muss gegen den Panzer kämpfen. Gegen den Panzer? Mein Blick schweift zu Christinas Namen an der Tafel. Daneben steht Molly. Ja, Peters Anhängsel. Molly ist so groß wie Christina, aber damit enden die Gemeinsamkeiten auch schon. Sie hat breite Schultern, einen bronzenen Hautton und eine Knollennase. Die drei. Christina zeigt nacheinander auf Peter, Drew und Molly, sind seit ihrer Geburt so gut wie unzertrennlich. Ich mochte sie noch nie. Drew ist kleiner als Peter und Molly, aber er hat eine Statur wie ein Felsquader und seine Schultern sind immer hochgezogen. Er hat rotblonde Haare, die Farbe erinnert an eine verschrumpelte Karotte. Was ist mit ihnen? Peter ist durch und durch böse. Als wir noch klein waren, hat er ständig Streit mit den Kindern anderer Fraktionen vom Zaun gebrochen. Und wenn dann Erwachsene kamen und den Streit schlichten wollten, fing er an zu weinen und behauptete, die anderen Kinder hätten angefangen. Natürlich glaubte man ihm, denn wir waren ja Kandor und konnten daher nicht lügen. Drew ist vom gleichen Kaliber. Ich bezweifle allerdings, dass er auch nur einen einzigen eigenen Gedanken im Kopf hat. Und Molly? Sie ist jemand, der ein Brennglas über einen Ameisenhaufen hält, nur um sie zappeln zu sehen. Auf dem Kampfplatz stehen sich Will und Al gegenüber. Al landet einen so harten Treffer gegen Wills Kinn, dass ich unwillkürlich zusammenzucke. Auf der anderen Seite der Arena steht Eric. Er grinst und spielt mit einem Ring an seiner Augenbraue. Will taumelt und presst eine Hand gegen das Gesicht. Mit der anderen Hand pariert er Al's nächsten Schlag. Seiner verzerrten Miene nach zu urteilen, war es genauso schmerzhaft, den Herrn, wie ihn auszuhalten. Al ist zwar langsam, aber kräftig. Will hackt einen Fuß um das Bein seines Gegners, reißt ihn witzschnell zurück und bringt Al zu Fall. Al rappelt sich auf, doch inzwischen sind beide schon etwas zögerlicher geworden. Will streicht sich die blonden Haare aus den Augen. Schließlich richtet Al sich auf, lässt die Hände sinken und fragt, wann hat man antwortet Eric. Al wischt sich mit der flachen Hand die Schweißperlen von der Stirn. Das ist doch lächerlich. Was bringt es, wenn ich ihn zusammenschlage? Wir sind doch in derselben Fraktion. Ach, du denkst wohl, das ist das reinste Kinderspiel? fragt Will. Na komm schon, lahmarsch, versuch mich zu schlagen. Will hebt die Fäuste. In seinem Blick liegt eine Entschlossenheit, die vorher nicht da war. Glaubt er allen Ernstes, er könne den Kampf gewinnen? Ein gut platzierter Treffer an den Kopf und Al hat ihn erledigt. Der setzt zum Schlag an, aber Will weicht ihm aus, trippelt dann um Al herum und tritt ihm mit aller Kraft in den Rücken. Al taumelt nach vorne und dreht sich um. Mit einem Satz packt er Will am Al lässt ihn los, woraufhin Will wie ein nasser Sack umfällt. Al beugt sich erschrocken über Will und klopft ihm mit der Hand auf die Wange. Es wird ganz still im Raum, während wir darauf warten, ob Will reagiert. Einige Sekunden lang bleibt er reglos und mit seltsam verdrehtem Arm liegen. Dann blinzelt er, sichtlich benommen. »Hebt ihn auf«, befiehlt Eric. Thor dreht sich zur Tafel und macht einen Kreis um Al's Namen. Er ist der Sieger. »Die nächsten sind Molly und Christina«, verkündet Eric. Al schultert Will und schleppt ihn fort. Christina knackt mit den Fingerknöcheln. »Ich würde ihr gern Glück wünschen, weiß jedoch nicht, was ich ihr wünschen soll. Christina ist nicht schwach, aber sie ist viel zierlicher als Molly. An der Tür übernimmt Thor Will und bringt ihn hinaus. Al steht an der Tür und zieht den beiden nach. Dass Thor rausgegangen ist, beunruhigt mich. Uns mit Eric hier allein zu lassen, ist, als ob man einen Babysitter anheuert, der voller Vorfreude die Messer wetzt. Wenn jeder Kampf bei den Ferox damit endet, dass nur einer auf den Beinen bleibt, dann weiß ich nicht, wie es mir bei der Initiation ergehen wird. Werde ich wie Al dastehen, mich über einen Menschen beugen, wissend, dass ich es war, die ihn niedergeschlagen hat, oder werde ich wie Will als hilfloses Häufchen Elend enden? Und ist es selbstsüchtig von mir, wenn ich unbedingt siegen will, oder ist es tapfer? Ich wische meine schweißnassen Hände an der Hose ab. Christina greift an, indem sie Molly in die Seite tritt und mich aus meinen Grübeleien reißt. Molly schnappt nach Luft und fletscht die Zähne. Dann stürzt sie sich ohne jede Vorwarnung mit ausgestreckten Armen auf Christina und umklammert ihre Taille. Der Aufprall wirft Christina glatt um. Molly drückt sie mit ihrem Gewicht nach unten. Christina schlägt um sich, aber Molly ist schwer und lässt sich nicht abschütteln. Sie schlägt zu. Christina weicht mit dem Kopf aus, aber dann schlägt Molly noch einmal und noch einmal, trifft Christinas Kinn, ihre Nase, den Mund. Ohne nachzudenken packe ich Els Arm und drücke ihn ganz fest. Ich brauche einfach jemanden, an den ich mich klammern kann. Blut rinnt über Christinas Gesicht und tropft auf den Boden. Zum ersten Mal in meinem Leben bete ich darum, dass jemand ohnmächtig wird. Aber Christina wird nicht ohnmächtig. Sie schreit und dann gelingt es ihr einen Arm freizukriegen. Sie schlägt Molly so heftig aufs Ohr, dass diese ihr Gleichgewicht verliert. Christina strampelt sich frei, sinkt auf die Knie und hält sich mit einer Hand das Gesicht. Das Blut schießt in einem dicken dunklen Strom aus der Nase und in kürzester Zeit sind ihre Finger rot verschmiert. Schmerzgepeinigt schreit sie auf, als sie mühsam von Molly wegkriecht. Ihre Schultern beben und ich weiß, sie schluchzt, aber in meinen Ohren pocht es so laut, dass ich es nicht höre. Werde ohnmächtig, bitte. Molly versetzt ihr einen Tritt in die Seite und Christina stürzt rücklinks zu Boden. Ich beiße die Zähne zusammen, um nicht laut aufzuheulen. Aufhören, keucht Christina, als Molly mit dem Fuß ausholt, um zuzutreten. Sie streckt bittend die Hand aus. Halt, ich, sie hustet, ich gebe auf. Molly lächelt triumphierend und ich seufze erleichtert auf. Eric geht langsam in die Mitte der Kampf Arena. Er baut sich mit verschränkten Armen vor Christina auf und sagt leise, habe ich richtig gehört. Du gibst Christina knies sich hin. Als sie ihre Hand vom Boden hebt, bleibt ein roter Abdruck zurück. Sie hält sich die Nase zu, um die Blutung zu stoppen und nickt. Steh auf, sagt er. Wenn er sie laut angeschrien hätte, dann hätte ich vielleicht nicht das schreckliche Gefühl gehabt, dass mir jeden Moment mein Mageninhalt hochkommt. Wenn er sie angeschrien hätte, dann hätte ich gewusst, dass er nichts Schlimmes vorhat, aber seine Stimme ist leise und seine Befehle sind knapp. Er packt Christina am Arm und schleppt sie zur Tür hinaus. Folgt mir. Ich spüre das vibrierende Tosen des Flusses in meiner Brust. Wir stehen dicht am Geländer. Eric stößt Christina dagegen. Drüber klettern. Wie bitte? Klettere übers Geländer, wiederholt Eric, indem er jedes Wort betont, wenn du es schaffst, fünf Minuten lang über dem Abgrund zu hängen, werde ich deine Feigheit vergessen. Wenn nicht, darfst du deine Ausbildung bei den Ferox nicht fortsetzen. Das Geländer ist schmal und aus Eisen. Es ist nass von der Gischt, rutschig und kalt. Selbst wenn Christina den Mut aufbringt, sich an das Geländer zu hängen, wer weiß, ob sie sich so lange festhalten kann. Sie hat die Wahl. Entweder sie lebt fortan als Fraktionslose oder sie setzt ihr Leben aufs Spiel. Also gut, sagt sie mit bebender Stimme. Sie ist so groß, dass sie ihr Bein übers Geländer schwingen kann. Ihr Fuß zittert. Sie steht mit den Zehenspitzen auf einem schmalen Vorsprung, während sie auch das andere Bein übers Geländer schwingt. Sie wischt sich die Hände an der Hose trocken und hält sich mit dem Gesicht zu uns am Geländer fest. Dann nimmt sie erst den einen Fuß vom Vorsprung, danach den anderen. Zwischen den Gitterstäben sehe ich ihr Gesicht, ihren entschlossenen Blick, die zusammengepressten Lippen. Elle steht neben mir und stoppt die Zeit. Die ersten eineinhalb Minuten geht es gut, Christinas Hände umklammern das Geländer und ihre Arme zittern nicht. Aber dann klatscht der Fluss an die Felswände und ein Sprühnebel ergießt sich über Christina. Sie stößt mit dem Gesicht ans Geländer und schreit laut auf. Ihre Hände rutschen ab. Sie hält sich nur noch mit den Fingerspitzen fest. Sie versucht einen besseren Halt zu finden, aber jetzt sind ihre Hände nass. Oder soll ich ein Leben als Fraktionslose auf mich nehmen? Was ist schlimmer? Zuzusehen, wie jemand stirbt? Oder Mutterseelen allein und mit leeren Händen auf der Straße zu stehen? Wieder klatscht eine Welle gegen den Fels und die Gischt durchnässt Christina. Ihre Hände rutschen und diesmal gleitet eine ab. Jetzt klammert sie sich nur noch mit vier Fingern fest. Du schaffst es, Er klatscht in die Hände. Komm schon, halt dich wieder am Geländer fest. Du schaffst es, halt dich fest. Hätte ich überhaupt die nötige Kraft, sie festzuhalten? Ist es nicht sinnlos, einzugreifen, wenn man ohnehin zu schwach ist? Ich weiß, was diese Fragen in Wahrheit sind. Ausreden. Der Verstand des Menschen kann jedes Unrecht entschuldigen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns nicht auf ihn verlassen. Das hat mein Vater immer gesagt. Christina rudert mit dem Arm, tastet nach dem Geländer. Keiner feuert sie an, nur Al legt seine großen Hände vor den Mund und ruft ihr etwas zu und blickt ihr dabei ganz fest in die Augen. Ich wünschte, ich könnte mich bewegen, aber ich stehe wie fest gewurzelt da. Ich schaue auf Els Uhr. Vier Minuten sind vorüber. Er versetzt mir einen Stoß an die Schulter. Du schaffst es, sage ich. Meine Stimme ist nur ein Flüstern. Ich räuspere mich. Nur noch eine Minute, sage ich diesmal etwas lauter. Christina bekommt das Geländer mit der anderen Hand wieder zu fassen. Wieder spritzt Wasser auf Christinas Rücken. Sie kreischt auf, als sie mit beiden Händen vom Geländer abrutscht. Aber Christina fällt nicht. Sie bekommt die Gitterstäbe des Geländers wieder zu fassen. Ihre Finger rutschen am Metall nach unten. So weit, dass ich ihren Kopf nicht mehr sehe, nur noch ihre Finger. Die Uhr zeigt an, genau fünf Minuten vorüber sind. Die Zeit ist um. El spuckt Eric die Worte fast ins Gesicht. Eric blickt auf seine eigene Uhr. Er lässt Du kannst raufkommen, Christina. El geht zur Rieling. Nein, sagt Eric, das muss sie alleine schaffen. Nein, muss sie nicht. Sie hat getan, was du verlangt hast. Sie ist kein Feigling. Sie hat getan, was du wolltest. Eric antwortet nicht. El beugt sich übers Geländer. Er ist so groß, dass er Christinas Handgelenk zu fassen bekommt. Sie hält sich an seinem Unterarm Ich laufe hin, um ihm zu helfen. Ich fasse Christina unter der Schulter, sobald El sie hoch genug gezogen hat, und gemeinsam hieven wir sie übers Geländer. Sie sackt auf den Boden, ihr Gesicht ist noch vom Kampf Blut verschmiert und ihr Rücken klatt nass. Sie zittert am ganzen Leib. Ich kniehe mich neben sie. Sie hebt den Kopf, zieht erst mich an, dann El und wir alle atmen auf. In dieser Nacht träume ich, dass Christina wieder am Geländer hängt, diesmal an den Zehen, und jemand ruft, dass nur eine Unbestimmte ihr helfen kann. Ich laufe also hin, um sie hoch zu ziehen, aber jemand stößt mich über die Brüstung. Kurz bevor ich an den Felsen zerschelle, wache ich auf. Schweiß durchnässt und noch ganz zittrig gehe ich in den Mädchen Wasch Raum, um zu duschen und mich umzuziehen. Als ich zurückkomme, ist das Wort stiff mit roter Farbe quer über mein Bett gesprüht. Auch am Bettpfosten und auf meinen Kopfkissen steht das Wort, nur kleiner. Ich schaue mich um, mein Herz rast vor Wut. Hinter mir steht Peter. Er pfeift vergnügt, während er ab. Ich packe den Zipfel des Bettlagens und ziehe es von der Matratze. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber wir sind jetzt in derselben Fraktion. Keine Ahnung, wovon du sprichst, erwidert er lässig. Dann schaut er mich an und sagt, du und ich, wir beide werden niemals derselben Fraktion angehören. Wütend ziehe ich mein Kissen ab. Al kommt herein. Ihn muss ich nicht erst bitten, er kommt einfach her und hilft mir, mein Bett abzuziehen. Das Bettgestell werde ich später schrubben. Al stopft die Bettbezüge in den Mülleimer und gemeinsam gehen wir zum Trainingsraum. Beachte ihn nicht, sagt Al, er ist ein Idiot. Aber wenn du dich nicht aufstacheln lässt, gibt er irgendwann auf. Ja, ich streiche über meine Wangen, Sie glühen immer noch vor Wut. Hast du mit Will gesprochen? frage ich leise, um auf andere Gedanken zu kommen, nachdem, naja, du weißt schon, ja, ihm geht's gut, er ist nicht sauer auf mich, trotzdem, ich möchte es nicht noch einmal machen. Al schüttelt den Kopf, zu oft, zu schnell. Nein, wirklich nicht. Aber du wirst es müssen, sage ich, als wir sind. Beim Hineingehen verharrt mein Blick sofort auf der Tafel. Als ich meinen Namen lese, bleibe ich wie angewurzelt stehen. Mein Gegner ist Peter. Während Molly gegen Edward kämpft, klopft mein Herz so fest, dass ich es bis in die Fingerspitzen spüre. Ich weiß nicht mehr, wie ich mich hinstellen soll. Ich weiß nicht mehr, wie ich zuschlagen soll. Als ich schließlich an der Reihe bin, gehe ich langsam in die Mitte des Kampfplatzes. Mir wird ganz flau, als Peter auf mich zukommt. Alles in Ordnung mit dir, Steve? Du siehst aus, als wolltest du gleich zu heulen anfangen. Wenn du weinst, habe ich vielleicht ein klein wenig Mitleid mit dir. Vor steht mit verschränkten Armen an der Tür. Er hat den Mund verzogen, als hätte er gerade etwas saures gegessen. Neben ihm steht Eric. Einen Augenblick lang stehen Peter und ich nur da und starren uns an. Dann nimmt Peter die Fäuste vors Gesicht und winkelt die Ellbogen an. Auch seine Knie sind angewinkelt, zum Sprung bereit. Komm schon, Steve, nur eine kleine Träne. Oder wie wär's, wenn du dich aufs Betteln verlegst? Bei dem bloßen Gedanken Peter um Gnade zu bitten, kommt mir die Galle hoch und spontan versetze ich ihm einen Tritt in die Seite. Besser gesagt, ich hätte ihn in die Seite getreten, wenn er nicht meinen Fuß gepackt und zu sich herangezogen hätte. Ich plumpse hart auf den Boden, reiße aber meinen Fuß los und springe so schnell es geht wieder auf die Beine. Ich muss aufrecht stehen bleiben, damit er mich nicht an den Kopf treten kann. Das ist das Einzige, woran ich der Raum kippt und schwankt. Ich bin total aus dem Gleichgewicht. Ich kann nicht viel mehr tun, als zurück zu weichen, soweit es auf dem Kampfplatz überhaupt möglich ist. Blitzschnell setzt er nach und tritt mir in den Magen. Die Wucht presst mir die Luft aus den Lungen. Ich klappe einfach zusammen. Auf die Füße ist das Einzige, was ich denken kann. Ich richte anders. Kein Stechen, sondern eher ein Krachen in meinem Gehirn, das bunte Funken vor meinen Augen sprühen lässt. Blaue, grüne, rote. Ich will ihn wegschieben. Ich boxe gegen seine Arme, doch er schlägt wieder zu. Diesmal trifft er meine Rippen. Mein Gesicht ist nass, meine Nase blutig. Peter versetzt mir einen Stoß und ich falle hin. Dabei schürfe ich drichte ich mich auf. Vielleicht sollte ich besser liegen bleiben, weil sich der Raum so schnell um mich dreht und auch Peter wirbelt herum. Ich bin die Mitte eines Planeten, der sich dreht. Nur ich allein rühre mich nicht. Irgendetwas trifft mich von der Seite und bringt mich fast wieder zu Fall. Auf die Füße, auf die Füße. Vor meinen Augen zeichnet sich ein Umriss ab. Ein Körper. Ich schlage zu, so fest ich kann, und meine Fäuste treffen auf etwas Weiches. Meine Attacke entlockt Peter kaum mehr als ein leises Aufseufzen. Dann schlägt er mir mit der flachen Hand aufs Ohr und lacht verhalten. Ich höre ein Klingeln und versuche zu blinzeln, um die schwarzen Flecken in meinen Augen loszuwerden. Nur am Rande nehme ich wahr, nie geben nach. Der Boden fühlt sich kühl an. Irgendwas knallt mir in die Seite und zum ersten Mal schreie ich. Es ist ein spitzer Schrei, der von jemand anderem kommt, nicht von mir. Um mich herum wird alles schwarz. Als ich wieder zu mir komme, spüre ich nicht viel. Ich bin so benommen, als wäre mein Kopf voller Wattebäuschchen. Ich weiß nur, dass ich verloren habe. Mein benebeltes Gehirn macht vielleicht die Schmerzen halbwegs erträglich, aber es hindert mich auch daran, einen klaren Gedanken zu fassen. Hat sich ihr Auge schon blau verfärbt? fragt jemand. Ich öffne ein Auge. Das andere bleibt zu, als hätte es jemand festgeklebt. Rechts neben mir sitzen Will und Al. Christina sitzt links neben mir auf dem Bett. Geht's dir gut, Triss, fragt Al. Ja, ich wünschte, ich könnte immer hier bleiben, damit ich Peter nicht mehr sehen muss. Allerdings weiß ich nicht, wo hier überhaupt ist. Ich bin in einem langen, schmalen Raum. An beiden Seiten stehen Betten. Einige davon sind mit Vorhängen voneinander abgetrennt. Rechts ist der Bereich für das Pflegepersonal. Das muss die Krankenstation der Ferrox sein. Mach dir wegen Peter keine Sorgen, sagt Will. Er wird in Edwards seinen Meister finden. Der hat nämlich bereits mit zehn Jahren angefangen Nahkampf zu trainieren und das nur so zum Spaß. Gut, sagt Christina und blickt auf die Uhr. Wir müssen los, sonst kommen wir zu spät zum Essen. Oder möchtest du, dass wir hier bleiben, Triss? Ich schütte den Kopf. Ist schon okay. Mir geht's gut. Christina und Will stehen auf, aber Al bleibt da und nach Salbei und Zitronengras. Ich rieche es jede Nacht, wenn er sich auf dem Bett hin und her wirft und dann weiß ich, dass er wieder einen Albtraum hat. Ich wollte dir nur sagen, dass du Erics Ankündigung verpasst hast. Wir machen morgen eine Exkursion zum Zaun, um die verschiedenen Jobs bei den Ferox kennenzulernen. Wir sollen um 8.15 beim Zug sein. Gut, danke. Al wirft mir von der Seite einen Blick zu und kratzt sich verlegen am Hinterkopf. Die Stille zwischen uns breitet sich aus. Ich lächle, soweit es meine geschundenen Wangen eben zulassen und hoffe, damit die angespannte Atmosphäre zu lockern. Du musst dich ausruhen. Al steht auf, um zu gehen, aber ich halte ihn am Handgelenk fest. Al, ist alles in Ordnung mit dir? Er zieht es dir schon etwas leichter. Hm, prummelt er und zuckt mit den Achseln, ja, ein bisschen. Er zieht die Hand weg und steckt sie in die Hosentasche. Die Frage ist ihm anscheinend peinlich, denn er wird knallrot. Ich habe gegen Drew verloren, nach deinem Kampf mit Peter. Nur ein paar Schläge, dann bin ich hingefallen und liegen geblieben. In Wahrheit hätte ich noch weitermachen können. Ich schätze, ich schätze, da ich Will besiegt habe, komme ich nicht auf den letzten Platz, selbst wenn ich alle übrigen Kämpfe verliere, aber auf diese Weise muss ich wenigstens niemandem mehr wehtun. Ist es wirklich das, was du willst? Er lässt den Kopf hängen. Ich bring es einfach nicht über mich. Vielleicht bedeutet das, dass ich ein Feigling bin. Man ist kein Feigling, nur wenn man anderen Leuten nicht wehtun will. Einen Augenblick lang schauen wir uns schweigend an. Glaubst du, unsere Familien werden uns besuchen? Das heißt, die Familien aus anderen Fraktionen kommen meistens nicht zu den Besuchstagen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht wäre, wenn sie kommen. Ich denke, es wäre schlecht. Er nickt noch einmal zur Bekräftigung, dann geht er. In knapp einer Woche werden die Altruan Initianten zum ersten Mal seit der Zeremonie der Bestimmung ihre Familien wiedersehen. Sie werden nach Hause gehen, in den heimischen Wohnzimmern sitzen und erstmals wie Erwachsene mit ihren Eltern reden. Früher habe ich mich auf diesen Tag gefreut. Ich habe mir überlegt, was ich zu meiner Mutter und zu meinem Vater sagen würde. Vielleicht hätten meine Eltern mich sogar verstanden, wenn ich ihnen gesagt hätte, dass ich eine Unbestimmte bin und dass ich nicht wüsste, wofür ich mich entscheiden soll. Vielleicht hätten sie mir geholfen, herauszufinden, was genau eine Unbestimmte ist, was es bedeutet, so jemand zu sein und warum es gefährlich ist. Aber ich habe ihnen dieses Geheimnis nicht anvertraut. Und deswegen werde ich es auch niemals erfahren. Am nächsten Morgen schaffe ich es mit Christinas Hilfe gerade noch zu den Gleisen, als auch schon der Zug mit einem schrillen Pfeifen herankommt. Thor führt die Meute an. Er steht so nah an den Schienen, dass der Zug ihm die Nase abreißen wird, wenn er auch nur eine Hand breit näher rangeht. Er tritt einen Schritt zurück, um anderen dann zieht er die Beine nach. Thor hält sich am Seitengriff des Waggons fest und zieht sich trotz seiner Größe elegant hinein. Ich trabe neben dem Wagen her, beiße die Zähne zusammen und umklammere den Haltegriff. Das wird hellisch wehtun. Al fasst mich unter beiden Armen und hieft mich mit Leichtigkeit in den Wagen. Ein wilder Schmerz schießt durch meine Seite, doch er hält nur ein paar Sekunden an. Hinter Al sehe ich Peter und meine Wangen fangen an zu glühen. Thor hält sich an den beiden seitlichen Haltegriffen fest und lehnt sich weit aus dem Wagen, ohne dass seine Füße den Halt verlieren. Der Fahrtwind drückt sein T-Shirt fest gegen die Brust. Ich versuche an ihm vorbeizuspähen und zu erkennen, woran wir gerade vorbeifahren. Ein Meer aus verfallenen, verlassenen Gebäuden, die immer kleiner werden, je weiter wir uns entfernen. Aber alle paar Sekunden schweift mein Blick unwillkürlich zurück zuvor. Ich weiß selbst nicht genau, was ich zu sehen erwarte oder womöglich gar zu sehen hoffe. Ich tue es ohne nachzudenken. Was glaubst du ist dort draußen? Frage ich Christina und zeige mit dem Kinn Richtung Tür. Ich meine hinter dem Zaun. Sie zuckt die Schultern. Bauernhöfe schätze ich. Ja, aber was ist hinter den Bauernhöfen? Wovor beschützen wir die Stadt? Bis vor fünf Jahren gab es noch keine Wachen am Zaun, sagt Will. Kannst du dich noch daran erinnern, wie die Ferox-Polizei damals das Gebiet der Fraktionslosen kontrolliert hat? Die Bremsen kreischen und wir werden nach vorn geschleudert, als der Zug seine Fahrt verlangsamt. Statt verfallener Gebäude sieht man nur noch gelbe Felder und Eisenbahnschienen. Der Zug hält unter einer Art Vordach. Ich halte mich am Griff fest und lasse mich hinunter aufs Gras gleiten. Vor mir ist ein Maschendrahtzaun, an dessen oberem Ende Stacheldraht gespannt ist. Hinter dem Zaun stehen ein paar Bäume, die meisten sind abgestorben, nur einige sind noch grün, und auf der anderen Seite des Zauns patrouillieren bewaffnete Wachen. Mir nach, befiehlt Thor. Ich halte mich dicht an Christina. Ich gebe es zwar ungern zu, nicht einmal vor mir selbst, aber wenn ich in ihrer Nähe bin, beruhigt mich das. Thor führt uns zum Tor, das so breit ist wie ein Haus und auf eine holprige Straße hinaus führt. Wenn ihr es am Ende eurer Initiation nicht unter die ersten fünf schafft, werdet ihr wahrscheinlich hier landen, sagt Thor, als er das Tor erreicht, und wenn ihr erst einmal bei der Wachmannschaft am Zaun seid, habt ihr nur noch geringe Aufstiegschancen. Ihr könnt vielleicht jenseits der Amitee-Farmen auf Patrouille gehen, aber... Auf Patrouille? Wieso das denn? möchte Will wissen. Thor zieht die Schulter hoch. Das merkst du dann schon, wenn du zu den Wachen abkommandiert wirst. Wie ich schon sagte, die meisten, die den Zaun als junge Leute bewacht haben, bewachen ihn auch noch heute. Auf welchem Platz warst du seinerzeit? fragt Peter vor. Ich war erster. Und dann hast du dich für diesen Job entschieden? Peters dunkelgrüne Augen werden rund. Warum hast du keinen Job bei der Regierung angenommen? Ich wollte keinen, antwortet vor, tonlos. Ich muss daran denken, dass er im Kontrollraum arbeitet, von wo aus die Ferox die Sicherheit der Stadt überwachen. Ich kann ihn mir nur schwer von Computern umgeben vorstellen. Für mich gehört er in den Trainingsraum. In der Schule haben wir über die Berufe gesprochen, die die verschiedenen Fraktionen ausüben. Ferox haben in dieser Hinsicht wenig Auswahl. Wir können den Zaun bewachen oder für die Sicherheit in unserer Stadt sorgen. Wir können im Hauptquartier der Ferox arbeiten, Tattoos stechen, Waffen anfertigen oder auch gegeneinander kämpfen, um andere zu unterhalten. Oder wir können für die Ferox Anführer arbeiten. Das scheint mir die beste Wahl zu sein. Das Problem ist nur, dass ich auf einem absolut miesen Rang stehe und am Ende von Phase 1 stehe ich vielleicht ganz ohne Fraktion da. Am Tor halten wir an. Die Wachen sind vollauf damit beschäftigt, die beiden Torflügel aufzuziehen, um einen Lastwagen passieren zu lassen. Dann schließen die Wachen das Tor und verriegeln es wieder. Sie verriegeln es von außen. Ich beiße mir auf die Lippe. Weshalb schließen sie das Tor von außen und nicht von innen? Das sieht ja fast so aus, als wollten sie nicht jemanden aussperren, sondern jemanden einsperren, und zwar uns. Ich verscheuche den Gedanken aus meinem Kopf. Mit einem Seufzer der Erleichterung krieche ich in mein Bett. Zwei Tage sind seit meinem Kampf mit Peter vergangen und meine blauen Flecken färben sich allmählich violett. Obwohl meine Verletzungen noch nicht verheilt sind, musste ich heute gegen Myra antreten, die keinen guten Schlag anbringen kann, selbst wenn ihr jemand den Arm führt. Schon in den ersten beiden Minuten konnte ich einen Treffer landen. Sie fiel hin und war so benommen, dass sie nicht mehr auf die Beine kam. Ich sollte mich über meinen Sieg freuen, aber ein Mädchen wie Myra zu schlagen ist kein erhebendes Gefühl. Kaum habe ich mich ins Kissen sinken lassen, geht die Tür auf und Leute mit Taschenlampen drängen herein. Alle aufstehen! brüllt jemand. Hinter ihm leuchtet eine Taschenlampe auf, der Lichtstrahl lässt die Ringe in den Ohren des Eindringlings aufblitzen. Es ist Eric. Er hat eine Schar Ferrox bei sich, von denen ist dabei. Ihr habt genau fünf Minuten, um euch anzuziehen und uns bei den Gleisen zu treffen. Ich ziehe mir schnell Schuhe an und stolpere schwerfällig hinter Christina her. Wir schaffen es nur wenig später, als die gebürtigen Ferrox an den Gleisen anzukommen. Neben den Schienen türmt sich ein dunkler Haufen. Bei näherem Hinsehen erkennt man ein Wirrwarr aus Gewehrläufen und Abzugsbügeln. Neben Paintballs. Jeder schnappt sich ein Gewehr, schreit Eric. Alle rennen zu dem Stapel. Ich bin am nächsten dran, deshalb nehme ich mir das erstbeste Gewehr, das ich zu fassen kriege. Es ist schwer, aber nicht so schwer, dass ich es nicht aufheben könnte. Ich schnappe mir auch noch eine Schachtel mit Farbmunition. Die stecke ich in die Tasche und schnalle mir das Gewehr über den Rücken, und zwar so, dass sich die Gurte über der Brust kreuzen. In der Ferne erscheint ein Lichtkegel. Je näher er kommt, desto größer wird er. Der Lichtschein fällt seitlich auf Fours Gesicht und wirft einen Schatten in die kleine Vertiefung unter seinem Wangenknochen. Thor springt als erster auf den Zug auf, und ich laufe einfach hinterher, ohne abzuwarten, ob Christina oder Will oder Al mir folgen. Thor dreht sich um, als ich neben dem Wagen entlang trabe, und hält mir die Hand hin. Ich packe seinen Arm, und er zieht mich in den Waggon. Seine straffen Unterarmmuskeln treten unter der Haut hervor. Als alle im Wagen sind, sagt Thor, wir teilen uns in zwei Mannschaften auf, um Capture the Flag zu spielen. In seine Fahne verstecken kann, und kurz danach macht das zweite Team dasselbe. Das hier ist eine wichtige Tradition bei den Ferox, deshalb empfehle ich euch, die Sache ernst zu nehmen. Thor und ich sind die Mannschaftsführer, fährt Eric fort, und zuvor gewandt sagt er, lass uns zuerst die Fraktions Wechsler einteilen, okay? Frustriert werfe ich den Kopf in den Nacken. Bestimmt werden sie mich als Letzter auswählen, das spüre ich. Fang du an, sagt Thor. Eric zuckt mit den Schultern und ruft, Edward. Thor lehnt sich an den Türrahmen und nickt, seine Augen funkeln im Mondlicht, er lässt den Blick kurz und scheinbar absichtslos über uns schweifen und sagt dann, Stiff, komm her. Leises verhaltenes Gelächter ist zu hören. Willst du etwas beweisen? fragt Eric mit seinem unverkennbar höhnischen Grinsen. Oder suchst du dir nur die Schwächlinge heraus, damit du jemandem die Schuld geben kannst, wenn du verlierst? Thor zuckt die Schultern. So was in der Art. Was auch immer Thor vorhat, er rechnet damit, dass ich schwächer bin als die anderen. Und das passt mir nicht. Ich muss beweisen, dass er sich irrt. Ich muss das wirft ein anderes Licht auf seine Strategie. Christina gehört nicht zu den Schwächeren. Was genau hat er vor? Molly Will sagt Thor und kaut auf seinen Fingernägeln. L Drew Jetzt ist nur noch Myra übrig, also kommt sie zu mir, sagt Eric. Als nächstes sind die Anfänger aus unseren eigenen Reihen dran. Ich höre nicht mehr zu, welche Namen aufgerufen werden. Wenn Thor nicht irgendetwas beweisen will, indem er die Schwachen auswählt, was will er dann? Ich schaue der Reihe nach alle an, er gewählt hat. Welche Gemeinsamkeit verbindet uns? Als sie mit den Ferrox-Initianten beinahe durch sind, kommt mir eine Idee. Abgesehen von Will und wenigen anderen sind wir alle schmalschultrig und schlank. Alle in Erics Mannschaft sind breit und stark. Wir werden schneller sein als Erics Mannschaft, was wahrscheinlich von Vorteil ist bei diesem Spiel. Der Gedanke entlockt mir ein Grinsen, wenn auch ein verstecktes. Eric ist zwar skrupelloser als Thor, aber Thor ist schlauer. Der Zug nähert sich seinem Ziel. Ich bin fest entschlossen, diesmal auf meinen beiden Füßen zu landen. Gerade als ich abspringen will, stößt mich jemand an der Schulter und ich stolpere beinahe zur Waggon-Tür hinaus. Ich drehe mich nicht um. Ob Molly, Drew oder Peter, es ist mir egal, wer mich geschubst hat. Bevor sie es noch einmal versuchen können, springe ich ab. Diesmal bin ich auf den Schwung, den mir der fahrende Zug gibt, vorbereitet. Ich laufe ein paar Schritte, um ihn abzufangen, aber ich bleibe auf den Beinen. Eine wilde Genugtuung erfasst mich. Es ist nur ein kleiner Fortschritt, aber ich fühle mich plötzlich wie eine Ferox. Eine der gebürtigen Ferox legt vor die Hand auf die Schulter und fragt, zählen, Marlene, erwidert vorkühl. Komm schon, vor, quengelt sie und wirft ihm einen koketten Blick zu. Er schiebt ihre Hand weg und aus irgendeinem Grund grinse ich übers ganze Gesicht. Am Navy Pier, ruft ein anderer Ferox. Er ist groß, dunkelhäutig und hat schwarze Augen. Ein gut aussehender Typ. Mein Bruder war in der Mannschaft, die gewonnen hat. Sie haben die schlägt Will vor. Niemand hat etwas dagegen, also wenden wir uns nach Osten, Richtung Marschland, wo früher einmal der See war. Als ich noch klein war, habe ich immer versucht, mir auszumalen, wie es dort wohl ausgesehen hat, als noch ein See da war und als noch kein Zaun mitten im Schlamm stand, um die Stadt abzusichern. Aber es ist schwer, sich so viel Wasser an einem einzigen Ort vorzustellen. Wir überqueren die Brücke. Auch jetzt noch brauchen wir Brücken, denn der Schlamm ist zu weich, um drüber laufen zu können. Sobald man auf der anderen Seite ist, verändert die Stadt ihr Gesicht. Vor uns liegt ein Meer aus bröckelndem Beton und Glasscherben. Es ist unheimlich, wie still es in diesem Teil der Stadt ist. Es ist wie ein Albtraum. Man erkennt kaum, wohin man geht, denn Mitternacht ist schon vorüber und alle Lichter in der Stadt sind verloschen. Die Gebäude erstrecken sich bis zum Rand des Sumpfs. Eine Landzunge reicht in das Marschland hinein und darauf erhebt sich ein riesiges weißes Rad, an dem in regelmäßigen Abständen rote Gondeln hängen. Das Riesenrad. Wir gehen den Pier entlang. Die schlossen. Wir stehen vor einem Kinder Karussell. Manche Pferdchen sehen arg mitgenommen und verwittert aus. Ihre Schwänze sind ausgerissen und die Sättel abgeschlagen. Thor holt die Fahne aus seiner Tasche. In etwa zehn Minuten wird die andere Mannschaft an ihrem Platz sein. Ich schlage vor, ihr nutzt diese Zeit und überlegt euch eine Strategie. Will nimmt die Fahne an sich. Ein paar von uns sollten hier bleiben und die Fahne bewachen, während die anderen ausschwärmen und den Aufenthaltsort der gegnerischen Mannschaft ausfindig machen. Ach ja? Marlene, eine Ferox-Anfängerin, nimmt Will die Fahne aus der Hand. Wer hat dich denn zum Anführer gemacht, du abtrünniger Grünschnabel? Keiner, aber irgendjemand muss es ja sein. Vielleicht sollten wir uns eine defensivere Strategie überlegen. Wir könnten zum Beispiel warten, bis sie kommen und sie uns dann schnappen, schlägt Christina vor. So würden es Feiglinge machen, sagt Uriah, der gut aussehende Junge von vorhin. Ich bin dafür, dass wir alle ausschwärmen und zuvor die Flagge so gut verstecken, dass niemand sie findet. Alle reden wild durcheinander und die Diskussion wird immer hitziger. Was würde ich vorschlagen, wenn ich das Geschnatter von zwei Meilen sein, obwohl das öde Marschland als Versteck wohl eher nicht in Frage kommt. Der beste Weg, um sie zu finden, besteht nicht darin, zu streiten, wie und wo man nach ihnen sucht oder wie viele von uns einen Suchtrupp bilden. Der beste Weg ist, so hoch hinauf wie möglich zu klettern. Ich vergewissere mich kurz, dass mich niemand beobachtet. Dann gehe ich mit leisen, vorsichtigen Schritten zum Riesenrad und halte mit einer Hand mein Gewehr auf dem Rücken fest, damit es nicht klappert. Beim Blick nach oben stockt mir der Atem. Das Riesenrad ist höher, als ich dachte. So groß, dass ich die Gondeln ganz oben kaum sehen kann. Das einzig Gute daran ist, dass es gebaut wurde, um Lasten zu tragen. Wenn ich Spiel der Ferox zu gewinnen? Als ich die riesigen, rostigen Verstrebungen des Riesenrads betrachte, entdecke ich eine Sprossenleiter. Die Eisenträger sind gerade mal so breit wie meine Schulter, und nirgends gibt es ein Sicherungsgeländer. Aber eine Leiter hinauf zu steigen, ist immer noch besser, als an den Speichen eines Riesenrads entlang zu klettern. Triss, sagt jemand leise hinter mir. Ich blicke über die Schulter, hinter mir steht vor und hat das Gewehr über den Rücken geschnallt, genauso wie ich. Was gibt's? Ich würde gern wissen, was du zu tun gedenkst. Ich suche mir einen höheren Platz, sonst gedenke ich gar nichts zu tun. Ich sehe, wie er im Dunkeln lächelt. Schon gut, ich komme mit. Ich komme schon zurecht? Zweifellos, erwidert er, und aus seinen Worten höre ich weder Spott noch Ironie heraus. Sprosse um Sprosse steige ich hinauf, und als ich ein Stück hoch geklettert bin, folgt er mir. Er bewegt sich schneller als ich, und bald greifen seine Finger nach der Sprosse, auf der ich eben noch stand. Und jetzt verrate mir eines, sagt er leise, während wir weiter klettern, wofür glaubst du Ich schaue nach unten auf das Steinpflaster, es ist schon ziemlich weit weg, dabei habe ich gerade mal ein Drittel des Weges hinter mir, über mir ist eine Plattform, direkt unterhalb der Radnarbe, genau dort will ich hin. Der Wind, der unten sanft über meine Wangen strich, zerrt jetzt kräftig an mir, damit wir strategisch denken lernen, vielleicht auch, damit wir lernen, im Team zu arbeiten. Im Team! Er stößt ein seltsames Lachen aus, es klingt fast so, als schnappe er ängstlich nach Luft. Alles in Ordnung mit dir? Ja, aber was ist mit dir? Tickst du noch ganz richtig? So hoch oben, hast du denn gar keine Angst, Triss? Ich blicke über meine Schulter nach unten. Wenn ich jetzt falle, bin ich tot, aber ich werde nicht fallen. Ein Windstoß erfasst mich von links und ich werde zur Seite gedrückt. Erschrocken umklammere ich die Sprossen und versuche mein Gleichgewicht zu bewahren. Vor hält sich mit seiner kalten Hand an meiner Hüfte fest. Seine Finger berühren meine nackte Haut unter dem Saum des T-Shirts. Er drückt mich kurz und schiebt mich sachte nach links, damit ich wieder einen sicheren Stand habe. Jetzt bin ich diejenige, die Alles okay? fragt er leise. Ja. Ich klettere weiter bis zur Plattform. Ich setze mich und rutsche bis an den Rand, sodass auch Thor einen Platz zum Sitzen hat. Ohne lange zu überlegen lasse ich meine Beine über die Kante baumeln. Thor kauert sich neben mich und drückt sich an die Metallstreben. Sein Atem geht schwer. Du hast Höhenangst. Wie schaffst es damit bei den Ferox zurecht zu kommen? Indem ich sie nicht beachte. Wenn ich Entscheidungen treffe, dann tue ich so, als gebe es diese Angst nicht. Ich starre ihn verblüfft an. Ich kann mir nicht helfen, aber keine Furcht zu haben ist etwas anderes, als nur so zu tun, als hätte man keine. Ich habe ihn zu lange angestarrt. Was ist los? nichts. Ich drehe mich weg und lasse den Blick über die Stadt schweifen. Ein Gebäude nimmt mir die Sicht. Wir sind noch nicht hoch genug. Ich schaue nach oben. Über mir ist ein Gewirr aus weißen Stangen, das Gerüst des Riesenrads. Wenn ich vorsichtig bin und meine Füße zwischen die Streben und Stützträger klemme, kann ich Ich packe eine der Stangen über meinem Kopf und ziehe mich daran hoch. Stechender Schmerz schießt in meine verletzte Seite, aber ich achte nicht darauf. Teufel noch mal Stiff! Du musst ja nicht mitkommen, sage ich, dem Blick auf das Labyrinth aus Eisenstangen gerichtet. Ich setze den Fuß auf eine Stelle, an der sich zwei Streben kreuzen, ziehe mich nach oben und greife dabei nach einer weiteren Strebe. Einen Augenblick lang baumle ich in der Luft, mein Herz klopft so stark, dass ich nichts anderes mehr wahrnehme. Mein ganzes Denken konzentriert sich auf diesen Herz Schlag, pulsiert im gleichen Rhythmus. Ich komme mit, sagt er. Es ist völlig verrückt und das weiß ich auch. Ein winziger Fehlgriff, ein Sekundenbruch teilt Zaudern und mein Leben ist zu Ende. Hitze weiht in mir auf, aber als ich nach der nächsten Strebe greife, lächle ich. Ich ziehe mich hoch, mit zittrigen Armen und drücke die Beine durch, sodass ich feststehe. Als ich mich sicher fühle, schaue ich zu vor hinunter. Vor ergreift die Strebe mit einer Hand und zieht sich spielerisch daran hoch, so als setzte er sich gerade mal eben im Bett auf. Trotzdem sieht man ihm an, dass er sich nicht wohl dabei fühlt. Er ist so angespannt, dass sich seine Armmuskeln genau abzeichnen. Schluss damit. Es ist einfach lächerlich, in fast hundert Fuß Höhe über seine muskulösen Arme nachzudenken. Ich greife nach der nächsten Strebe und taste mit dem Fuß nach einem Halt. Als ich hinunter auf die Stadt schaue, versperrt mir das blauen Himmel ab. Nur die roten Lichter auf der Zentrale leuchten. Sie blinken halb so schnell wie mein Herz schlag. Die Straßen zwischen den Häusereien sehen aus wie Tunnel. Anfangs sehe ich nur ein dunkles Tuch über der Landschaft vor mir liegen. Die Gebäude und der Himmel und die Straßen und die Landschaft heben sich kaum voneinander ab. Dann erblicke ich ein kleines flackerndes Licht am Boden. Siehst du das? Als Thor direkt hinter mir ist, hört er aufzuklettern und blickt über meine Schulter. Sein Kinn ist ganz nah neben meinem Kopf. Sein Atem streift mein Ohr. Ja, er grinst breit. Es kommt vom Park am Anfang des Piers. Wirklich sehr schlau. Drumherum ist freier Platz und die Bäume geben trotzdem Deckung. Leider nicht genug. Okay, ich blicke ihn über die Schulter hinweg an. Wir sind uns so nahe, dass ich vergesse, wo wir sind. Stattdessen fällt mir auf, dass seine Mundwinkel von Natur aus leicht nach unten gebogen sind, genau wie meine, und dass er eine Narbe am Kinn hat. Ich räuspere mich. Kletter du nach unten, ich folge dir. Thor nickt und steigt nach unten. Sogar beim Dunkeln sehe ich, dass seine Hände knallrot sind und zittern. Ich drücke mich mit meinem ganzen Gewicht gegen eine der Querstreben und taste mit dem Fuß ein Stück tiefer nach Halt. Die Strebe löst sich quietschend aus der Verankerung und kracht gegen ein halbes Dutzend anderer Streben, ehe sie polternd auf dem Pflaster landet. Hilflos baumle ich verzweifelt taste ich mit den Füßen nach Halt, aber eine sichere Trittstelle ist nirgendwo in Reichweite. Meine Hände sind schweißnaß. Ich werde abrutschen. Ich werde abrutschen. Halte dich fest. Halte dich einfach nur fest. Ich habe eine Idee. Und dann klettert er weiter nach unten. Aber das ist die falsche Richtung. Gebannt schaue ich auf meine Hände, mit denen dunkelrot, fast violett. Sehr viel länger kann ich mich nicht halten. Ich drücke die Augen zu. Fours Turnschuhe quietschen auf dem Metall und dann höre ich schnelle Tritte auf den Leitersprossen. Fohr! schreie ich aus Leibeskräften. Vielleicht hat er sich aus dem Staub gemacht. Vielleicht hat er mich allein zurück gelassen. Vielleicht ist es ein Test. Wie stark, wie tapfer ich bin. aus. Ich zähle meine Atemzüge, um mich zu beruhigen. Eins, zwei, ein, aus. Mach schon vor, ist alles, was ich denken kann. Mach schon, tu endlich was. Dann höre ich ein Quietschen und ein Knirschen. Die Strebe, an der ich mich festhalte, erbebt. Ich schluchze mit zusammengebissenen Zähnen, während ich mich krampfhaft festklammere. Plötzlich setzt sich das Riesenrad in Bewegung. Der Wind nimmt zu, schwillt an, er pfeift um meine Hand- und Fußgelenke. Vorsichtig mache ich die Augen auf. Ich bewege mich nach unten, auf den Boden zu. Ich muss lachen, ich bin schwindelig vor lauter Freude. Die Erde kommt immer näher, aber ich werde auch immer schneller. Wenn ich mich nicht rechtzeitig fallen lasse, werden mich die Gondeln und das Metallgerüst zermalmen. Das Riesenrad Ich spanne meinen Körper, warte ab und erst als ich die Risse auf dem Gehweg erkennen kann, lasse ich mich fallen. Ich schlage mit den Füßen zuerst auf und meine Beine knicken unter mir weg. Fast automatisch ziehe ich die Arme an und rolle so schnell ich kann zur Seite. Ich bin in Sicherheit. Erleichtert schlage ich die Hände vor das Gesicht. Ich höre Schritte. Vor fasst mich an den Handgelenken. Ich lasse es zu, dass er meine Hände von meinem Gesicht weg zieht. Er nimmt eine meiner Hände in seine beiden Hände. Die Wärme, die von ihm ausgeht, lässt mich den Schmerz in meinen völlig verkrampften Fingern vergessen. Alles in Ordnung. Ja. Er fängt an zu lachen und nach kurzem Zögern stimme ich in sein Lachen ein. Ich setze mich auf und stütze mich mit der freien Hand ab. Mir ist nur allzu bewusst, wie dicht wir beisammen sitzen, höchstens eine Handbreit voneinander entfernt. Der Raum dazwischen knistert vor lauter Spannung. Thor steht auf und zieht mich hoch. Komm, jetzt holen wir uns ihre Flagge. Thor lächelt aufmunternd und macht sich dann auf den Weg zum Karussell, wo ein Teil unserer Mannschaft die Flagge bewacht. Halb renne, halb humple ich neben ihm her. Christina sitzt auf einem Plastikpferdchen. Dahinter steckt unsere Fahne. Im Dunkeln sieht sie aus wie ein leuchtendes Dreieck. Drei Ferox-Initianten lungern zwischen den alten schmutzigen Tierfiguren herum. Einer hat die Hand auf den Kopf eines Pferdes gelegt. Zwischen seinen Fingern hindurch blickt mich ein kaputtes Auge an und eine von den älteren Ferox sitzt am Rand des Karussells und kratzt mit dem Daumen an den vier Ringen in ihren Augen braun. Wo sind die anderen hin? fragt Vor. Die suchen unsere Gegner. Sagt mal, habt ihr das Riesenrad angestellt? fragt das ältere Mädchen. Was zum Teufel habt ihr euch dabei gedacht? Ihr hättet genauso gut schreien können, wir wissen, wo sie sind. Wir? Christina schaut abwechselnd vor, dann mich an. Ja, während ihr Däumchen gedreht habt, ist Triss am Riesenrad hoch geklettert, um nach der anderen Mannschaft Ausschau zu halten. Und was machen wir jetzt? fragt ein Ferox Anfänger gähnend. Vor blickt mich an. Langsam wandern die Augen der anderen von ihm zu mir. Auch Christina fixiert mich. Wir teilen uns in zwei Gruppen. Vier von uns gehen auf die rechte Seite des Peers, drei auf die linke. Die gegnerische Mannschaft hält sich im Park auf. Die Vierer Gruppe wird sie angreifen, während die Dreier Gruppe sich unbemerkt hinter sie schleicht und die Fahne ergattert. Klingt gut, sagt das ältere Mädchen und klatscht in die Hände. Okay, nutzen wir die Gunst der nächtlichen Stunde und bring es hinter uns. Christina geht mit mir auf die rechte Seite, zusammen mit Uriah. Dann rennt Christina los. Mit meinen kurzen Beinen muss ich doppelt so schnell rennen wie sie, um mit ihr Schritt zu halten. Beim Laufen wird mir klar, dass nur einer von uns die Flagge als erster berühren kann. Und dass es völlig egal sein wird, wessen Plan es war, der uns zur Flagge geführt hat, wenn ich sie nicht als erstes zu fassen bekomme. Obwohl ich kaum noch Luft kriege, laufe ich schneller, um Christina dicht auf den Fersen zu bleiben. Ich ziehe mein Gewehr von der Schulter und lege den Finger an den Abzug. Wir haben das Ende des Peers erreicht und laufen langsamer, damit man unsere Schritte nicht hört und ich halte wieder nach dem blinkenden Licht Ausschau. Vom Erdboden aus wirkt es viel größer als aus luftiger Höhe. Ich deute in die Richtung. Christina nickt und geht voran. Plötzlich ertönt ein vielstimmiges Geschrei und zwar so laut, dass ich einen Satz mache. Farbkugeln schwirren laut zischen durch die Luft und treffen ihr Ziel. Unsere Leute haben den Angriff gestartet. Die gegnerische Mannschaft stellt sich ihnen entgegen und die Fahne ist so gut wie unbewacht. Uriah zielt und schießt auf die letzte verbliebene Wache und trifft sie in den Oberschenkel. Der Wachposten, ein zierliches Mädchen mit violett gefärbten Haaren, wirft das Gewehr voller Wut auf den Boden. Ich beeile mich, um an Christinas Seite zu gelangen. Die Fahne hängt an einem Ast hoch über meinem Kopf. Ich strecke mich und im selben Moment greift Christina danach. Lass gut sein, Triss. Du bist doch schon die Heldin des Tages. Du weißt genau, dass du zu klein bist, um sie runterzuholen. Dann holt sie die Fahne vom Ast. Ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen, dreht sie sich um und stößt einen Siegesschrei aus. Auch Uriah fällt in den Jubel ein. Dann stimmen die anderen vier mit ein. Und aus der Ferne antwortet die zweite Gruppe unseres Teams mit Triumph Geheule. Christina schwenkt die Flagge hoch in der Luft. Alle versammeln sich um sie, packen ihren Arm, damit sie die Fahne noch höher halten kann. Eine Hand legt sich auf meine Schulter. Gut gemacht, Uriah. Er stapft durch den Waggon und setzt sich mir gegenüber. Marlene, das Mädchen mit dem koketten Lächeln, folgt ihm. Stimmt, sage ich knapp. Ziemlich clever von dir, sagt Marlene, um nicht zu sagen, fast so schlau wie eine Ken. Ich heiße übrigens Marlene. Triss, sage ich. Ja, ich weiß, wer du bist, sagt sie. Du bist als erste gesprungen. So jemanden vergisst man nicht. Es kommt mir vor, es seien schon Jahre. Ach was, Jahrzehnte vergangen, seit ich in den Kleidern einer Altruan vom Hausdach gesprungen bin. Uriah nimmt eine von den Farbkugeln von seinem Gewehr und drückt mit Daumen und Zeigefinger darauf. Der Zug schlingert nach links und Uriah fällt auf mich. Dabei zerquetscht er die Farbkugel und sprüht mir eine pinkfarbene, ekelhaft stinkende Farbe ins Gesicht. Marlene pustet los. Ich wische mir langsam etwas von der Farbe aus dem Gesicht und schmiere sie auf Uriahs Wange. Eeeh! Er drückt wieder auf die Farbkugel, aber die ist auf der falschen Seite, daher sprüht er sich die Farbe selbst in den Mund. Er fängt an zu husten und wirkt und tut so, als ob er am ersticken wäre. Ich wische mir mit dem Ärmel übers Gesicht und lache so wild, dass mein Magen wehtut. Wenn mein ganzes Leben so verläuft, mit schallendem Lachen und mutigen Taten und der wohligen Erschöpfung nach einem schweren aber erfolgreichen Tag, dann will ich zufrieden sein. Und als ich Uriah mit den Fingerspitzen die Farbe von der Zunge wischt, denke ich, dass ich nur die Initiation überstehen muss, dann wird dieses Leben mein Leben sein. Als ich am nächsten Morgen gähnend in den Trainingsraum trotte, steht neben der Tür ein Tisch auf dem Messer liegen. In der Mitte steht Eric in so aufrechter Haltung, dass man meinen könnte, er hätte eine Metallstange als Rückgrat. Bei seinem Anblick befällt mich sofort das Gefühl, dass mich die Luft im Raum erdrückt. Heute lernt ihr, wie man richtig zielt. Jeder nimmt sich drei Messer und gebt gut acht, wenn euch vor vorführt, wie man sie richtig wirft. Zuerst rührt sich niemand von der Stelle. Wird bald! Wir stürzen uns auf die Messer. Sie sind nicht so schwer wie die Gewehre, aber es ist trotzdem ein merkwürdiges Gefühl, sie in den Händen zu halten. Ich beobachte Fours Arm, als er das Messer schleudert, und beim nächsten Wurf beobachte ich, wie er steht. Er trifft jedes Mal ins Schwarze. Mir fällt auf, dass er tief ausatmet, wenn er das Messer loslässt. Über altes Handeln hilft hier gar nichts, denke ich. Ich muss es als mentale, nicht als körperliche Übung betrachten. Also übe ich die ersten Minuten ohne Messer, suche nach dem richtigen Stand, präge mir die richtige Armbewegung ein. Eric geht ungeduldig hinter uns auf und ab. Ich glaube, unsere kleine Stiff hat zu viele Schläge auf den Kopf ab bekommen, sagt Peter, der ein paar Schritte entfernt steht. Hey, weißt du nicht, was ein Messer ist? Ich beachte ihn nicht und übe weiter, diesmal mit dem Messer, ohne es jedoch loszulassen. Ich überhöre Eriks Schritte und Peters Spott und ignoriere das störende Gefühl, das vor mich nicht aus den Augen lässt und werfe schließlich das Messer. Um die Längsachse wirbelnd saust es auf das gönne mir ein zufriedenes Grinsen, als Peter wieder nicht trifft. Hey Peter, weißt du nicht, was ein Ziel ist? Eine halbe Stunde später ist L der Einzige, der die Scheibe noch nicht getroffen hat. Seine Messer fallen klappernd auf den Boden oder prallen von der Wand ab. Eric geht zu ihm und fragt, wie begriffsstutzig bist du eigentlich, Kandor? Brauchst du eine Brille oder soll ich dir die Zielscheibe vor die Füße stellen? L läuft rot an. Er wirft ein Messer, es fliegt weit am Ziel vorbei und klatscht gegen die Wand. Was war das denn, du Stümper? fragt Eric leise und baut sich dicht vor L auf. Es ist mir aus der Hand gerutscht, stammelt L. Wenn das so ist, dann solltest du es dir schleunigst wiederholen, sagt Eric. Er blickt reihum, alle haben aufgehört mit dem Messer zu werfen und blafft, habe ich was von aufhören gesagt? Messer klappern wieder gegen das Ziel. Wir alle haben Eric schon mehr als einmal wütend erlebt, aber diesmal ist es anders. In seinem Blick liegt ein beinahe teuflisches Flackern. Es holen? L reißt die Augen auf. Aber alle werfen? Na und? Ich will nicht getroffen werden. Alle aufhören, befiehlt Eric. Wir alle halten in der Bewegung inne und jegliche Unterhaltung verstummt. Macht mal Platz, sagt Eric und fixiert L. Alle bis auf dich. Ich lasse das Messer los, das klappernd auf den Boden fällt und stelle mich mit den anderen an die Wand. Stell dich vors Ziel, befiehlt Eric. Els große Hände zittern, aber er stellt sich vor die Scheibe. Hey, Thor, hilf mir mal kurz, ja? Du wirst da stehen bleiben, während Thor die Messer wirft, sagt Eric zu Al, und zwar so lange, bis du gelernt hast, nicht mehr mit der Wimper zu zucken. Ist das wirklich nötig? fragt Thor. Er klingt gelangweilt. Ich habe hier das Sagen, erinnerst du dich, sagt Eric so leise, dass ich ihn kaum verstehen kann. Thor läuft rot an, doch seine Miene bleibt ausdruckslos. Er umklammert das Messer fester, und seine Knöchel sind weiß, als er sich Al zuwendet. Ich blicke in Al's weit aufgerissene dunkle Augen, dann auf seine zitternden Hände, und von dort auf Fours vorgestrecktes Kinn. Die Wut übermannt mich, und ich platze damit heraus. Hört Stein erstarren lassen. Jeder Idiot kann sich vor eine Zielscheibe stellen, sage ich. Das beweist gar nichts. Das beweist nur, dass wir uns von dir herumkommandieren lassen, was, wie ich mich erinnere, ein Zeichen von Feigheit ist. Dann dürfte es dir ja nichts ausmachen, sagt Eric, wenn du seinen Platz einnimmst. Mich vor die Zielscheibe zu stellen, ist so ziemlich das allerletzte, was ich will. Aber jetzt kann ich keinen Rückzieher mehr machen. Ich stagse an den anderen vorbei und stelle mich vor die Zielscheibe. Mein Kopf reicht nicht einmal bis in die Kreismitte, doch das ist egal. Ich blicke wie gebannt auf Fours Messer. Eines hält er in der rechten Hand, zwei in der linken. Meine Kehle ist trocken. Ich versuche zu schlucken, dann schaue ich nur noch auf Fours. Er ist die menschgewordene Perfektion. Er wird mich nicht treffen. Es wird alles gut werden. Ich hebe das Kinn. Wenn du zusammen zuckst, sagt Fours langsam und mit Nachdruck, dann nimmt Al deinen Platz ein. Verstanden? Ich nicke. Fours hebt die Hand, macht eine schnelle Bewegung aus dem Gelenk heraus und schleudert das Messer. Ich sehe das Blitzen von Metall. Dann höre ich einen dumpfen Einschlag. Das Messer steckt in der Zielscheibe, nur eine Handbreit von meiner Wange entfernt. Ich schließe die Augen. Gott sei Dank. Hast du etwa schon genug, Stiff? fragt Fours. Ich denke an Al's weit aufgerissene Augen und an sein leises Schluchzen in der Nacht. Ich schüttle den Kopf. Nein! Dann mach die Augen auf. Ich Hände fest an die Seite gedrückt, damit niemand sieht, wie sie zittern. Er nimmt ein Messer aus seiner linken Hand in die rechte und ich konzentriere mich ganz auf seine Augen, als das zweite Messer die Zielscheibe über meinem Kopf trifft. Es ist sogar noch näher als das vorherige. Ich spüre, wie es direkt über meinem Kopf vibriert. Komm schon, Stiff, sagt Fours. Jemand anderes sollte sich vor die Zielscheibe stellen. Will er mich reizen, damit ich aufgebe? Will er, dass ich versage? Halt den Mund vor! Ich halte den Atem an, während er das dritte Messer in der Hand wiegt. Seine Augen funkeln verräterisch, als er ausholt und wirft. Das Messer fliegt der Länge nach wirbelnd auf mich zu und ich werde ganz stach. Diesmal spüre ich einen rühre mein Ohr. Das Messer hat es gestreift. Den Blick nach zu urteilen, den vor mir zu wirft, hatte es mit voller Absicht getan. Ich würde gerne sehen, ob der Rest von euch genauso wagemutig ist wie sie, sagt Eric aalglatt, aber ich denke, es reicht für heute. Er drückt meine Schulter. Seine Finger sind trocken und kalt und der Blick, den er mir zuwirft, ist herausfordernd. Ich sollte wohl besser ein Auge auf dich haben. Die letzte Bemerkung macht mir Angst, eine Angst, die ich in meiner Brust, in meinem Kopf, in meinen Händen spüre. Ich komme mir vor, als wäre das Wort unbestimmt auf meiner Stirn eingebrannt, als könnte er es lesen, wenn er mich nur lange genug anschaut, aber er nimmt wortlos die Hand von meiner Schulter und geht weiter. Zurück bleiben Thor und ich. Ich warte, bis niemand mehr im Raum und die Tür geschlossen ist, ehe ich ihn eines Blickes würdige. Er kommt langsam auf mich zu. Ist dein, setzt er an, das hast du absichtlich gemacht. Ja, das habe ich, und du solltest mir dankbar sein, habe. Ich beiße die Zähne aufeinander. Dir dankbar sein? Du hast beinahe mein Ohr abgetrennt. Wofür bitte sollte ich dir dankbar sein? Ehrlich gesagt, ich bin es allmählich leid, darauf zu warten, bis du es endlich begreifst. Er mustert mich, aber sein Blick ist nachdenklich. Seine Augen haben ein ganz besonderes Blau. Es ist so dunkel, dass es beinahe schwarz wirkt, mit kleinen, helleren Flecken, fast schon im Augenwinkel seiner linken ihres was soll das heißen, bis ich was begreife, dass du Eric beweisen willst, wie tough du bist, dass du genauso sadistisch bist wie er? Ich bin nicht sadistisch. Er hebt nicht einmal die Stimme. Ich wünschte mir, er würde schreien, dann würde ich mich nicht so sehr vor ihm fürchten. Er beugt sich ganz nah an mein Gesicht. Leise sagte er, wenn ich dir wehtun Seite. Er durchquert den Raum und schleudert ein Messer mit der Spitze so kräftig auf den Tisch, dass es mit dem Griff nach oben stecken bleibt. Ich fange ich an, aber da ist er schon weg. Besuchstag. Es ist mein erster Gedanke, als ich meine Augen aufschlage. Mein Herz hüpft vor Aufregung. Wir ziehen uns schweigend an, nicht einmal Christina lächelt. Uns allen ist klar, dass wir womöglich die Grube betreten, der Reihe nach jedes Gesicht mustern und kein einziges finden, das uns bekannt vorkommt. Ich fahre mir mit den Fingern durchs Haar und binde es zu einem Knoten. Rasch werfe ich einen prüfenden Blick auf meine Kleider. Bin ich für meine Eltern ordentlich genug angezogen? Meine Hose liegt eng an und was ihnen gefällt. Ich schiebe entschlossen das Kinn vor. Das ist jetzt meine Fraktion. So zieht man sich in meiner Fraktion nun mal an. Familiengrüppchen stehen in der Grube herum. Die meisten sind Ferox. Drew und Molly stehen alleine in einer Ecke. Ich unterdrücke ein Grinsen. Wenigstens sind ihre Familien nicht gekommen. Aber Peters Angehörige sind da. Er steht neben einem hochgewachsenen Mann mit buschigen Augenbrauen und einer kleinen sanftmütig dreinblickenden Frau mit roten Haaren. Beide tragen schwarze Hosen und weiße Hemden, die typische Kleidung der Kandor. Auf der anderen Seite der Grube steht Will bei einer blau gekleideten Frau. Sie ist zu jung, um seine Mutter zu sein, aber sie hat das gleiche Grübchen zwischen den Augenbrauen wie er, das umarmt gerade Christina eine dunkelhäutige Frau im Schwarz-Weiß der Kandor. Und dann sehe ich sie. Meine Mutter steht allein vor dem Geländer, die Hände vor der Brust gefaltet. Sie wirkt völlig fehl am Platz mit ihrer grauen Hose und der grauen Jacke, die bis zum Kinn hochgeknöpft ist, mit ihrer schlichten Frisur und ihrem sanften Gesichtsausdruck. Tränen schießen mir in die Augen. Sie ist gekommen. Sie ist meinetwegen gekommen. Ich gehe schneller. Sie sieht mich und einen Moment lang schaut sie mich ausdruckslos an, als würde sie mich nicht erkennen. Dann blitzen ihre Augen auf und sie breitet die Arme aus. Peer Tschüss, flüstert sie und streicht mir übers Haar. Sie riecht nach Seife und Waschpulver. Fang ich dann zu weinen, sage ich zu mir selbst. Ich umarme sie, bis meine Augen nicht mehr feucht sind. Sie berührt meine Wange. Lass dich anschauen. Man könnte meinen, du bist gewachsen. Sie legt mir den Arm um die Schulter. Ich schlendere mit ihr zum Geländer, von dem aus man hinunter in die Schlucht schauen kann. Ich bin glücklich, in ihrer Nähe zu sein. Wie gefühlsarm die letzten eineinhalb Wochen waren, spüre ich erst jetzt. Wo ist Vater? Besucht er Caleb? Ach, sie schüttelt den Kopf. Dein Vater musste heute arbeiten. Ich senke den Kopf. Du kannst es mir ruhig sagen, wenn er nicht kommen wollte. Ihr Blick wandert über mein Gesicht. Dein Vater war in letzter Zeit recht selbstsüchtig, aber das heißt nicht, dass er dich nicht liebt. Das kann ich dir versichern. Ich schaue sie erstaunt an. Mein Vater? Selbstsüchtig? Noch verblüffender als dieser Ausdruck ist es, dass ausgerechnet meine Mutter ihn als solches bezeichnet. Was ist mit Caleb? Wirst du ihn später besuchen? Ich wünschte, ich könnte es, sagt sie, aber die Ken haben den Altruan verboten, ihr Gelände zu betreten. Wie bitte? Das ist ja schrecklich, warum tun sie das? Die Spannungen zwischen unseren beiden Fraktionen sind größer als je zuvor. Ich wünschte mir, es wäre anders, aber ich kann wenig dagegen tun. Ich stelle mir Caleb vor, wie er unter den Neulingen der Ken steht und in der Menschenmenge nach unserer Mutter Ausschau hält, und bei dem Gedanken krampft sich alles in mir zusammen. In einiger Entfernung steht vor, ganz allein am Geländer. mit ihren Familien. Entweder möchte seine Familie ihn nicht sehen, oder er kommt aus einer anderen Fraktion. Aber aus welcher? Dort steht einer meiner Ausbilder. Ich beuge mich näher zu Mutter und flüstere, er schüchtert mich immer ein bisschen ein. Er sieht gut aus. Ohne nachzudenken nicke ich, sie lacht. Ich möchte sie von ihm weglotsen, aber gerade als ich vorschlagen will, woanders hinzugehen, dreht er sich zu uns um. Als er meine Mutter sieht, werden seine Augen groß. Sie tritt zu ihm und gibt ihm die Hand. Hallo, ich heiße Natalie, ich bin die Mutter von Beatrice. Ich habe noch nie gesehen, dass meine Mutter jemandem die Hand schüttelt. Thor ergreift unbeholfen ihre Hand und schüttelt sie zweimal. Die Geste wirkt aufgesetzt. Nein, wenn Thor so ungeschickt beim Händeschütteln ist, dann ist er kein gebürtiger Ferox. Thor Nett sie kennenzulernen. Ihre Tochter schlägt sich gut hier. Ich habe ihr Training überwacht. Seit wann gehört es zum Überwachen eines Trainings mit Messern auf mich zu werfen und mich bei jeder Gelegenheit zu tadeln? Das höre ich gern, erwidert meine Mutter. Ich habe schon einiges über die Initiation der Ferox gehört und mir Sorgen um meine Tochter gemacht. Thor sieht mich an, sein Blick wandert über mein Gesicht, von der Nase über den Mund bis zum Kinn. Dann sagt er, sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich kann mir nicht helfen, meine Wangen beginnen zu glühen, hoffentlich fällt es niemandem auf. Meine Mutter legt den Kopf schräg. Ist es möglich, dass wir uns von irgendwo her kennen? Das halte ich für ausgeschlossen, antwortet er, und seine Stimme ist mit einem Mal kalt und abweisend. Für gewöhnlich habe ich mit den Altruan nichts zu schaffen. Meine Mutter lacht. Sie hat ein helles Lachen, halb Hauch, halb Melodie. Das haben heutzutage nicht viele Leute. Ich nehme das nicht persönlich. Er scheint sich ein bisschen zu entspannen. geht. Jetzt dringt auch wieder das Tosen des Flusses in mein Bewusstsein. Ist er immer so? fragt sie. Nein, noch schlimmer. Hast du hier schon Freunde gefunden? Ein paar. Ich blicke mich nach Will und Christina und deren Familien um. Als Christina mich bemerkt, winkt sie mir lächelnd zu, was ich als Aufforderung nehme, mit meiner Mutter zu ihr zu gehen. Aber ehe wir zu Will und Christina gelangen, berührt mich eine kleine, rundliche Frau mit einer schwarz-weiß gestreiften Bluse am Arm. Entschuldige, kennst du meinen Sohn Albert? Albert? Oh, sie meinen Al. Ja, den kenne ich. Weißt du, wo wir beide ihn finden können? fragt sie und deutet auf den Mann hinter ihr. Er ist groß und massig wie ein Felsblock. Unverkennbar Al's Ich zeige auf die gläserne Decke über uns. Wenn ich Al sehe, richte ich ihm aus, dass sie ihn suchen. Ich mache Will und Christina mit meiner Mutter bekannt und Christina stellt mir ihre Mutter und ihre Schwester vor. Doch Cara, Wills ältere Schwester, wirft mir einen Blick zu, der eine Pflanze verdorren ließe, als Will uns einander vorstellt. Ich kann nicht glauben, dass du Cara, sagt Will ärgerlich, es gibt keinen Grund, unhöflich zu sein. Nein, natürlich nicht. Weißt du, wer sie ist? Sie zeigt auf meine Mutter. Sie ist die Frau eines Ratsmitglieds, nur damit du es weißt. Sie leitet die sogenannte Freiwilligenagentur, die angeblich die Fraktionslosen unterstützt. Glauben sie, ich wüsste nicht, dass sie die Waren horten, um sie an ihre eigene Fraktion zu verteilen, während wir manchmal einen ganzen Monat lang keine frischen Lebensmittel bekommen? Essen für die Fraktionslosen, dass ich nicht lache. Es tut mir leid, erwidert meine Mutter sanft, ich glaube, da irren sie sich. Von wegen irren. Nein, garantiert nicht, da könnt ihr altrua noch so oft behaupten, dass ihr liebenswürdige Gutmenschen ohne eine Spur von Eigennutz seid. Sprich nicht so mit meiner Mutter. Meine Wangen glühen und ich balle unwillkürlich die Fäuste. Noch so eine Beleidigung und ich breche dir die Nase, das schwirre ich. Nein, das wirst du nicht. Komm, Birges, wir sollten die Schwester deines Freundes nicht behelligen. Meine Mutter klingt sanft, aber sie fasst mich so fest am Arm, dass ich vor Schmerz fast aufschreie. und betritt einen der dunklen Gänge, die ich bis jetzt noch nicht erkundet habe. Mom, woher weißt du, wohin wir gehen müssen? Sie bleibt neben einer verschlossenen Tür stehen, stellt sich auf die Zehenspitzen und nimmt den Sockel der blauen Deckenlampe unter die Lupe. Dann nickt sie und wendet sich wieder mir zu. Keine Fragen, was mich betrifft. Wie geht es dir, Beatrice? Wie waren die Kämpfe? Auf welchem Platz stehst du? Du weißt, dass ich gekämpft habe? Du weißt, dass wir um Plätze kämpfen? Es ist kein Staatsgeheimnis, wie es bei der Initiation der Ferox zugeht. Ich bin eine der Letzten, Mom. Gut, die Letzten beobachtet niemand so genau. Was ich dich jetzt frage, Beatrice, ist sehr wichtig. Was war das Ergebnis niemandem. Ich schaue meiner Mutter in die blassgrünen Augen, die von einem dunklen Wimpernschatten umgeben sind. Das hier ist meine Mutter. Ich kann ihr vertrauen. Sie waren nicht eindeutig, sage ich leise. Das habe ich Was ist los Mom? Sie führt meine Hände an ihre Wangen. Ich bin deine Mutter und ich möchte nicht, dass dir etwas geschieht. Sagst du das, weil ich eine, setze ich an, aber sie hält mir den Mund zu. Sprich dieses Wort nicht aus. Niemals. Tori hatte also recht. Es ist gefährlich, eine Unbestimmte zu sein. Ich weiß nur leider nicht warum und noch weniger weiß ich, was genau es bedeutet, so zu sein. Warum? Sie schüttelt den Kopf. Das darf ich dir nicht sagen. Sie wirft einen wachsamen Blick über die Schulter, dorthin, wo man das Licht der Grube kaum noch sehen kann. Ich höre lautes Rufen und Reden, Gelächter und Schritte. Meine Mutter dreht sich wieder zu mir und zieht mich an, die Kiefer fest zusammengepresst. Ich möchte dich um etwas bitten. Ich darf deinen Bruder nicht besuchen, aber du kannst es tun, wenn deine Initiation beendet ist. Ich möchte, dass du zu ihm gehst und ihn bittest, das Simulationsserum, das für die Eignungstests verwendet wird, zu erforschen. Okay? Wirst du das für mich tun? Sie drückt mir einen Kuss auf die Wange. Ich muss Sie geht weg und ich bin zu verblüfft, um ihr zu folgen. Am Ende des Gangs dreht sie sich noch einmal um und sagt »Iss ein Stück Kuchen für mich mit, ja? Der mit Schokolade ist am besten. Sie lächelt seltsam und sagt leise »Ich liebe dich, weißt du?« Dann ist sie weg. Ich stehe allein in dem blauen Licht der Deckenlampe und mir wird schlagartig einiges klar. Sie war nicht zum ersten Mal hier. Sie hat sich an diesen Gang erinnert. Sie weiß, wie es bei der Initiation zugeht. Meine Mutter war eine Ferox. Während alle anderen den Nachmittag mit ihren Verwandten verbringen, kehre ich in den Schlafsaal zurück. Al ist da. Er sitzt auf seinem Bett und starrt an die Wand. Da bist du ja. Deine Eltern haben dich überall gesucht. Hast du sie getroffen? Er schüttelt den Kopf. Ich setze mich neben ihn aufs Bett. Wolltest du sie denn gar nicht wiedersehen? Ich wollte nicht, dass sie mich fragen, wie es mir geht. Sie hätten sofort gemerkt, ob ich lüge oder nicht. Naja, ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Du machst dich doch ganz gut. L lacht rau. Davon kann keine Rede sein. Seit meinem Sieg über Will habe ich sämtliche Kämpfe verloren. Ja, aber du hast absichtlich verloren. Könntest du ihnen das nicht erklären? Er schüttelt den Kopf. Dad wollte immer, dass ich hierher wechsle. Egal, was ich ihnen erklären würde, sie würden es nicht verstehen. Hast du dich deshalb für die Ferox entschieden? Wegen deiner Eltern? L schüttelt den Kopf. Nein, ich finde es wichtig, andere Menschen zu beschützen, sich für andere einzusetzen, so wie du dich für mich eingesetzt hast. Er lächelt mich an. Das ist doch die Grundüberzeugung der Ferox, oder nicht? Das ist der eigentliche Sinn, warum man furchtlos und tapfer ist. Es geht nicht darum, irgendwelche Leute grundlos zusammenzuschlagen. Vielleicht wird es ja besser, wenn wir die Initiation hinter uns haben. Nur dumm, dass ich womöglich letzter bin, sagt Al. Ich nehme an, das werden wir heute Abend erfahren. Eine Zeit lang sitzen wir schweigend nebeneinander. Es ist besser, hier zu sein, wo es ruhig ist, als in der Grube inmitten lauter Familien, die fröhlich Wiedersehen feiern. Wenn du in meiner Nähe bist, davor, sagt Al, dann denke ich, ich könnte genauso hierher gehören wie du. Ehe ich ihm eine Antwort geben kann, legt er den Arm um meine Schultern. Ich werde ganz steif bei der Berührung und meine Wangen fangen an zu glühen. Statt mich an ihn zu schmiegen, beuge ich mich vor. Sein Arm gleitet von meiner Schulter. Verlegen presse ich die Hände in rot wie meines. Tut mir leid, stammelt er, ich wollte nicht, tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte ihm sagen, er soll es nicht persönlich nehmen. Ich wünschte, ich könnte ihm erklären, dass wir uns zu Hause nur selten berührt haben und ich mir deshalb angewöhnt habe, beim kleinsten Anzeichen von Zuneigung auf Distanz zu gehen. Natürlich nimmt er es persönlich. Er ist Ich atme tief ein und beim Ausatmen zwinge ich mich zu einem Lächeln. Es gibt nichts, was dir leid tun müsste. Ich wische mir über die Hose, obwohl es nichts weg zu wischen gibt und stehe auf. Ich gehe dann mal. Er nickt, ohne mich anzusehen. Fühlst du dich ein bisschen besser? frage ich ihn. Ich meine, was deine Eltern angeht, nicht wegen ich beende den Satz nicht. Wie denn auch? Ich habe nicht den leisesten Schimmer, was ich sagen könnte. Oh, ja, ja, er nickt wieder, diesmal sehr entschlossen. Bis später, Triss. Es wäre zu schmerzlich, über die Familientreffen zu reden, deshalb sind die Abschlussergebnisse das einzige Thema beim Abendessen. Aber jedes Mal, wenn jemand in meiner Nähe darauf zu sprechen kommt, blicke ich ins Leere und tue so, als wäre ich taub. Mein Rang ist vermutlich nicht so schlecht wie am Anfang, aber vielleicht nicht gut genug, um am Schluss unter die ersten Zehen zu kommen, besonders wenn jetzt auch die Anfänger von den Ferox zu uns stoßen. Nach dem Abendessen gehen wir in den Schlafsaal zurück, und ich muss an mich halten, damit ich nicht losrenne. Unsere Bewertungen werden inzwischen aushängen, und ich möchte es so schnell wie möglich hinter mich bringen. Ich bin zu klein, um über die Köpfe der anderen hinweg zu schauen, aber als plötzlich eine Lücke entsteht, sehe ich, dass die Tafel auf dem Boden steht und mit der Rückseite zu uns gegen Fores Füße gelehnt ist. In der Hand hält er ein Stück kreide. »Morgen werdet ihr erfahren, wer uns verlassen muss, verkündet er. Der Umstand, dass ihr im Gegensatz zu unseren eigenen Leuten von anderen Fraktionen kommt, spielt keine Rolle. Vier von euch könnten ohne Fraktion dastehen und keiner von den Ferox. Aber es könnte ebenso gut genau andersrum sein. Auch jede andere Kombination ist denkbar. So, und hier sind eure Bewertungen. Er hängt die Tafel auf und tritt ein paar Schritte zurück, damit wir alle das Ranking sehen können. Erster Edward, Edward, zweiter Peter, dritter Will, vierte Christina, fünfte Molly, sechste Triss, sechste, das gibt's doch gar nicht. Mein Blick leitet ans Ende der Liste. Siebter Drew, achter Elle, neunte Myra. Elle ist zwar nicht letzter, aber wenn die Ferox-Initianten in Phase 1 nicht komplett versagt haben, ist er so gut wie weg. Peter hat kein Wort gesagt, als die Bewertungen angeschrieben wurden. Wortlos geht er zu seinem Bett, setzt sich hin und bindet seine Schnürsenkel auf. Sein Verhalten macht mich misstrauisch. Er kann mit dem zweiten Platz nicht zufrieden sein, nicht jemand wie Peter. In dieser Nacht fällt es mir schwer einzuschlafen. Wenn meine Mutter eine Ferox war, weshalb ist sie dann zu den Altruan gewechselt. Mochte sie den Frieden dort? Das tägliche Einerlei? Die Güte der Menschen? All das, was ich vermisse, wenn ich mir erlaube, daran zurückzudenken? Ich vergrabe mein Gesicht im Kissen. Mutter hat mir aufgetragen, Caleb zu bitten, er solle das Serum untersuchen, das bei den Simulationen verwendet wird. Die Frage ist nur, warum? Hat es etwas damit zu tun, dass ich eine Unbestimmte bin? Oder hat es einen anderen Grund? Ich habe tausend Fragen an sie, und sie ist weggegangen, ehe ich auch nur eine einzige stellen konnte. Jetzt schwirren sie mir durch den Kopf, und ich bezweifle, dass ich jemals wieder schlafen kann, solange ich keine Antworten darauf habe. Ich höre, wie jemand durch den Raum schlurft. Ich hebe den Kopf, höre Schritte und das Quietschen eines Schuhs, dann einen dumpfen Schlag, und dann ein Aufheulen, so grässlich, dass mir das Blut gefriert und die Haare zu Berge stehen. Ich schlage die Decke zurück und springe aus dem Bett. Mach das Licht an, ruft jemand. Ich gehe in die Richtung, aus der der Schrei gekommen ist, langsam, damit ich nicht über etwas stolpere. Ich bin wie in Trance. Ich will eigentlich gar nicht sehen, was los ist. Ein solcher Schrei bedeutet Blut und Knochen und schlimmste Qualen. Das Licht geht an. Edward liegt neben seinem Bett auf dem Fußboden und presst sich die Hand aufs Gesicht. Um seinen Kopf sehe ich Blut und zwischen seinen verkrampften Fingern ragt ein silberner Messergriff hervor. Jemand hat ihm ins Auge gestochen. Myra, die direkt neben Edwards Füßen steht, schreit wie wahnsinnig. Ein anderer schreit ebenfalls. Und eine dritte Person ruft um Hilfe, während Edward auf dem Fußboden sich windet und winselt. Ich kniee mich neben seinen Kopf und lege ihm die Hand auf die Schulter. Bleib liegen. Atme. Zieht es raus, schreit Edward. Zieht es raus, zieht es raus, zieht es raus. Nein, beschwöre ich ihn, du musst warten, bis ein Arzt das Messer entfernt. Atme weiter. Als die Sanitäterin eintrifft, befiehlt sie mir zurückzutreten und ich mache ihr Platz. Meine Hände und meine Füße sind voller Blut. Ein kurzer Blick in die Runde sagt mir, dass nur zwei Leute fehlen. Drew und Peter. Am nächsten Abend ist Edwards Bett abgezogen und seine offenen Schubladenfächer sind leer geräumt. Auf der anderen Seite, bei Myras Bett, sieht es genauso aus. Als ich von Christina wissen will, was los ist, sagt sie nur, sie haben aufgegeben. Auch Myra? Sie sagte, ohne Edward wolle sie nicht länger hier bleiben. Wenigstens hat Al jetzt noch eine Chance. Al wäre eigentlich rausgeschmissen worden, aber Edwards Weggang hat ihn davor bewahrt. Die Ferox wollen ihm bis zur nächsten Initiationsphase eine Chance geben. Wer ist sonst noch weggeschickt worden? Wieder zuckt Christina die Schultern. Zwei Anfänger von den Ferox, keine Ahnung wie sie heißen. Ich nicke und schaue zur Tafel. Jemand hat die Namen von Edward und Myra durchgestrichen und die Platzierungen vor unseren Namen geändert. Peter ist erster, Will zweiter. Ich bin fünfte. Als jetzt sind wir nur noch sieben. Offenbar gehört zum zweiten Teil der Initiation, dass man zusammen mit den anderen Anfängern in einem dunklen Gang hockt und sich fragt, was hinter einer verschlossenen Tür vor sich geht. Irgendwann öffnet Thor die Tür und ruft Lynn. Er winkt die Ferox-Anfängerin zu sich und sie geht den Gang entlang. In dem blauen Licht leuchtet ihr kahlgeschorener Kopf. Schweigend sitzen wir die nächsten zwanzig Minuten da. Dann geht die Tür wieder auf und Thor ruft den nächsten auf. Peter. Jede Minute die verrinnt strapaziert meine Nerven wie raues Sandpapier. Allmählich werden wir weniger. Jetzt sind nur noch Uriah, Drew und ich übrig. Schließlich kommen auch Uriah und Drew dran und nach einer gefühlten Ewigkeit geht die Tür auf und Thor winkt mich weil ich mich so lange an die Wand gelehnt habe. Thor fasst mich an der Schulter und führt mich in den Raum. Dann schließt er die Tür. In dem Zimmer steht ein Metallstuhl, der mich sofort an den Eignungstest erinnert. Daneben ist ein Apparat aufgebaut, der mir ebenfalls bekannt vorkommt. Auf einem Tisch in der Ecke steht ein Computermonitor. Setz dich. Thor packt mich an den Armen und schiebt mich weiter. Was ist das für eine Simulation? Hast du schon mal den Ausspruch gehört? Blicke deinen Ängsten ins Auge? Wir nehmen das wörtlich. In dieser Simulation wirst du lernen, wie man seine Gefühle in einer furchteinflößenden Lage kontrolliert. Mit zittriger Hand streiche ich über meine Stirn. Simulationen sind nicht die Wirklichkeit und dementsprechend keine echte Gefahr. Aber meine Angst kommt ganz tief aus dem Bauch und ich muss meine ganze Willenskraft aufbieten, um zum Stuhl zu gehen, mich hinzusetzen und meinen Kopf auf die Kopfstütze zu legen. Die Kälte des Metalls dringt durch meine Kleider. Thor fährt mit den Fingern meinen Hals entlang und ich verkrampfe mich sofort. Eine zärtliche Geste? Nein, er muss mein Haar zur Seite streifen. Er klopft auf etwas und ich drehe den Kopf, um zu sehen, was es ist. Thor hält eine Spritze mit einer langen Injektionsnadel in der Hand. Sein Daumen liegt auf dem Drücker. Die Flüssigkeit in der Spritze ist orange. Eine Injektion? Mein Mund wird trocken. Wir führen hier eine ausgefeiltere Version der Simulation durch. Ein anderes Serum und ohne, dass du an Kabel oder Elektroden angeschlossen wirst. Und wie funktioniert das so, ganz ohne Kabel? Ich bin sehr wohl angeschlossen. Auf diese Weise kann ich sehen, was vor sich geht, sagt er. Was dich betrifft, in dem Serum ist ein winziger Sender, der die Daten an den Computer weiterleitet. Er dreht meinen Arm zur Seite und drückt die Nadel spitze in die zarte Haut seitlich am Hals. Ein brennender Schmerz lässt mich zusammenzucken und ich versuche mich ganz auf seinen ruhigen Gesichtsausdruck zu konzentrieren. Die Wirkung des Serums setzt in 60 Sekunden ein. Diese Simulation ist anders als beim Eignungstest. Zusätzlich zu dem Sender, der in dem Serum enthalten ist, regt es die Amygdala an. Das ist der Teil des Gehirns, der unangenehme Gefühle wie zum Beispiel Angst verarbeitet und Halluzinationen hervorruft. Die elektrischen Ströme in deinem Gehirn werden auf den Computer übertragen, der deine Halluzinationen in ein bewegtes Bild verwandelt, das ich am Bildschirm sehen kann. Diese Aufzeichnungen werde ich an unsere Ferrox-Administratoren weiterleiten. Du verbleibst in dem Halluzinationszustand, bis du dich beruhigt hast. Das heißt, wenn deine Pulsfrequenz zurückgeht und du deine Atmung wieder das erste Mal ist immer am schwersten. Seine Augen sind das Letzte, was ich sehe. Ich stehe in einem Feld. Dürres Gras reicht mir bis zur Hüfte. Ich höre ein Rascheln. Es klingt, als blättere der Wind die Seiten eines Buches um, aber hier ist kein Wind. Die Luft steht. Sie ist nicht warm und nicht kalt. Eigentlich kommt sie mir gar nicht wie Luft vor, aber ich kann atmen. Ein Schatten huscht über mich hinweg und etwas setzt sich auf meine Schulter. Ich spüre das Gewicht und das Kitzeln von Federn. Ich schüttle die Arme, um es abzustreifen. Ich schlage mit den Händen danach und fühle etwas Weiches, Zartes. Eine Feder. Ich blicke zur Seite. Ein schwarzer Vogel, so groß wie mein Unterarm. Er dreht den Kopf und starrt mich aus einem runden, glänzenden Auge an. Eine Krähe. Ich beiße die Zähne zusammen und schlage erneut mit einer Hand nach der Krähe. Sie vergräbt den Kopf in den Federn und bewegt sich nicht. Ich schreie, mehr aus Wut als aus Schmerz, und schlage mit beiden Händen auf die Krähe ein, aber sie rührt sich nicht von der Stelle. Der Himmel verdunkelt sich, als schürbe sich eine Wolke vor die Sonne. Ich blicke nach oben. Eine Horde von Krähen kommt auf mich zu, eine Armee aus gespreizten Krallen und aufgerissenen Schnäbeln. Ich will weglaufen, doch meine Füße sind wie angewurzelt und verweigern jede Bewegung. Ich schlage um mich, meine Hände klatschen hart gegen ihre Körper, aber es nützt nichts, es sind zu viele, und ich bin allein. Sie picken an meinen Fingern und stürzen sich immer wieder aufs Neue auf mich. Flügel streifen meinen Nacken, Klauen reißen an meinen Haaren. Ich drehe und winde mich, stürze zu Boden, halte die Arme schützend über meinen Kopf. Ich spüre eine Zappelbewegung im Gras. Eine Krähe zwängt sich unter meinem Arm hindurch. Ich mache die Augen auf und sie pickt mir ins Gesicht, Blut tropft ins Gras und ich fange an zu schreien, zu schluchzen. Hilfe, Hilfe! Die Krähen flattern noch wilder, es dröhnt laut in meinen Ohren. Mir tut alles weh, sie sind überall, ich kann keinen Gedanken mehr fassen, ich kann nicht mehr atmen. Ich ringe nach Luft, mein Mund ist voller Federn, die Federn stecken mir im nicht wirklich ist, obwohl es mir so vorkommt, es kommt mir so schrecklich wirklich vor. Sei tapfer, ich rufe mir vorst Stimme ins Gedächtnis, ich schreie nach ihm, atme Federn ein und atme einen Hilferuf aus, aber es kommt keine Hilfe, ich bin allein. Du verbleibst in dem Halluzinationszustand, bis Schnabel an meinem Mund, beruhige dich, ich kann nicht, ich kann nicht, mein Kopf dröhnt, atme, ich halte meinen Mund festgeschlossen und atme durch die Nase, ich bin schon Stunden allein auf diesem Feld, Tage, mein Herz klopft wie wild, ich muss mich beruhigen, ich atme wieder und Tränen strömen über mein Gesicht, ich breite die Arme aus und atme tief ein und aus, lasse es zu, ich lasse sie mit den Flügeln schlagen, lasse sie krechzen und picken und stochern, entspanne einen Muskel nach dem anderen, finde mich damit ab, dass ich bald ein zerpflückter Kadaver sein werde, der Schmerz ist überwältigend. Ich schlage die Augen auf und sitze wieder auf dem Metallstuhl, aufstöhnen ziehe ich die Knie an und berge den Kopf zwischen ihnen. Es ist vorbei, sagt Vor, seine Hand streicht mir unbeholfen übers Haar, ich streiche mit den Handflächen über meine Arme, immer noch begierig, die Federn abzustreifen, obwohl ich weiß, dass da gar keine sind. Triss, ich wiege meinen Oberkörper vor und zurück. Triss, ich bringe dich in den Schlafsaal zurück, okay? Er packt mich am Arm und zerrt mich vom Stuhl hoch. Ich blinzle die Tränen weg, wische mir mit dem Handrücken über die Wangen und lasse es zu, dass er mich zur Hintertür führt. Schweigend gehen wir den Gang entlang. Wir sind noch ein gutes Stück vom Schlafsaal entfernt, als ich mich aus seinem Griff befreie und stehen bleibe. Warum hast du das mit mir gemacht? frage ich ihn vorwurfsvoll. Was für einen Sinn soll das haben? Ich wusste nicht, dass ich mich für wochenlange Quälereien entschied, als ich die Ferox wählte. Hast du geglaubt, es sei einfach, seine Feigheit zu überwinden? Das hatte nichts mit dem Überwinden von Feigheit zu tun. Wie man sich im wirklichen Leben verhält, das hat etwas mit Feigheit zu tun. Aber im wirklichen Leben werde ich nicht von Krähen zu Tode gepickt. Wie man trotz großer Angst klar denkt, ist eine Lektion, die jeder lernen muss. Und genau das versuchen wir, dir beizubringen. Ich versuche es, ja. Meine Unterlippe zittert. Aber ich habe versagt. Ich versage immer. Er seufzt. Wie lange, glaubst du, hat die Halluzination gedauert, Triss? Keine Ahnung. Ich schüttel den Kopf. Vielleicht eine halbe Stunde? Drei Minuten, antwortet er. Du warst dreimal so schnell wie die anderen. Was immer du auch sein magst, eine Versagerin bist du nicht. Deine Ängste sind selten das, als was sie dir in den Simulationen erscheinen. Was meinst du damit? Naja, fürchtest du dich tatsächlich vor Krähen? fragt er mit einem leisen Lächeln. Seine Augen blicken jetzt so warm, dass ich glatt vergesse, dass er mein Ausbilder ist. Nein, eigentlich nicht. Ich verspüre den unwiderstehlichen Drang, ihm noch näher zu sein. Dummkopf, foppt mich eine innere Stimme. Ich lehne mich neben ihn an die Wand und lege den Kopf schräg, damit ich ihn sehen kann. So wie schon am Riesenrad weiß ich ganz genau, wie viel Platz zwischen uns beiden ist. Eine Handbreit. Ich rücke ein Stückchen dichter an ihn heran. Weniger als eine Handbreit. Mir wird ganz warm. Ich wusste gar nicht, dass es so schwierig ist, eine Ferox zu werden. Man sagt, es war nicht immer so. Ford zieht die Schultern hoch. Ein Ferox zu sein, meine ich. Was hat sich geändert? Die Führung. Wer die Ausbildung leitet, legt fest, wie man sich als Ferox zu verhalten hat. Vor einigen Jahren haben Max und die anderen Anführer die Ausbildungsmethoden geändert, damit mehr Wettbewerb unter den Initianten herrscht und sie gewaltbereiter werden. Damit wollen sie angeblich die Stärken und Schwächen der Leute besser erkennen. Aber das hat die Werte der Ferox von Grund auf verändert. Du kannst dir vielleicht denken, wer der besondere Günstling unserer älteren Anführer ist. Eric, sie haben ihn darauf gedrillt, grausam zu sein. Und jetzt drillt er uns, grausam zu sein. Ich blicke Vor nachdenklich an. Bei ihm hat diese Ausbildung nicht gefruchtet. Wenn du bei deiner Initiation Erster warst, was war dann Eric? Er war Zweiter. Das heißt aber auch, er war nur ihre zweite Wahl als Anführer. Vor widerspricht mir nicht. Also habe ich recht. Ich will ihn fragen, weshalb er den Posten ausgeschlagen hat, wieso er auf keinen Fall ein Anführer sein will, wo ihm das Führen doch anscheinend in die Wiege gelegt ist. Aber ich weiß, wie Vor auf persönliche Fragen reagiert. Schniefend wische ich mir nochmal übers Gesicht und streiche mein Haar glatt. Sehe ich aus, als hätte ich geweint? Hm. Er beugt sich dicht zu mir, kneift die Augen zusammen und erforscht mein Gesicht. Ein Lächeln spielt um seine Mundwinkel. Wenn er noch näher kommt, atmen wir dieselbe Luft ein, falls ich dann noch weiß, wie man atmet. Nein, Triss, sagt er. Ein ernsterer Blick tritt an die Stelle des Lächelns. Du siehst knallhart aus. Ich platze mitten in eine Versammlung. Fast alle Initianten, sowohl die gebürtigen Ferox als auch die anderen, stehen zwischen den Betten und umringen Peter. Mit beiden Händen hält er ein Blatt Papier fest. Die Massenflucht unter den Kindern der Altruan-Anführer ist auffällig und kann nicht bloß im Zufall zugeschrieben werden, liest er vor. Der erst vor kurzem erfolgte Wechsel von Beatrice und Caleb Pryor, den Kindern von Andrew Pryor, lässt Zweifel aufkommen an der Seriosität der Werte und Lehren der Altruan. Mich überläuft es kalt. Mein Vater! Jetzt greifen die Ken schon meinen Vater an. Aus welchem anderen Grund sollten die Kinder eines so einflussreichen Mannes sich entscheiden, die Lebensweise, die er ihnen vorgelebt hat, nicht mehr für die vortrefflichste zu halten? Molly Edward, die ebenfalls zu den Ferox übergetreten ist, vermutet, dass möglicherweise Verhaltensstörungen und Missbrauch in der Erziehung daran schuld sind. Einmal habe ich gehört, wie sie im Schlaf gesprochen hat, erzählt Molly. Sie hat gesagt, ihr Vater solle aufhören, etwas zu tun. Ich weiß nicht, was es war, aber sie hatte Albträume davon. Molly. Was ist hier los? frage ich. Peter hört auf zu lesen und einige Leute drehen sich um. Manche sehen mich wie Christina bedauernd an, aber die meisten feixen und werfen sich vielsagende Blicke zu. Peter ist der Letzte, der sich mit einem breiten Grinsen im Gesicht zu mir umdreht. Gib das her, sage ich und strecke die Hand aus. Mein Gesicht glüht. Ich bin noch nicht fertig mit dem Lesen, antwortet er grinsend. Er überfliegt das Blatt wieder. Aber vielleicht ist die Antwort nicht bei einem moralisch verderbten Mann zu suchen, sondern in den überkommenen Wertvorstellungen einer ganzen Fraktion. Vielleicht lautet die Antwort darauf, dass wir unsere Stadt allzu leichtfertig frömmelnden Tyrannen anvertraut haben, die nicht wissen, wie sie uns aus der Armut in den Wohlstand führen können. Ich renne hin und will ihm das Papier aus der Hand reißen, doch er hält es so hoch über meinen Kopf, dass ich es nicht zu fassen kriege. Ich trete mit dem Absatz so fest ich kann auf seine Zehenwurzeln. Er beißt die Zähne zusammen, um nicht aufzustöhnen. Dann stürze ich mich auf Molly. Ich hoffe, sie mit der schieren Wucht meines Angriffs umzuwerfen, aber ehe ich ihr etwas tun kann, legen sich kalte Hände um meine Taille. Will zieht mich von ihr weg und schleppt mich hinaus in den Gang. Sobald die Tür hinter uns zufällt, lässt er mich los. Ich versetze ihm einen Stoß, so fest ich kann. Was soll das? Hast du gedacht, ich könnte mich nicht selbst gegen dieses Kandor-Gesindel verteidigen? Nein, Will stellt sich vor die Tür. Ich wollte dich nur vor einer Schlägerei im Schlafsaal bewahren. Beruhige dich. Ich lache bitter. Ich soll mich beruhigen? Beruhigen? Das ist meine Familie, über die sie geredet haben. Meine Fraktion. Nein, ist es nicht. Es ist eine alte Fraktion. Und es gibt nichts, womit du die da drin zum Schweigen bringst, also kannst du sie auch genauso gut ignorieren. Die Tür geht auf und Christina und Al kommen heraus. Ich lasse mir ein Tattoo stechen, verkündet Christina. Willst du mitkommen? Ich streiche meine Haare aus dem Gesicht. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mitzugehen und nicht mehr an das zu denken, was sich außerhalb des Geländes der Ferox abspielt. Al trägt Christina Huckepack vor mir her. Sie kreischt, als er sich mitten durch die Leute drängelt und alle versuchen einen möglichst weiten Bogen um die beiden zu machen. Meine Schulter brennt immer noch. Christina hat mich überredet, mir, genau wie sie, das Zeichen der Ferox eintätowieren zu lassen. Ein Kreis mit einer Flamme. Christina hat mich auch dazu überredet, ein schulterfreies Top zu erstehen und meine Augen wieder mit einem schwarzen Stift nachzufahren. Ich habe es aufgegeben, mich ihrem Styling versuchen zu widersetzen. Nicht zuletzt, weil ich festgestellt habe, dass sie mir Spaß machen. Will und ich gehen hinter Christina und Al her. Und? Wovor hattest du heute Angst, Triss? Zu viele Krähen um mich herum. Und du? Er lacht. Zu viel Säure. Ich verzichte darauf, genauer nachzufragen. Al lässt Christina beinahe fallen, aber sie klammert sich am erstbesten fest, was sie zu fassen kriegt, und das ist zufälligerweise sein Gesicht. Er krümmt sich und hält ihre Beine noch fester. Auf den ersten Blick wirkt Al unbeschwert, aber irgendetwas lastet schwer auf ihm. Sogar sein Lächeln ist überschattet. Ich mache mir Sorgen um ihn. Plötzlich werde ich auf Thor aufmerksam. Er steht an der Schlucht, umringt von einer Menge Leuten. Er lacht schallend, und zwar so sehr, dass er sich am Geländer festhalten muss, um sein Gleichgewicht nicht zu verlieren. Seinem rötlichen Gesicht und der Flasche in seiner Hand nach zu urteilen, ist er betrunken. Triss, ruft er. Will und ich schauen uns an, halb überrascht, halb besorgt. Thor lässt das Geländer los und kommt auf mich zu. Al und Christina bleiben stehen, und Christina rutscht von Al's Rücken. Sie starren uns überrascht an, was ich ihnen nicht verdenken kann. Immerhin sind wir zu viert, aber Thor spricht nur mit mir. Du siehst ganz verändert aus. Seine Stimme, die sonst immer knapp klingt, ist schleppend. Du auch. Und das stimmt. Er wirkt entspannter, jünger. Was tust du hier? Ich flirte mit dem Tod, antwortet er lachend. Ich trinke am Abgrund. Wahrscheinlich keine gute Idee. Nein, ganz sicher nicht. Ich würde dich ja gerne fragen, ob du nicht ein bisschen mit mir abhängen willst, aber du solltest mich in diesem Zustand eigentlich gar nicht sehen. In welchem Zustand? Betrunken? Ja. Oder nein. Seine Stimme wird sanfter, so wie ich wirklich bin, vielleicht. Ich kann ja so tun, als wüsste ich von nichts. Nett von dir. Er beugt sich vor und flüstert mir ins Ohr, du siehst gut aus, Triss. Seine Worte überraschen mich und mein Herz klopft schneller. Ich wünschte, es würde nicht so heftig pochen, denn nach der Art zu urteilen, wie er mich ansieht, weiß er selbst nicht, was er da sagt. Ich lache. Tu mir einen Gefallen und halte dich von der Schlucht fern, okay? Klar doch, er zwinkert mir zu. Ich kann nicht anders, ich lächle zurück. Will räuspert sich, aber ich muss vor nachschauen, auch noch, als er sich wieder zu seinen Freunden gesellt. Da stürzt Al sich auf mich und wirft mich wie einen Sack über die Schulter. Ich kreische los und kriege ein rotes Gesicht. Komm schon, kleines Mädchen, ich trage dich zum Abendessen. Ich stütze mich mit den Ellbogen auf Al's Rücken ab und winke vor zu, während Al mich wegträgt. Ich dachte, ich rette dich mal lieber aus dieser Situation, sagt Al, als er mich schließlich absetzt. Was ging denn da gerade ab? Er versucht, unbeschwert zu klingen, aber so wie er fragt, klingt es eher traurig. Ja, das wüssten wir alle gerne, sagt Christina, fast trellernd. Was hat er denn zu dir gesagt? Nichts weiter. Er war betrunken, er wusste nicht, was er sagt. Ich räuspere mich. Deshalb habe ich auch gegrinst. Es ist lustig, ihn so zu sehen. Ich atme durch die Nase. Ein, aus, ein. Es ist nur eine Simulation, sagt Thor ruhig. Er irrt. Trotzdem nicke ich und schließe die Augen. Um mich herum ist es dunkel. Diesmal bin ich nicht auf einem Feld und es sind auch keine Krähen da. Mein Herz pocht ahnungsvoll. Vor mir leuchtet eine blaue Kugel auf, dann noch eine. Sie erhellen den ganzen Raum. Ich bin in der Grube, direkt neben der Schlucht, die anderen Initianten stehen mit verschränkten Armen und ausdruckslosen Gesichtern um mich herum. Auch Christina ist unter ihnen. Keiner bewegt sich. Die Lautlosigkeit ist beklemmend und schnürt mir die Kehle zu. Ich sehe etwas vor mir. Mein eigenes verschwommenes Spiegelbild. Als ich es berühre, stoßen meine Finger an kaltes, glattes Glas. Ich befinde mich in einer gläsernen Box. Ich drücke an die obere Scheibe, um zu prüfen, ob ich den Behälter gewaltsam öffnen kann. Ohne Erfolg. Ich bin eingesperrt. Mein Herz hämmert. Ich will nicht gefangen sein. Jemand klopft von außen an die Scheibe. Vor. Er zeigt feixend auf meine Füße. Gerade waren meine Füße noch trocken. Aber jetzt steht da Wasser. Das Wasser steigt schnell. Es reicht mir schon bis zu den Knöcheln. Ich hämmere mit den Fäusten gegen das Glas. Hey! Lasst mich hier raus! Das Wasser steigt an meinen nackten Waden hoch. Kühl und weich. Ich schaue Christina an. Sie beugt sich zu Peter, der neben ihr steht, und flüstert ihm etwas ins Ohr. Aber beide lachen. Das Wasser reicht mir nun schon bis zu den Oberschenkeln. Ich trommle mit beiden Fäusten gegen die Glasscheibe. Ich will ausbrechen. Ich trete einen Schritt zurück und werfe mich mit der Schulter gegen die Glaswand. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Wieder und wieder werfe ich mich dagegen. Ich schreie um Hilfe. Denn das Wasser steigt mir bis zur Taille, zu den Rippen, bis zur Brust. Hilfe! Bitte! Bitte! Hilft mir! Ich werde in diesem Tank sterben. Mein Körper steigt nach oben. Er treibt im Wasser. Ich komme der Decke immer näher und als das Wasser mein Kinn umspült, lege ich den Kopf in den Nacken. Keuchend drücke ich mein Gesicht an das Glas über mir und atme so viel Luft wie möglich ein. Dann bedeckt mich das Wasser ganz. Ich bin eingeschlossen. Jetzt bloß keine Panik. Aber es hilft alles nichts. Mein Herz rast und meine Gedanken wirbeln durcheinander. Ich schlage im Wasser um mich, schlage gegen die Wände. Ich trete so fest, ich kann gegen die Scheiben, aber das Wasser bremst mich. Noch einmal schreie ich und spüre, wie das Wasser in meinen Mund strömt. Die Simulation spielt sich nur im Kopf ab. Wenn sie sich aber in meinem Kopf abspielt, dann kann ich sie auch kontrollieren. Ich schreie wieder und schlage mit der Handfläche gegen die Wand. Plötzlich höre ich ein Knacken. Als ich meine Hand wegnehme, ist im Glas ein dünner Riss. Ich schlage mit der anderen Hand zu und in dem Glas bildet sich ein Sprung. Meine Lungen brennen, als hätte ich Feuer geschluckt. Ich trete gegen die Wand. Die Scheibe zersplittert und die Wucht des Wassers spült mich nach vorne. Ich bekomme wieder Luft. Keuchend setze ich mich auf. Ich bin wieder auf dem Stuhl. Rechts neben mir steht vor, aber statt mir aufzuhelfen, starrt er mich an. Was ist? Wie hast du das gemacht? Was gemacht? Das Glas zerschmettert. Ich weiß es nicht. Vorreicht mir die Hand. Ich schwinge die Beine über die Stuhlkante und als ich stehe, fühle ich mich sicher auf den Füßen. Sicher und ruhig. Seufzend fasst er mich am Ellbogen. Halb führt, halb zieht er mich aus dem Raum. Wir gehen schnell, aber dann bleibe ich stehen und entziehe ihm meinen Arm. Schweigend blickt er mich an. Ungefragt wird er mir nichts sagen. Was ist? Du bist eine Unbestimmte. Die Angst strömt durch mich hindurch wie ein Stromschlag. Er weiß Bescheid. Ich muss mich verraten haben. Ich muss etwas Falsches gesagt haben. Jetzt heißt es locker bleiben. Ich lehne mich mit der Schulter an die Wand und frage, eine Unbestimmte? Was ist das denn? Stell dich nicht um. Ich habe es schon beim letzten Mal vermutet, aber diesmal gibt es keinen Zweifel. Du hast die Simulation gesteuert, also musst du eine Unbestimmte sein. Ich werde diese Aufzeichnungen hier vernichten, aber wenn du nicht als Leiche in der Schlucht enden willst, solltest du dir überlegen, wie du das bei den Simulationen verheimlichst. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Er geht in den Simulationsraum zurück und knallt die Tür hinter sich zu. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Ich habe die Simulation gesteuert, indem ich die Glasscheibe zerbrochen habe. Ich wusste ja nicht, dass das nur Unbestimmte können. Wieso wusste er es? Ich stoße mich von der Wand ab und gehe entschlossen den Gang entlang. Ich brauche Antworten und ich weiß auch schon, wer sie mir geben kann. Tori blickt auf, als ich hereinkomme. Hallo, tschüss, sagt sie mit einem raschen Seitenblick auf den Tätowierer, der jedoch viel zu sehr in seine Arbeit vertieft ist, um uns zu bemerken. Lass uns nach hinten gehen. Ich folge ihr hinter den Vorhang, der den Raum zweiteilt. Im hinteren Teil stehen ein paar Stühle, ungebrauchte Tattoo-Nadeln liegen herum, Tinte, Papierblöcke, gerahmte Bilder. Tori zieht den Vorhang zu und setzt sich auf einen Stuhl. Was gibt's? Wie geht's bei den Simulationen? Gut. Ein bisschen zu gut, wie man mir sagt. Ah. Bitte, hilf mir, es zu verstehen. Was zum Teufel bin ich? Und was hat das mit den Simulationen zu tun? Toris Verhalten ändert sich schlagartig. Sie lehnt sich zurück und verschränkt die Arme. Ihr Blick ist wachsam. Zum einen bist du jemand, der sich selbst während der Simulation bewusst ist, dass das, was du gerade erlebst, nicht die Wirklichkeit ist. Jemand, der aus diesem Grund den Verlauf der Simulation beeinflussen oder sie ganz beenden kann. Und weil du dich für die Ferox entschieden hast, bist du jemand, der mit dem, was er tut, sehr leicht sein eigenes Todesurteil unterschreibt. Die Anführer der Ferox wissen noch nichts von dir. Aber wenn sie herausbekommen, was du wirklich bist, dann werden sie dich töten. Du leidest unter Verfolgungswahn, sage ich. Die Anführer der Ferox würden mich nie töten. So etwas macht niemand. Nicht mehr. Genau aus diesem Grund wurden doch die verschiedenen Fraktionen gegründet. Ach ja? Sie legt die Hände auf die Knie und ihr Gesicht ist plötzlich grimmig. Sie haben meinen Bruder geschnappt. Weshalb nicht auch dich? Was ist so besonders an dir, dass dir nicht dasselbe passieren kann? Deinen Bruder? Ja, meinen Bruder. Wir sind beide von den Kennen hierher gewechselt. Bei ihm waren die Ergebnisse des Eignungstests allerdings nicht eindeutig. Am letzten Tag der Simulationen fand man seinen Leichnam in der Schlucht. Es hieß, er habe Selbstmord begangen. Die Sache hat nur einen Haken. Mein Bruder war bei der Initiation richtig gut. Er war fest mit einer der Initiantinnen zusammen, die auch neu hier war. Und er war glücklich. Sie senkt die Stimme. In der zweiten Phase des Trainings war Georgie besonders gut. Und besonders schnell. Er sagte, die Simulationen jagten ihm überhaupt keine Angst ein. Sie kämen ihm wie ein Spiel vor. Das hat natürlich Interesse geweckt. Zu seiner letzten Simulation erschienen sogar die Anführer der Ferox. um sich selbst davon zu überzeugen. Und am nächsten Tag war Georgie tot. Ist das alles? Ist man unbestimmt, nur weil man den Verlauf der Simulation beeinflussen kann? Ich bezweifle es. Aber mehr weiß ich auch nicht. Wie viele Leute wissen davon, dass man die Simulationen beeinflussen kann? Frage ich und denke dabei an Thor. Zwei Gruppen von Leuten. Die einen, die dich am liebsten tot sehen und die anderen, die es am eigenen Leib erfahren haben oder aus zweiter Hand wissen, wie ich. Thor hat angedeutet, er werde die Aufzeichnungen darüber, wie ich das Glas zerbrochen habe, vernichten. Er will nicht, dass ich sterbe. Ist er auch ein Unbestimmter? Hat er einen in der Familie? Einen Freund? Eine Freundin? Ich schiebe den Gedanken beiseite. Ich verstehe nicht, warum es die Anführer der Ferox überhaupt interessiert, ob jemand die Simulationen steuern kann. Wenn ich das wüsste, hätte ich es dir gesagt. Sie presst die Lippen zusammen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass nicht das Manipulieren der Simulation an sich ihr Interesse weckt. Es ist nur eine Begleiterscheinung von etwas anderem. Von etwas, das für sie von großer Bedeutung ist. Tori nimmt meine Hand und hält sie fest zwischen ihren Händen. Diese Leute haben dir beigebracht, wie man mit einer Waffe umgeht. Sie haben dir beigebracht, zu kämpfen. Glaubst du allen Ernstes, sie würden zögern, dir wehzutun, dich zu töten? Sie lässt meine Hand los und steht auf. Ich muss gehen, sonst wird Bud neugierig und stellt Fragen. Sei vorsichtig, Triss. Als ich am nächsten Tag in den Schlafsaal komme, stehen die anderen in einer Ecke beieinander. Sie umringen Eric, der eine Tafel in der Hand hält, die er so hält, dass ich nicht lesen kann, was darauf geschrieben steht. Ich stelle mich neben Will. Was ist hier los? Hoffentlich ist es nicht schon wieder ein Schmähartikel der Ken. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Feindschaft ertragen kann. Die Bewertungen für die zweite Phase, antwortet er. So eine Art Zwischenbericht. Ich nicke, aber beim Anblick der Tafel überkommt mich ein ungutes Gefühl. In meinem Magen schwimmt ein dicker Klumpen. Eric hält die Tafel hoch und hängt sie an die Wand. Als er zur Seite geht, ist es plötzlich mucksmäuschenstill und ich recke den Hals, um zu sehen, was darauf zu lesen ist. Mein Name steht an erster Stelle. Alle Blicke richten sich auf mich. Ich lese weiter. Christina und Will stehen an dritter und vierter Stelle. Peter ist zweiter. Aber ein Blick auf die Zeit, die neben seinem Namen angegeben ist, macht deutlich, wie beträchtlich der Unterschied zwischen uns beiden ist. Die durchschnittliche Zeit, die Peter in den Simulationen zugebracht hat, ist acht Minuten. Meine ist zwei Minuten und 45 Sekunden. Gut gemacht, Triss, sagt Will leise. Ich nicke und kann meinen Blick nicht von der Tafel wenden. Wenn Peter und seine Freunde mich vorher verachtet haben, dann werden sie mich jetzt abgrundtief hassen. Jetzt nehme ich für sie Edwards Stelle ein. Das nächste Auge könnte meines sein oder sogar noch Schlimmeres. Peter dreht sich langsam um, seine Körperhaltung verrät, wie angespannt er ist. Ein noch so finsterer Blick von ihm hätte mir weniger Angst eingejagt als das, was jetzt aus seinen Augen spricht. Purer Hass. Er steuert Richtung Bett, aber im letzten Augenblick wirbelt er herum, stößt mich gegen die Wand und hält mich an beiden Schultern fest. Ich lasse mich nicht von einer Stiff überholen, zischt er. Wie hast du das gemacht, hä? Wie zum Teufel hast du das gemacht? Will packt Peter am Kragen und zieht ihn von mir weg. Lass sie in Frieden. Nur Feiglinge schikanieren kleine Mädchen. Kleine Mädchen? Peter schiebt Wills Hand beiseite. Bist du blind oder nur blöd? Denn sie weiß, wie man andere Leute manipuliert und du nicht. Wenn du kapiert hast, dass sie darauf aus ist, uns alle niederzumachen, dann sag mir Bescheid. Er stürmt aus dem Schlafsaal. Danke, nicke ich Will zu. Hat er recht? fragt Will leise. Hast du vor, uns alle zu manipulieren? Wie um alles in der Welt sollte ich das anstellen? Ich weiß nicht. Er zieht die Schultern hoch. Erst tust du, als wärst du schwach, damit wir dich alle bedauern, und dann bist du knallhart und machst uns alle fertig. Wäre doch denkbar. Euch fertig machen? wiederhole ich. Ich bin deine Freundin. Das würde ich niemals tun. Er antwortet nichts darauf. Ich sehe ihm an, dass er mir nicht glaubt. Jedenfalls nicht ganz. Sei kein Idiot, Will. Christina springt von ihrem Bett herunter. Sie mustert mich ohne jedes Mitleid und sagt ganz sachlich, sie schauspielert nicht. Dann dreht sie sich um und geht, ohne die Tür hinter sich zuzuwerfen. Will folgt ihr. Ich bin mit Al alleine im Raum. Die erste und der letzte. Al hat noch nie mickrig gewirkt, jetzt aber schon. Er lässt seine Schultern hängen und sieht zerknittert aus wie ein altes Stück Papier. Er setzt sich auf seine Bettkante. Geht's dir gut? frage ich. Klar. Sein Gesicht ist puterrot. Ich schaue weg. Die Frage war reine Höflichkeit. Jeder, der Augen im Kopf hat, sieht, dass es Al nicht gut geht. Es ist ja noch nicht vorbei. Du kannst dein Ergebnis noch verbessern, wenn du... Als er zu mir hochblickt, verstumme ich. So einfach ist es nicht, sagt er. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ich glaube nicht, dass du es wirklich weißt. Er schüttelt den Kopf. Sein Kinn bebt. Für dich ist es einfach. Das alles ist furchtbar einfach für dich. Das stimmt nicht. Doch, das tut es. Er schließt die Augen. Ich... Die Tränen fangen an zu fließen und machen seine Wangen nass. Ich möchte einfach nur alleine sein. Ich nicke und wende mich ab. Es ist keine gute Idee, ihn allein zu lassen, aber ich tue es trotzdem. Die Tür schnappt hinter mir ins Schloss. Abends bin ich lange vor den anderen im Schlafsaal. Und als sie nacheinander eintrudeln, liege ich im Bett und tue so, als ob ich schliefe. Nachdem mir eine halbe Stunde lang alles Mögliche durch den Kopf gegangen ist, rolle ich mich auf den Rücken und mache die Augen auf. Im Raum ist es jetzt dunkel. Alle haben sich schlafen gelegt. Ich stehe auf, um einen Schluck Wasser zu trinken. Ich habe zwar keinen Durst, aber ich muss etwas tun. Meine nackten Füße machen schmatzende Geräusche beim Laufen und ich taste mich an der Wand entlang, damit ich nicht stolpere. Über dem Trinkbrunnen gibt eine Glühbirne blaues Licht ab. Ich streiche meine Haare zurück und beuge mich hinunter. Doch gerade als ich das Wasser auf den Nippen spüre, höre ich am Ende des Gangs Stimmen. Ich duke mich tiefer und vertraue darauf, in der Dunkelheit nicht gesehen zu werden. Bis jetzt gibt es keinerlei Anzeichen dafür. Erics Stimme. Anzeichen von was? Das wundert mich nicht, antwortet jemand. Es ist die Stimme einer Frau. Kalt und vertraut, aber so vertraut wie aus einem Traum, nicht wie von einer realen Person. Das Kampftraining beweist gar nichts. Erst die Simulationen entlarven, wer zu den unbestimmten Abtrünnigen gehört. Und falls dies der Fall sein sollte, werden wir die Protokolle sorgfältig überprüfen, um absolut sicher zu gehen. Bei dem Wort unbestimmt läuft es mir kalt den Rücken hinunter. Den Rücken an die Wand gedrückt, strecke ich den Kopf vor, um zu sehen, wem die mir so vertraut erscheinende Stimme gehört. Vergiss nicht, aus welchem Grund ich dich, Max, vorgeschlagen habe. Deine Hauptaufgabe besteht vor allem darin, sie aufzuspüren. Das hat absoluten Vorrang. Keine Sorge, ich denke daran. Ich beuge mich ein kleines Stück nach vorn, aber nur so viel, dass man mich hoffentlich weiterhin nicht sehen kann. Plötzlich packt mich jemand von hinten. Ich will schreien, aber eine Hand legt sich auf meinen Mund. Sie riecht nach Seife und sie ist so groß, dass sie die gesamte untere Hälfte meines Gesichts bedeckt. Ich versuche mich zu wehren, aber die Arme, die mich festhalten, sind zu stark. Jemand presst einen dunklen Stofffetzen an meine Augen. Wieder andere Hände verknoten das Tuch an meinem Kopf. Ich habe Mühe zu atmen. Mindestens zwei Hände halten mich an den Armen fest, zerren mich nach oben. Eine andere liegt auf meinem Rücken und drückt mich in dieselbe Richtung. Eine dritte ist auf meinem Mund und hindert mich am Schreien. Drei Leute. Meine Brust tut weh. Gegen drei kann ich nicht viel ausrichten. Bin gespannt, wie es sich anhört, wenn eine Stiff um Gnade winselt. Peter. Ich versuche mich auf die Hand zu konzentrieren, die mir den Mund zuhält. Ich muss etwas herausfinden, anhand dessen ich sie später wiedererkennen kann. Die Hand ist weich und verschwitzt. Der Seifengeruch kommt mir irgendwie vertraut vor. Zitronengras und Salbei. L. Mein Herz wird bleischwer. Ich höre Wasser, das gegen Felsen brandet. Wir sind in der Nähe der Schlucht, der Lautstärke nach zu urteilen sogar direkt darüber. Die Hände heben mich hoch. Mein Rücken stößt gegen etwas Hartes, Kaltes. Es ist das Eisengeländer über der Schlucht. Mein Atem geht pfeifend. Schon spüre ich die Gischt auf meinem Rücken. Die Hände schieben meinen Oberkörper über das Geländer und meine Füße verlieren den Kontakt zum Boden. Meine Angreifer sind das Einzige, was mich im Augenblick vor dem Sturz ins Wasser bewahrt. Eine kräftige Hand begrapscht mich an der Brust. Bist du sicher, dass du schon 16 bist, Stiff? Fühlt sich an, als wärst du höchstens 12. Die anderen Jungs lachen. Moment mal, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Seine Hand drückt meine Brust. Ich beiße mir auf die Zunge, damit ich nicht schreie. Noch mehr Gelächter. L. nimmt die Hand von meinem Mund und zieht mich ein Stück vom Geländer zurück. Hör auf damit! Kaum hat L. den Griff gelockert, da schlage ich blind in alle Richtungen und lasse mich nach unten gleiten. Ich beiße so fest ich kann in den erstbesten Arm, den ich zu fassen kriege. Ich höre einen Schmerzensschrei und beiße noch fester zu. Ich schmecke Blut. Jemand schlägt mir brutal ins Gesicht. Der Junge entreißt mir seinen Arm und stößt mich zu Boden. Ich schlage mit dem Ellbogen auf den harten Stein, fasse aber sofort an meinen Kopf, um mir die Binde von den Augen zu reißen. Jemand packt mich an den Haaren und schlägt meinen Kopf gegen etwas Hartes. Ich schreie auf vor Schmerz. Mir wird schwindelig. Das Bild vor mir verrutscht. Es hüpft auf und ab. In meinem Kopf rauscht es. Ich sehe jemanden, der auf uns zurennt, und einen anderen, der von uns wegrennt. Peter packt mich am Hals. Sein Daumen bohrt sich unter mein Kinn. Sein blasses Gesicht ist verzerrt, als er mich hochhebt. Er fletscht die Zähne vor Anstrengung, aber er hält mich über den Abgrund. Am Rand meines Sichtfelds erscheinen Flecken. Sie verdecken sein Gesicht. Grüne, hellrote, blaue. Ich will nach ihm treten, aber meine Beine sind zu kurz. Jemand ruft, und plötzlich lässt Peter mich los. Im Fallen breite ich die Arme aus. Ich knalle gegen das Geländer und bleibe mit den Achseln hängen. Stöhnend versuche ich, diesen Halt nicht zu verlieren und mich auf die Ellbogen hochzustemmen. Die Gischt nebelt meine Füße ein. Die Welt um mich herum schwankt. Jemand liegt auf dem Boden und schreit. Es ist Drew. Ich höre dumpfe Schläge. Tritte. Lautes Stöhnen. Ich blinzle ein paar Mal und versuche das Gesicht, das vor mir auftaucht, zu erkennen. Es ist Wut verzerrt. Die Augen sind tiefblau. Vor. Ich schließe die Augen. Seine Hände fassen unter meine Achseln. Er zieht mich übers Geländer und an seine Brust, nimmt mich hoch, schiebt mir einen Arm unter die Knie. Ich drücke mein Gesicht an seine Schulter und mit einem Mal ist es leer und still um mich. Ich schlage die Augen auf und höre wieder das Geräusch von fließendem Wasser. Aber diesmal kommt es von einem Wasserhahn. Sekunden verstreichen, bis ich klare Umrisse in meiner Umgebung wahrnehme, einen Türrahmen, eine Arbeitsplatte, eine Zimmerdecke. In meinem Kopf pocht es dumpf und auch meine Wangen und meine Rippen tun weh. Ich sollte lieber still liegen bleiben. Wenn ich mich bewege, wird alles nur noch schlimmer. Ich liege auf einer blauen Patchwork-Decke. Als ich den Kopf zur Seite drehe, um zu sehen, wo das Geräusch herkommt, stöhne ich auf vor Schmerz. Thor steht im Bad und hält seine Hände in ein Waschbecken. Das Blut an seinen Fingerknöcheln färbt das Wasser hellrot. Er hat eine Wunde am Mundwinkel, aber sonst scheint er unverletzt zu sein. Er dreht den Wasserhahn zu und trocknet sich mit einem Handtuch die Hände. Er löscht das Licht im Bad und holt einen Eisbeutel aus dem Kühlschrank in der Zimmerecke. Als er auf mich zukommt, überlege ich, ob ich die Augen schließen und so tun soll, als schliefe ich noch, aber dann treffen sich unsere Blicke und es ist zu spät. Deine Hände, krechze ich heiser, zerbricht ihr deswegen nicht den Kopf. Er kniet sich auf die Matratze, beugt sich über mich und schiebt mir den Eisbeutel unter den Kopf. Ich kam gerade aus dem Kontrollraum, als ich einen Schrei hörte. Was hast du mit denen angestellt? Drew habe ich vor einer halben Stunde in der Krankenstation abgeliefert. Peter und Al sind abgehauen. Ich fange an zu weinen. Thor kauert sich neben das Bett. Dann legt er zu meiner Überraschung die Hand auf meine Wange und fährt mir behutsam mit dem Daumen über den Wangenknochen. Ich könnte den Vorfall melden. Nein, wehre ich ab. Ich möchte nicht, dass sie glauben, ich würde mich vor ihnen fürchten. Er nickt. Geistesabwesen streichelt er meine Wangenknochen. Ich dachte mir schon, dass du das sagen würdest. Ich rate dir, von jetzt an darauf zu vertrauen, dass deine Freunde aus den anderen Fraktionen dich beschützen. Das habe ich ja. Ich spüre Els Hand wieder auf meinem Mund und ein Schluchzen schüttelt mich. Ich presse meine Hände an die Stirn und wiege mich vor und zurück. Aber Al... Er will, dass du das kleine, stille Mädchen von den Altouren bist. Er hat dir wehgetan, weil er sich wegen deiner Stärke schwach fühlte. Ich nicke. Ich würde ihm gern glauben. Die anderen werden nicht mehr so neidisch auf dich sein, wenn sie sehen, dass du verletzlich bist, auch wenn du nur zum Schein so tust. Du meinst, ich soll mich schwächer geben, als ich bin? Ja, genau. Vor steht auf. Meine Augen sind auf den Saum seines T-Shirts gerichtet. Manchmal ist er für mich einfach ein Mensch wie jeder andere. Manchmal jedoch beginnt alles in meinem Magen zu flattern, wenn ich ihn sehe. Du wirst morgen beim Frühstück erscheinen und deinen Angreifern zeigen, dass sie dir nichts anhaben konnten. Aber du solltest die Prellung an deiner Wange nicht verstecken und den Kopf hängen lassen. Ich glaube nicht, dass ich das fertigbringe. Du musst. Im Moment ist es wichtiger für dich in Sicherheit zu sein, als recht zu haben. Hast du das verstanden? Seine geraden Brauen wölben sich über die tiefliegenden Augen. Mein Magen verkrampft sich, teils weil ich weiß, dass er recht hat, teils weil ich etwas möchte, das ich selbst nicht in Worte fassen kann. Ich möchte mich gegen den Raum drängen, der zwischen uns besteht, bis er nicht mehr da ist. Ich nicke. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, er legt seine Hand an meine Wange, sie ist kalt und kräftig, wenn sich die Gelegenheit bietet, dann mach sie fertig. Ich lache zittrig. Du kannst einem ja direkt Angst einjagen vor. Tu mir einen Gefallen, sagt er, und nenn mich nicht so. Was soll ich denn sonst zu dir sagen? Gar nichts. Er nimmt die Hand von meinem Gesicht. Einstweilen. In dieser Nacht gehe ich nicht in den Schlafsaal zurück. Thor schläft auf dem Fußboden und ich liege in seinem Bett. Er liegt auf dem Bauch. Einen Arm hat er über den Kopf gelegt. Seine Augen sind geschlossen, seine Lippen leicht geöffnet. Und ich frage mich, wer er ist, wenn er kein Ferox ist, wenn er kein Ausbilder ist, wenn er nicht vor, wenn er ganz und gar nichts Besonderes, sondern nur er selbst ist. Ich schaue zu, wie sich seine Rückenmuskeln beim Ein- und Ausatmen spannen und wieder entspannen, bis ich schließlich einschlafe. Am nächsten Morgen gehe ich mit gesenktem Kopf in den Speisesaal. Uriah, der am Tisch neben Will und Christina sitzt, hebt die Hand und winkt. Dann lässt er sie wieder sinken. Ich setze mich neben Will. Elle ist nicht da. Was ist passiert? fragt Will leise. Ich schaue an ihm vorbei, zu einem Tisch hinter uns. Peter sitzt da. Er isst eine Scheibe Toast und unterhält sich flüsternd mit Molly. Ich umklammere die Tischkante. Ich möchte ihm am liebsten eine reinhauen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Schadenfreude breitet sich in mir aus. Drew ist nicht da. Das heißt, er liegt immer noch auf der Krankenstation. Peter. Drew. antworte ich leise. Ich presse eine Hand gegen meine Rippen, während ich mit der anderen über den Tisch lange und mir eine Scheibe Toast nehme. Die Bewegung tut hellisch weh. Aber ich übertreibe sogar noch ein bisschen und ich krümme mich vor Schmerzen. Und ich schlucke. Und Elle. Meine Augen brennen. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Leiche. Und ich kann nicht einmal den Anführern meiner Fraktion trauen. Meiner neuen Familie. Aber du bist doch nur... Uriah schürzt die Lippen. Das ist nicht fair. Drei gegen einen? Christina schnaubt. Ja, Peter war immer schon ein Ausbund an Fairness. Deshalb hat er ja auch Edward im Schlaf überrumpelt und ihm ein Auge ausgestochen. Aber jemand wie Elle? Bist du dir sicher, Triss? Ich blicke auf meinen Teller. Ja, ich bin mir sicher. Drew kommt in den Speisesaal geschlurft. Ich lasse meinen Toast fallen und starre ihn mit offenem Mund an. Ihn als verschrammt zu bezeichnen, wäre eine glatte Untertreibung. Sein Gesicht ist geschwollen und blutunterlaufen. Seine Lippe ist aufgerissen und über seine Augenbraue sehe ich eine Platzwunde. Auf dem Weg zu seinem Tisch blickt er nicht auf. Ich erhasche vor's Blick. Er lächelt so zufrieden, wie ich es gerne täte. Hast du das etwa gemacht? zischelt Will. Nein. Jemand, ich hab nicht gesehen, wer es war, hat mich gefunden, ehe ich, ich schlucke, ehe sie mich in die Schlucht werfen konnten. Sie wollten dich umbringen? fragt Christina leise. Vielleicht, vielleicht wollten sie mich einfach nur über dem Abgrund hängen lassen, um mir Angst zu machen. Ich ziehe die Schultern hoch. Jedenfalls hat es funktioniert. Thor steht auf und stellt sich zwischen die Tische. Sofort verstummen die Gespräche. Alle Fraktionswechsler mal herhören. Heute werden wir etwas Besonderes machen. Folgt mir. Thor führt uns zu den Stegen, die an den Felswänden um die Grube herumführen. Will geht links von mir, Christina rechts. Ich habe mich nie richtig bei dir entschuldigt, sagt sie leise, dass ich die Flagge an mich gerissen habe, obwohl du sie erobert hast. Keine Ahnung, was in mich gefahren ist. Ich weiß nicht, ob es klug ist, ihr zu verzeihen, aber Thor hat gesagt, dass ich mich auf meine Freunde verlassen soll. Christina sieht mich aus ihren großen braunen Augen fragend an. Ich nicke. Reden wir nicht mehr davon. Wir steigen so hoch hinauf wie noch nie und zum ersten Mal seit Tagen sehe ich durch das Glas die Sonne. Thor klettert über Metallleitern voran durch eine Öffnung in der Decke. Wir laufen über das Glas. An dieser Stelle ist es keine Decke mehr, sondern dient uns als Boden bis hin zu einem riesigen, leicht muffigen Raum, dessen Wände mit Graffiti besprüht sind und durch den freiliegenden Rohrleitungen verlaufen. Dies hier, sagt Thor, und seine Augen leuchten in dem schummrigen Licht, ist eine ganz andere Art von Simulation. Sie heißt auch die Angstlandschaft. Für unsere Zwecke wurde sie deaktiviert. Wenn ihr das nächste Mal hier seid, wird sie anders aussehen. In den Simulationen haben wir eine Menge Daten über eure schlimmsten Ängste gesammelt. Die Angstlandschaft greift auf diese Daten zurück und stellt euch vor eine Reihe von virtuellen Hindernissen. Einige der Hindernisse, die ihr überwinden müsst, sind Ängste, die euch schon in den früheren Simulationen begegnet sind. Es können aber auch ganz neue Ängste darunter sein. Der Unterschied besteht darin, dass ihr euch in der Angstlandschaft bewusst seid, dass ihr euch in einer Simulation befindet. Ihr habt also eure fünf Sinne beisammen, wenn ihr euch durch die Simulationen bewegt. Das bedeutet, dass es allen in der Angstlandschaft so ergehen wird, als wären sie Unbestimmte. Ist das für mich nun gut, weil ich da nicht entlarvt werden kann? Oder eher schlecht, weil ich meinen Vorteil den anderen gegenüber nicht nutzen kann? Thor erläutert weiter. Die Zahl der Ängste, mit denen ihr in der Angstlandschaft konfrontiert werdet, schwankt, je nachdem, wie viele Ängste ihr tatsächlich habt. Ich habe euch schon gesagt, dass es im dritten Abschnitt der Initiation vor allem um eure mentale Vorbereitung geht. Ihr müsst nämlich eure Gefühle und euren Körper gleichermaßen beherrschen, damit ihr auch in Gefahrensituationen einen kühlen Kopf behaltet. Eine der Leuchtstoffröhren über Fours Kopf flimmert. Er lässt seinen Blick nicht mehr gleichmäßig über alle Anfänger schweifen, sondern schaut jetzt direkt zu mir. In der nächsten Woche müsst ihr eure Angstlandschaft so schnell wie möglich durchlaufen, und zwar vor einem Ausschuss, der aus Anführern der Ferox besteht. Das ist eure letzte Prüfung, die über euer Ranking in der dritten Initiationsphase entscheidet. Und so wie Teil 2 mehr zählte als Teil 1, zählt Teil 3 mehr als alle anderen. Habt ihr verstanden? Wir alle nicken. Wenn ich in diesem letzten Test gut abschneide, habe ich die Chance, einen Platz unter den zehn Besten zu schaffen und eine richtige Ferox zu werden. Der Gedanke macht mich ganz schwindelig vor lauter Freude. Ihr habt zwei Möglichkeiten, diese Hindernisse zu überwinden. Entweder ihr schafft es, euch selbst so zu beruhigen, dass wir in der Simulation einen normalen, gleichmäßigen Pulsschlag feststellen, oder ihr findet einen Weg, euch der jeweiligen Angst zu stellen. Denn dann tritt die Simulation in die nächste Phase ein. Ich würde vorschlagen, ihr nutzt die nächste Woche dazu, euch eure Ängste durch den Kopf gehen zu lassen und euch eine Strategie zu überlegen, wie ihr sie bekämpfen wollt. Das ist nicht fair, sagt Peter. Was, wenn der eine sieben Ängste hat, der andere aber zwanzig? Keiner kann doch was dafür. Vor mustert ihn ein paar Sekunden lang, dann lacht er. Willst du dich wirklich mit mir darüber unterhalten, was fair ist und was nicht? Alle machen ihm den Weg frei, als er mit verschränkten Armen auf Peter zugeht. Ich kann verstehen, dass du dir Sorgen machst, Peter. Was in der letzten Nacht passiert ist, beweist ja eindeutig, dass du ein elender Feigling bist. Peter starrt ihn fassungslos an. Vor verzieht höhnisch sein Gesicht. Jetzt wissen alle, dass du dich vor kleinen, dünnen, altruaren Mädchen fürchtest. Will legt den Arm um mich, Christinas Schultern zucken, weil sie sich das Lachen kaum verkneifen kann. Und insgeheim lache ich mit. Als ich am Nachmittag den Schlafsaal betrete, ist Al da. Will steht hinter mir und legt mir sanft die Hand auf die Schulter. Christina rückt ein Stück näher an mich heran. Al hat dunkle Ringe um die Augen und sein Gesicht ist vom Weinen verschwollen. Es versetzt mir einen Stich, ihn so zu sehen. Ich bleibe stehen. Der Duft von Zitronengras und Salbei, den ich bisher so gern gemocht habe, steigt mir jetzt unangenehm in die Nase. Tschüss, sagt Al mit brüchiger Stimme. Kann ich mit dir reden. Al vergräbt sein Gesicht in beiden Händen. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir leid tut. Es tut mir schrecklich leid. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Bitte, verzeih mir, bitte. Er streckt die Hand nach mir aus. Sein Gesicht ist tränenüberströmend. Irgendwo tief in mir ist das Mädchen, das zu verstehen versucht, was andere Menschen durchmachen. Ich schwöre, es gibt dieses Mädchen und ihm tut der bedauernswerte Junge, den es vor sich sieht, leid. Aber wenn ich diesem Mädchen jetzt begegnete, würde ich es nicht erkennen. Hau ab, sage ich leise. Komm mir nie wieder unter die Augen. Tschüss. Ich öffne die Augen. Neben meinem Bett steht Christina. Ihre Wimperntusche ist verschmiert und sie ist tränenüberströmt. Es geht um Al. Komm mit. Christina nimmt mich bei der Hand und zieht mich zur Tür hinaus. Barfuß renne ich mit ihr den Gang entlang. Etwas Schreckliches ist passiert. Ich spüre es mit jedem Herzschlag. Wir laufen zur Grube, aber plötzlich bleibt Christina stehen. Eine Menschenmenge hat sich am Felshang versammelt. Zwei Männer hiefen an Seilen etwas nach oben. Eine riesige, dunkle Gestalt taucht auf und ein paar Ferox laufen hinzu und helfen den beiden Männern, sie übers Geländer zu ziehen. Mit einem dumpfen Schlag fällt die Gestalt auf den Boden. Al. Einer der Neuen, sagt jemand hinter mir. Was ist passiert? Na was schon? Das gleiche wie jedes Jahr. Er ist runtergesprungen. Jemand kniet sich neben Al und drückt ihm die Augen zu. Es soll wahrscheinlich so aussehen, als schliefe er. So ein Unsinn. Wieso tun die Menschen so, als schliefe einer, wenn er tot ist? Er schläft nicht. Er schläft nicht. Etwas in mir bricht in Stücke. Meine Brust ist wie zugeschnürt. Ich bekomme keine Luft mehr. Ich ersticke. Ich sinke zu Boden, ziehe Christina mit mir hinunter. Die Steine unter meinen Knien sind hart. Ich höre etwas, nein, es ist eher eine Erinnerung an etwas, das ich gehört habe. Es ist Al's Schluchzen. Es sind seine Schreie in der Nacht. Ich hätte es wissen müssen. Ich mache mich los und stehe auf. Wortlos lasse ich Christina auf dem Boden sitzen und renne davon. Wenn es um Beerdigungen geht, verschwenden die Ferox keine Zeit. In der Grube wimmelt es von Menschen, die meisten sind betrunken. Uriah, Will und Christina stehen bei den anderen Initianten. Christinas Augen sind verweint. Uriah hat eine kleine silberne Flasche in der Hand. Er bietet sie mir an. Ich schüttle den Kopf. Eric ist auf eine Plattform neben dem Geländer gestiegen. Ich blicke zu ihm hin und verschränke die Arme, um ruhig zu bleiben. Ich bin gespannt, was er sagen wird. Seid mal alle ruhig, ruft Eric. Jemand schlägt auf eine Art Gong. Der Lärm verstummt augenblicklich. Danke. Wie ihr wisst, sind wir hier, weil Albert, einer von den Neuen, vergangene Nacht in die Schlucht gesprungen ist. Es wäre einfach, diesen Verlust von heute Nacht zu betrauern. Aber als wir Ferox wurden, haben wir nicht das bequeme Leben gewählt. Und die Wahrheit ist doch, Albert erkundet nun einen unbekannten, ungewissen Ort. Um dorthin zu gelangen, sprang er in einen gefährlichen Fluss. Wer von uns hat so viel Mut, diesen Sprung in die Dunkelheit zu wagen, ohne zu wissen, was ihn jenseits dieser Dunkelheit erwartet? Albert war noch kein richtiges Mitglied von uns, aber wir können sicher sein, dass er einer unserer tapfersten war. Ein Schrei kommt aus der Mitte der Versammelten, ein lautes Triumphgeheule. Die Ferox jubeln in allen Stimmlagen, hoch und tief, fröhlich und traurig. Ihr lautes Brüllen hört sich an wie das Tosen des Wassers. Wir feiern ihn jetzt und werden ihn nie vergessen, schreit Eric. Jemand reicht ihm eine dunkle Flasche und erhebt sie hoch. Auf Albert, den Mutigen. Auf Albert! Alle um mich herum recken die Arme hoch und rufen seinen Namen. Ihr Grölen ist wie der Urschrei eines vorzeitlichen Volkes. Ich wende mich ab. Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich weiß nicht, wohin ich gehe, laufe einfach irgendwo hin, nur weg von hier. Ich gehe den dunklen Gang entlang bis zu dem Trinkbrunnen, der in das blaue Licht der Lampe getaucht ist. Sein Stolz war es, der Al umgebracht hat, und das ist der Wundepunkt im Herzen eines jeden Ferox. Auch in meinem. Triss. Mit einem Ruck drehe ich mich um. Hinter mir, genau in dem blauen Lichtkreis, steht vor. Was machst du hier? Solltest du ihm nicht auch die letzte Ehre erweisen? Ich sage es, als hätte ich etwas Übelschmeckendes in meinem Mund und spucke es aus. Solltest du das nicht auch tun? fragt er. Er kommt auf mich zu, und jetzt sehe ich seine Augen. In diesem Licht sind sie fast schwarz. Er war nicht mutig. Er war niedergeschlagen und feige und hätte mich beinahe umgebracht. Sind das Dinge, für die wir ihm die Ehre erweisen sollten? Was sollen sie denn sonst machen? Ihn verdammen? Al ist schon tot. Er kann es nicht hören. Und außerdem ist es ohnehin zu spät. Es geht nicht um Al, sage ich Barsch. Es geht um alle, die zuschauen. Um alle, denen es jetzt als ein möglicher Ausweg erscheint, sich in den Abgrund zu stürzen. Warum nicht, wenn man auf diese Weise Ruhm erlangt? Das ist... Meine Wangen glühen und mein Herz klopft wie wild. Bei den Altruan wäre so etwas undenkbar. Ich schreie es beinahe heraus. Nichts davon. Niemals. Hier hat man ihn gebrochen und fertig gemacht und es ist mir egal, ob man mich für eine Stiff hält, wenn ich das sage. Es ist mir völlig egal. Faw's Augen wandern zu der Wand über dem Trinkbrunnen. Vorsicht, Triss, sagt er, die Augen auf eine Stelle an der Wand gerichtet. Mehr hast du nicht zu sagen? Dass ich vorsichtig sein soll? Ist das alles? Er packt mich am Arm und zerrt mich von dem Trinkbrunnen weg. Sein Gesicht ist so dicht vor meinem, dass ich die kleinen Sommersprossen sehe, die auf seiner Nase verteilt sind. Ich werde dir das nicht noch einmal sagen, also hör gut zu. Sie beobachten dich. Speziell dich. Lass mich los, sage ich matt. Er lässt mich sofort los und richtet sich auf. Beobachten sie dich auch, frage ich so leise, dass er mich nur hören kann, weil er so dicht neben mir steht. Ich versuche immer wieder, dir zu helfen, aber du lässt es ja nicht zu. Ach ja? Deine Hilfe, mir mit einem Messer das Ohr aufzuschlitzen, mich zu verspotten, mich öfter als irgendjemanden sonst anzuschreien, das ist ganz sicher hilfreich. Dich verspotten, meinst du, als ich die Messer geworfen habe? Ich habe dich nicht verspottet, sagt er verärgert. Ich habe dich daran erinnert, dass jemand anderes deinen Platz einnehmen wird, wenn du versagst. Ich denke an die Sache mit dem Messer zurück. Jedes Mal, wenn Thor mich damals provoziert hat, warnte er mich davor, aufzugeben, weil sonst Al sich vor die Zielscheiben stellen müsste. Warum? Weil du eine Altruan bist und weil du am mutigsten bist, wenn du dich verhältst wie eine Altruan. Er wollte mich nicht zum Aufgeben bewegen. Er hat mich daran erinnert, warum ich nicht aufgeben durfte, weil ich Al beschützen musste. Der Gedanke daran tut weh. Ich habe Al beschützt, meinen Freund, meinen Angreifer. Ich kann Al nicht so sehr hassen, wie ich es gerne wollte. Ich kann ihm aber auch nicht verzeihen. An deiner Stelle würde ich mir mehr Mühe geben, deine Altruan-Reflexe zu verstecken. Wenn die Falschen das herausfinden, dann sieht es schlecht aus für dich. Warum? Warum interessieren sie sich für meine Beweggründe? Deine Absichten und Gedanken sind das Einzige, was sie überhaupt interessiert. Sie wollen dir einreden, dass es sie interessiert, was du tust. Aber das stimmt nicht. Sie wollen nicht, dass du auf eine bestimmte Art und Weise handelst. Sie wollen, dass du auf eine bestimmte Art und Weise denkst. Dann bist du berechenbar. Und dann bist du keine Gefahr für sie. Er stützt sich mit einer Hand gegen die Wand. Sein T-Shirt liegt so eng an, dass ich sein Schlüsselbein und das kleine Grübchen zwischen seiner Schulter und dem Armmuskel sehe. Ich verstehe nicht, warum sie sich dafür interessieren, was ich denke, solange ich mich so benehme, wie sie es von mir erwarten. Im Moment benimmst du dich zwar so, wie sie es von dir erwarten, aber was geschieht, wenn dein von den Altruan programmiertes Gehirn dir sagt, dass du etwas tun sollst, was sie nicht wollen? Darauf weiß ich keine Antwort. Ich weiß nicht einmal, ob er recht hat. Denke ich wirklich noch wie eine Altruan? Oder nicht doch wie eine Ferox. Vielleicht lautet die Antwort darauf weder noch. Vielleicht denke ich tatsächlich wie eine Unbestimmte. Hast du schon mal daran gedacht, dass ich deine Hilfe vielleicht gar nicht brauche? Ich bin kein Schwächling, weißt du? Ich komme allein damit zurecht. Er schüttelt den Kopf. Du denkst, etwas treibt mich dazu, dich zu beschützen, weil du klein bist oder ein Mädchen oder eine Stiff. Aber da irrst du dich. In Wahrheit treibt mich etwas ganz anderes an. Etwas treibt mich dazu, dich so weit herauszufordern, bis du nicht mehr kannst und zusammenbrichst. Nur damit ich sehe, wie weit ich dazu gehen muss, sagt er mit rauer Stimme und drückt mich dabei ganz fest. Angst lähmt dich nicht. Sie stachelt dich an, sie macht dich wach. Er lässt mich los, aber er weicht nicht zurück, sondern fährt mir mit der Hand über das Kinn und den Hals. Manchmal möchte ich einfach sehen, wie du aufwachst. Ich lege meine Hand auf seine Hüfte. Ich weiß nicht, was mich dazu bringt, aber ich kann meine Hand nicht wieder wegziehen. Ich drücke mich an seine Brust, schlinge die Arme um ihn. Meine Finger tasten die Muskeln an seinem Rücken ab. Er zögert kurz, dann berührt er meinen Rücken, zieht mich zu sich, streicht mir übers Haar. Ich schließe die Augen. Wenn ich ihm verziehen hätte, meinst du, er würde jetzt noch leben? Ich weiß es nicht. Er drückt seine Hand an meine Wange und ich schmiege mich hinein. Ich will meine Augen noch nicht aufmachen. Ich glaube, es ist meine Schuld. Es ist nicht deine Schuld, sagt er und drückt seine Stirn an meine. Aber ich hätte es tun müssen. Ich hätte ihm verzeihen müssen. Vielleicht, vielleicht hätten wir alle mehr tun müssen. Aber wir sollten unsere Schuld zum Anlass nehmen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Seine Worte verblüffen mich so, dass ich mich zurücklehne. Das ist eine Lektion, die die Altruan lernen. Schuld als Mittel, nicht als Waffe gegen das eigene Selbst. Das Gleiche hat mein Vater in seinen Ansprachen bei unseren allwöchentlichen Zusammenkünften immer wieder gesagt. Von welcher Fraktion kommst du vor? Das spielt keine Rolle. sagt er mit gesenktem Blick. Jetzt bin ich hier und dasselbe gilt für dich. Sein Blick ist unstet, doch dann drückt er mir die Lippen auf die Stirn, genau zwischen beide Augen. Ich schließe die Augen. Was immer das hier auch ist, ich verstehe es nicht. Aber ich möchte es nicht kaputt machen, deshalb sage ich nichts. Reglos steht er da, verharrt mit seinen Lippen auf meiner Stirn und ich halte mich an ihm fest. So bleiben wir eine lange Zeit. Ich stehe mit Will und Christina an dem Geländer, von dem aus man die Schlucht überblicken kann. Es ist spät in der Nacht und die meisten Ferox sind schon schlafen gegangen. Ich spüre die Stiche der Tätowiernadeln noch in beiden Schultern. Wir alle haben uns vor einer halben Stunde neue Tattoos stechen lassen. Tori war allein im Tattoo-Studio. Deshalb habe ich es gewagt, mir das Symbol der Altruan stechen zu lassen. Zwei helfend ausgestreckte Hände, eingerahmt von einem Kreis. Es ist riskant, nach allem, was geschehen ist. Aber dieses Symbol ist ein Teil von mir und es ist mir wichtig, dass ich es auf meiner Haut trage. Ich steige auf eine Querstrebe und presse mich gegen das Geländer, um mein Gleichgewicht zu halten. Hier muss Al gestanden haben. Ich blicke hinunter auf das schwarze Wasser, die zerklüfteten Felsen. Wellen klatschen gegen den Stein. Die Gist sprüht herauf und macht mein Gesicht feucht. Hatte er Angst, als er hier stand? Oder stand sein Entschluss so fest, dass es ihm leicht fiel, zu springen? Christina gibt mir einen Stapel Papier. Es sind Exemplare sämtlicher Berichte, der Ken über die Altruan in den letzten sechs Monaten. Ich weiß, selbst wenn ich sie in den Abgrund werfe, bin ich sie nicht für immer los, aber vielleicht fühle ich mich danach ein bisschen besser. Mein Blick fällt auf das oberste Blatt Papier. Ein Bild von Janine, der Repräsentantin der Ken, prangt auf der ersten Seite. Ihre stechenden und doch schönen Augen schauen mich an. Bist du ihr je begegnet? frage ich Will. Christina zerknüllt den ersten Bericht und wirft ihn ins Wasser. Janine? Einmal. Ehe sie die Fraktion leitete, arbeitete sie mit meiner Schwester zusammen. Sie forschten an einem Serum für die Simulationen, dessen Wirkung länger anhalten sollte. Was? Ich werfe ein Blatt übers Geländer. Was hältst du von ihren Ideen? Er zuckt mit den Achseln. Ich weiß nicht. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn nicht nur eine einzige Fraktion regieren würde. Vielleicht wäre es auch ganz schön, wenn wir mehr Autos hätten und frisches Obst und... Du weißt aber schon, dass es keine geheimen Lagerhäuser gibt, in denen solche Sachen zurückgehalten werden, oder? Ich gerate langsam in Wallung. Ja, aber für die Altruan sind Bequemlichkeit und Wohlstand belanglos und vielleicht wären wir besser dran, wenn auch die anderen Fraktionen an der Entscheidungsfindung beteiligt wären. Es ist ja auch wichtiger, dass ein junger Ken ein Auto hat, als ein Fraktionsloser genug zu essen, erwidere ich scharf. Immer mit der Ruhe, sagt Christina und streicht sanft über Wills Schulter. Das hier soll ein fröhliches Happening sein, bei dem wir symbolisch Papiere vernichten und keine politische Grundsatzdebatte. Ich schlucke hinunter, was ich gerade sagen wollte und konzentriere mich auf den Papierstapel in meiner Hand. Seit einiger Zeit berühren sich Will und Christina ziemlich oft wie zufällig. Mir ist es aufgefallen. Ihnen auch? Aber ich hasse Janine wegen all dem Zeug, das sie über deinen Vater gesagt hat, sagt er. Ich weiß beim besten Willen nicht, wozu solche schlimmen Verleumdungen gut sind. Aber ich weiß es. Wenn sie die Leute davon überzeugen kann, dass mein Vater und die anderen Führer der Altruan korrupt und skrupellos sind, dann hat sie deren Unterstützung für einen Umsturz, falls sie das wirklich vorhat. Aber ich will nicht widerstreiten, also nicke ich nur und werfe die übrigen Blätter über die Brüstung. Sie flattern hin und her, hin und her, bis sie ins Wasser fallen. Christina grinst. Kommt ihr mit? Ich habe vor, Peters Hand heute Nacht heimlich in lauwarmes Wasser zu tauchen, damit er ins Bett pinkelt. Ich drehe mich um und sehe, wie sich am rechten Rand der Grube etwas bewegt. Eine Gestalt klettert den steilen Pfad hinauf zur Glasdecke und den geschmeidigen Bewegungen nach zu urteilen, bei denen die Füße sich kaum vom Boden abheben, weiß ich auch genau, wer es ist. Das klingt verlockend, aber ich muss mich mit Thor noch über etwas unterhalten, sage ich und zeige auf den Schatten, der weiter hinaufsteigt. Christina sieht Will an und der erwidert ihren Blick. Keiner von beiden hört mir wirklich zu. Na dann, sagt Christina abwesend, bis später. Ich renne zu dem Steg auf der rechten Seite der Grube und folge der dunklen Gestalt. Dabei bemühe ich mich, so leise wie möglich zu sein. Ich habe nicht vor, mit Thor zu reden, nicht ehe ich weiß, wohin er so spät in der Nacht unterwegs ist. Ich schleiche lautlos hinter ihm her und als ich das Ende der Stufen erreicht habe, bin ich außer Atem. Thor steht an der Tür zur Angstlandschaft. In einer Hand hält er eine Schachtel, in der anderen eine Spritze. Wenn du schon mal da bist, sagt er, ohne sich nach mir umzudrehen, kannst du auch mit hineinkommen. Ich zögere. In deiner Angstlandschaft? Ja. Ich trete zu ihm. Und das geht so einfach? Das Serum verbindet dich mit dem Programm. Aber das Programm bestimmt, wessen Angstlandschaft du betrittst. Und gerade jetzt ist es so eingerichtet, dass wir meine betreten. Die würdest du mir zeigen? Ja, es gibt ein paar Dinge, die ich dir zeigen möchte. Er hebt die Spritze und ich beuge den Kopf vor, damit er meinen Nacken besser sehen kann. Ich spüre einen heftigen Schmerz, als die Nadel eintritt, aber daran habe ich mich inzwischen gewöhnt. Als er damit fertig ist, gibt er mir die schwarze Schachtel. Darin liegt eine weitere Spritze. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Zögernd nehme ich die Spritze heraus. Ich will ihm nicht wehtun. Hierher. Er zeigt auf eine Stelle im Nacken. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und steche die Nadel hinein. Meine Hand zittert ein bisschen, aber vor, zuckt nicht einmal zusammen. Als ich fertig bin, legt er beide Spritzen wieder in die Schachtel zurück und stellt sie neben die Tür, gibt mir seine Hand und ich lege meine hinein. Seine Finger sind kalt und sprüde. Ich habe das Gefühl, ich müsste etwas sagen, aber vor lauter Aufregung bringe ich keinen Ton heraus. Mit der freien Hand öffnet er die Tür. Es macht mir nichts mehr aus, unbekannte Orte zu betreten. Ich folge ihm ins Dunkle, atme gleichmäßig und halte For's Hand fest. Die Tür schnappt hinter uns zu. Jetzt ist es ganz dunkel. Wir tauchen in die Simulation ein. Der Boden, auf dem ich stehe, knirscht wie Metall. Von allen Seiten umgibt uns Licht und unter uns erstreckt sich die Stadt, aber wir sind hoch über allem. Dann fängt der Wind an zu wehen. Er weht so heftig, dass ich mich an For anlehnen muss, um nicht weggeblasen zu werden. For lässt meine Hand los und legt mir den Arm um die Schulter. Zuerst denke ich, er will mich beschützen, doch dann merke ich, dass er kaum noch Luft bekommt und ich ihn stützen muss. Er ringt mit aufgerissenem Mund und verzerrtem Gesicht nach Luft. Wir müssen runterspringen, stimmt's? rufe ich über das Brausen des Windes hinweg. Er nickt. Ich zähle bis drei, okay? Er nickt wieder. Eins, zwei, drei. Ich fange an zu laufen und ziehe ihn einfach mit. Nachdem wir den ersten Schritt getan haben, ist der Rest einfach. Wir rennen über die Dachkante, wir fallen wie zwei Steine, die Luft zerrt an uns, der Boden kommt immer näher. Dann verschwindet das Bild und ich kauere auf allen Vieren. Neben mir ist Vor. Er schnappt nach Luft und presst sich die Hände an die Brust. Ich stehe auf und helfe auch ihm aufzustehen. Was kommt jetzt? Es ist... Etwas Hartes schlägt mir in den Rücken und schubst mich gegen ihn. Mein Kopf prallt gegen sein Schlüsselbein. Rechts und links von mir tauchen plötzlich Wände auf. Es ist so eng, dass Vor die Arme dicht an den Körper legen muss, um Platz zu finden. Mit lautem Knall legt sich eine Decke auf die Wände. Vor stöhnt auf und duckt sich. Der Raum ist gerade groß genug, dass er hineinpasst, kein bisschen größer. Engel, sage ich nur, als ich begreife, worum es geht. Vor stößt einen Kehligen laut aus. Ich lege den Kopf in den Nacken und lehne mich zurück, damit ich ihn anschauen kann. Er verzieht das Gesicht, als hätte er Schmerzen. Hey, es ist alles in Ordnung. Ich lege seine Arme um mich, damit er mehr Platz hat. Er klammert sich an meinen Rücken und steht von übergebeugt da. Sein Gesicht ist dicht neben meinem und sein Körper warm, aber ich spüre nur seine Knochen und seine kräftigen Muskeln. Ausbrechen können wir nicht, also müssen wir der Angst ins Auge schauen, ja? Ich warte nicht auf seine Antwort. Du musst den Raum noch enger machen. Wir müssen uns hinkauern. Ich packe ihn an der Taille, um ihn mit hinunter zu ziehen. Ich spüre seine Rippen an meiner Hand und ich höre, wie sich ein Holzbrett am anderen reibt, als sich die Decke mit uns zusammen tiefer senkt. Es wird immer enger, aber da zwischen uns beiden noch Platz ist, drehe ich mich um und rolle mich zusammen, sodass mein Rücken gegen seine Brust gepresst wird. Ich spüre seinen schweren Atem an meinem Ohr. Ui, keuchte er heiser. Das ist ja noch schlimmer, das ist eindeutig. Psst, leg die Arme um mich. Gehorsam schlinkte die Arme um meine Taille. Die Simulation misst, wie groß deine Angst ist. Ich wiederhole nur das, was er uns gesagt hat, aber vielleicht hilft es ihm, wenn ich ihn daran erinnere. Wenn du deinen Pulsschlag dämpfen kannst, dann geht die Simulation in die nächste Phase über. Versuch also zu vergessen, dass wir hier sind. Ich fasse seine Hand und lege sie direkt auf mein Herz. Spürst du meinen Herzschlag? Fühle ihn. Ja. Spürst du, wie gleichmäßig er ist? Dein Herz klopft schnell. Ja, aber das hat nichts mit diesem engen Raum hier zu tun. Kaum habe ich das gesagt, kriege ich einen Schreck. Hoffentlich merkt er nicht, was ich ihm gerade gestanden habe. Jedes Mal, wenn du fühlst, dass ich atme, atmest du auch. Konzentriere dich darauf. Okay. Ich atme tief und seine Brust hebt und senkt sich mit meinen Atemzügen. Nachdem wir eine Zeit lang so geatmet haben, frage ich ihn, willst du mir nicht sagen, woher diese Angst kommt? Vielleicht hilft es, wenn wir darüber reden. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheint es mir richtig, das zu sagen. Okay. Die Angst stammt aus meiner tollen Kindheit. Von den Strafen, die ich als Kind erhielt. Der kleine Schrank im Obergeschoss. Was für eine Grausamkeit. Bei der Vorstellung zieht sich mir das Herz zusammen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, deshalb übergehe ich es. Meine Mutter hat unsere Wintermäntel in unserem Schrank aufgehoben. Ich will, ich will wirklich nicht mehr darüber reden. Okay, dann kann ich ja reden. Frag mich was. Einverstanden. Er lacht unsicher. und wieder spüre ich den Hauch an meinem Ohr. Warum rast dein Puls so? Naja, ich, ich kenne dich kaum und wir beide sind in einer Kiste eingezwängt, also wundert dich das? Er lacht und plötzlich bersten mit lautem Knall die Wände und wir kauern in einem Kreis aus Licht. Mit einem erleichterten Seufzer lässt vor seine Arme sinken. Ich rapple mich auf. Ein paar Schritte von uns entfernt steht eine Frau und zielt mit einem Gewehr auf uns. Sie bewegt sich nicht. Ihre Gesichtszüge sind unauffällig. Rechts taucht ein Tisch auf. Auf ihm liegen ein Gewehr und eine einzige Kugel. Warum drückt die Frau nicht ab? Oh, die Angst hat nichts mit der Todesdrohung zu tun, sondern mit dem Gewehr auf dem Tisch. Du musst sie töten, sage ich leise. Jedes Mal wieder. Sie ist nicht wirklich. Sie sieht aber so aus und es fühlt sich wirklich an. Wenn sie wirklich wäre, dann hätte sie dich längst getötet. Okay, ich werde es einfach tun. Das hier ist nicht ganz so schlimm. Es versetzt mich nicht so in Panik. Weniger Panik, aber umso mehr Grauen. Ich sehe es ihm an, als er die Waffe nimmt und das Magazin öffnet. Er schiebt die Kugel ins Magazin und hält die Waffe mit beiden Händen vor sich. Er drückt ein Auge zu und atmet langsam ein. Als er ausatmet, schießt er. Der Kopf der Frau wird nach hinten geschleudert. Ich schaue weg und höre, wie sie auf den Boden sackt. Polternd fällt vor die Waffe aus der Hand. Wir starren auf die Tote, die vor uns liegt. Ich packe ihn am Arm. Komm mit. Lass uns weitergehen. Vor uns ist eine dunkle Gestalt. Sie wartet am Rand des Lichtkegels, in dem wir stehen. Wer ist das? Der Mann, der aus dem Schatten auftaucht, ist groß und schlank. Seine Haare sind kurz geschnitten. Die Hände hat er auf dem Rücken verschränkt. Er trägt die graue Kleidung der Altruan. Markus? Flüstere ich. Ist er? Ich blicke von Markus, der langsam auf uns zukommt zuvor, der vor ihm zurückweicht, und dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Markus hatte einen Sohn, der zu den Ferox ging. Tobias. Markus zeigt uns seine Hände. Um eine Faust hat er ein Gürtel geschlungen. Langsam wickelt er ihn ab. Das ist nur zu deinem Besten, sagt er. Ein Dutzend Markusse drängen sich in den Lichtkügel. Alle halten den gleichen Gürtel in den Händen. Alle haben sie den gleichen Stierenblick. Sie blinzeln, und ihre Augen werden zu schwarzen, leeren Höhlen. Die Gürtel schleifen über den Boden, der nun aus weißen Kacheln besteht. Mir läuft es kalt den Rücken hinunter. Vor, Tobias ist wie erstarrt. Er lässt die Schultern hängen, er scheint um Jahre gealtert und zugleich um Jahre jünger zu sein. Der erste Markus holt weit aus. Der Gürtel entrollt sich über seiner Schulter. Tobias weicht zurück, hält sich die Arme schützend vors Gesicht. Ich überlege nicht lange, sondern stelle mich vor ihn. Der Gürtel peitscht auf mein Handgelenk und wickelt sich um meinen Arm. Ein scharfer Schmerz zieht sich von meiner Hand bis zum Ellbogen. Ich beiße die Zähne zusammen und zerre an dem Gürtel so fest ich kann. Markus lässt ihn los. Ich wickele ihn von meinem Handgelenk und halte ihn an der Schnalle. Bei meinem Hieb hole ich so weit aus, dass mein Schultergelenk wehtut. Der Gürtel streift Markus' Schulter. Er schreit auf und stürzt sich mit ausgestreckten Händen auf mich. Seine Finger sehen aus wie Klauen. Tobias schubst mich hinter sich, so dass er zwischen mir und Markus steht. Jetzt wirkt er zornig, nicht mehr ängstlich. Mit einem Mal sind alle Markesse verschwunden. Die Lichter gehen an. Sie erleuchten einen langen, schmalen Raum mit zerbröselnden Ziegelsteinwänden und Zementboden. Das ist alles? Das waren deine schlimmsten Ängste? Du hast wirklich nur vier. Ich stocke. Nur vier Ängste. Deswegen nennen sie dich. Als ich seinen Gesichtsausdruck sehe, bleiben mir die Worte im Hals stecken. Das Licht scheint auf ihn. Seine Augen sind weit aufgerissen. Er legt mir die Hand auf den Ellbogen. Sein Daumen bohrt sich in die weiche Haut meines Unterarms und er zieht mich an sich. Seine Lippen streifen ganz leicht meine Wange. Er legt die Arme um mich und vergräbt sein Gesicht an meinem Hals. Ich spüre seinen Atem an meinem Schlüsselbein. Eine Sekunde lang versteife ich mich, dann schlinge ich die Arme um ihn. Hey, wir haben es geschafft. Er hebt den Kopf und fährt mir durchs Haar, streicht es mir hinter die Ohren. Wir schauen uns schweigend an. Nicht wir. Du hast es geschafft. Naja, wenn es nicht die eigenen Ängste sind, ist es leicht, mutig zu sein. Er verschränkt die Finger in meinen. Komm mit. Ich muss dir noch etwas anderes zeigen. Hand in Hand gehen wir zur Grube. Ich habe nie verstanden, wieso Menschen sich beim Gehen an den Händen halten wollen. Aber dann fährt Tobias mit der Fingerspitze über meine Handfläche und mir läuft ein Schauer über den Rücken. Und da habe ich es endlich kapiert. Wir gehen auf einem schmalen Steig, ganz am Rand der Grube. Er führt hinunter zu den Felsen am Fuß der Schlucht. Mir ist er vorher noch nie aufgefallen. Er sticht so gut wie nicht hervor. Aber Tobias scheint ihn gut zu kennen. Ich will den Augenblick nicht verderben, aber ich muss über seinen Eignungstest Bescheid wissen. Ich muss wissen, ob er ein Unbestimmter ist. Du wolltest mir von den Ergebnissen deines Eignungstests erzählen. Ach, er kratzt sich mit der freien Hand am Rücken. Ist das wichtig? Ja, du bist hartnäckig. Er lächelt. Wir sind am Ende des Pfads angekommen und stehen nun am Fuß der Schlucht, wo der Boden felsig und uneben ist und steil aus dem tosenden Wasser emporragt. Tobias setzt sich hin und lässt die Füße baumeln, ich setze mich neben ihn. Es scheint ihm nichts auszumachen, nur eine Handbreit über dem gefährlichen Wasser zu sitzen. Das sind Dinge, über die ich nicht mit anderen spreche, nicht einmal mit meinen Freunden. Mein Ergebnis war wie erwartet. Altruan. Oh, etwas in mir zerplatzt. Wenn er kein Unbestimmter ist, dann hätte ich angenommen, dass zumindest sein Testergebnis ihn als Ferox ausweist und nicht als Altruan und du hast dich trotzdem für die Ferox entschieden? Es ging nicht anders. Du bist wegen deines Vaters weggegangen. Ist das der Grund, warum du kein Anführer der Ferox sein willst? Denn wenn du einer wärst, müsstest du ihm wieder begegnen. Er zog die Schulter. Das und weil ich schon lange das Gefühl habe, dass ich doch nicht voll und ganz zu den Ferox gehöre. Nicht zu den Ferox, wie sie jetzt sind, jedenfalls. Aber nach den Maßstäben der Ferox bist du unglaublich gut. Zu welcher Fraktion solltest du denn sonst gehören? Ich habe eine Theorie, wonach Selbstlosigkeit und Tapferkeit eigentlich dasselbe sind. Dein ganzes Leben lang hast du dich darin geübt, dich selbst zu vergessen. Und genau das geschieht, wenn man in Gefahr schwebt. Man vergisst sich selbst. Man könnte also ebenso gut zu den Altruan wie zu den Ferox gehören. Ja, mag sein, aber ich habe die Altruan verlassen, weil ich nicht selbstlos genug bin. Egal, wie sehr ich mich darum bemühe. Das stimmt nicht ganz. Er lächelt mich an. Ich kenne ein Mädchen, das auf sich selbst mit Messern werfen ließ, um ihren Freund zu verschonen und das meinen Vater mit einem Gürtel schlug, um mich zu beschützen. Du hast mich sehr aufmerksam beobachtet, stimmt's? frage ich vorsichtig. Ich beobachte gern andere Menschen. Vielleicht bist du in Wahrheit ein Kandor vor. Du lügst nämlich entsetzlich schlecht. Also gut. Er beugt sich näher zu mir. Sein Blick wandert über meine Wangen, meine Lippen, meine Nase. Ich habe dich beobachtet, weil ich dich sehr mag. Und nenn mich nicht mehr vor. Es ist schön, meinen richtigen Namen wieder zu hören. Meine Wangen werden heiß. Und alles, was mir dazu einfällt, ist, aber du bist doch älter als ich. Tobias. Er grinst amüsiert. Ja, eine riesige Lücke von zwei Jahren klafft zwischen uns, geradezu unüberwindlich. Ich will keine falsche Bescheidenheit an den Tag legen. Ich kapier's einfach nicht. Ich bin jünger. Ich bin nicht hübsch. Ich... Er lacht. Ein Lachen, das tief aus seinem Innern kommt. Und er haucht mir einen Kuss auf die Schläfen. Mir gefällst du. Du bist unheimlich klug. Du bist mutig. Und obwohl du das mit Markus herausgefunden hast, seine Stimme wird leiser, schaust du mich nicht an wie einen geprügelten Hund oder so. Nein, das bist du ja auch nicht. Für einen Moment blickt er mich schweigend aus seinen dunklen Augen an. Dann berührt er mein Gesicht. Und beugt sich zu mir. Der Fluss tost. Die Gischt klatscht an meine Beine. Am nächsten Morgen bin ich albern und beschwingt. Jedes Mal, wenn ich mich bemühe, eine ernste Miene zu machen, kehrt das Lächeln sofort wieder in mein Gesicht zurück. Ich trage die Haare offen und habe die weiten T-Shirts im Schrank gelassen und stattdessen ein schulterfreies Oberteil gewählt, das meine Tattoos freilässt. Ich setze mich auf meinen Stammplatz, neben Uriah und Will und Christina gegenüber. Der Platz links von mir ist wie immer frei. Wird sich Tobias heute auf diesen Platz setzen? Wird er mir während des Frühstücks zulächeln oder mir heimlich verstohlene Blicke zuwerfen und ich ihm? Ich nehme mir eine Scheibe Toast von dem Teller in der Mitte des Tisches und bestreiche sie etwas zu schwungvoll mit Butter. Dann kommt er herein. Lächelnd winke ich ihm zu, aber er setzt sich neben Säcki, ohne auch nur einen Blick in meine Richtung zu werfen. Ich lasse die Hand zinken und starre mit brennenden Augen auf den Toast. Jetzt fällt mir das Lächeln schwer. Stimmt irgendwas nicht? fragt Uriah, während er weiter an seinem Toast kaut. Ich schüttel den Kopf und fange an zu essen. Was habe ich denn erwartet? Nur weil wir uns geküsst haben, heißt das doch nicht, dass sich etwas verändert hat. Vielleicht hat er es sich anders überlegt und mag mich nicht mehr. Vielleicht denkt er, es war ein Fehler, mich zu küssen. Lauren, die Ausbilderin der gebürtigen Ferox-Initianten, steht, die Hände in die Hüften gestützt, vor der Tür zu den Angstlandschaften. Die meisten von euch werden in ihren Angstlandschaften mit zehn bis 15 Ängsten konfrontiert werden. Das ist der Durchschnitt. Aber heute werdet ihr noch nicht herausfinden, wie viele Ängste ihr habt, verkündet sie. Die Simulation beruht auf meiner Angstlandschaft. Das heißt, ihr werdet meine Ängste durchleben und nicht eure. Zu Übungszwecken wird jeder von euch allerdings nur einer von meinen Ängsten ins Auge sehen müssen, damit ihr einen Eindruck davon bekommt, wie die Simulation abläuft. Lauren zeigt auf jeden von uns und ordnet uns dabei willkürlich eine Angst zu. Ich stehe hinten, deshalb bin ich als eine der Letzten dran. Lauren teilt mir die Angst, von jemandem entführt zu werden, zu. Weil wir nicht mit dem Computer verbunden sind, solange wir nicht an der Reihe sind, kann ich nicht sehen, was sich in den Simulationen abspielt, sondern nur, wie die anderen darauf reagieren. Dann bin ich an der Reihe. Das, was jetzt kommt, wird ganz sicher nicht sehr angenehm für mich, aber weil ich bisher jede Simulation beeinflussen konnte und auch schon durch Tobias' Angstlandschaft gegangen bin, bleibe ich gelassen, als Lauren mir die Nadel in den Hals sticht. Die Umgebung ändert sich. Der Boden unter meinen Füßen wird zu Gras. Ich bin sofort mitten in der Entführung. Hände klammern sich um meine Arme, legen sich auf meinen Mund. Es ist dunkel, daher kann ich kaum etwas erkennen. Ich stehe an der Schlucht. Das Wasser rauscht. Ich schreie in die Hand, die mir den Mund zuhält, und wehre mich. Aber die Arme, die mich umklammern, sind zu stark. Im Geiste sehe ich mich, wie ich in die Tiefe stürze. Es ist dasselbe Bild, das mich in meinen Albträumen verfolgt. Ich schreie und schreie, bis mein Hals ganz rau ist und heiße Tränen aus meinen Augen quellen. Ich wusste, dass sie wiederkommen und mich holen würden, dass sie es ein zweites Mal versuchen würden. Einmal war nicht genug. Ich schreie, nicht nach Hilfe, denn keiner wird mir helfen, sondern weil man immer schreit, wenn man stirbt und nichts dagegen tun kann. Halt, befiehlt eine ernste Stimme. Die Hände verschwinden und die Lichter gehen an. Die Angstlandschaft entlässt mich wieder. Am ganzen Körper zitternd sinke ich auf die Knie und schlage die Hände vors Gesicht. Ich habe versagt. Ich habe alle Logik, allen Verstand vergessen. Lawrence' Angst hat sich in meine Angst verwandelt. Und alle haben mich gesehen. Tobias hat mich gesehen. Ich höre Schritte. Tobias kommt auf mich zu und zerrt mich hoch. Was zum Teufel war das denn, Stiff? Ich, ich habe nicht... Reiß dich zusammen, das ist erbärmlich! Irgendetwas in mir rastet aus. Ich höre auf zu weinen. Mir wird heiß und diese Hitze vertreibt augenblicklich jede Schwäche. Ich verpasse ihm einen solchen Schlag, dass meine Fingerknöchel danach wie Feuer brennen. Er starrt mich an. Eine Seite seines Gesichts ist rot. Ich reiße mich von ihm los und renne weg. Ich ziehe meine Jacke fester um die Schulter. Ich war schon lange nicht mehr im Freien. Die fahle Sonne scheint mir ins Gesicht und mein Atem bildet kleine Wölkchen. Eines zumindest habe ich erreicht. Ich habe Peter und seine Freunde davon überzeugt, dass ich keine Bedrohung mehr für sie bin. Ich muss nur sicherstellen, dass ich sie morgen, wenn ich durch meine eigene Angstlandschaft gehe, Lügen strafe. Gestern hielt ich es für undenkbar zu versagen. Heute bin ich mir dann nicht mehr so sicher. Meine Tränen sind versiegt. Ich fahre mit der Hand durchs Haar und binde es mit einem Gummiband, das ich am Handgelenk trage, zu einem Pferdeschwanz. Jetzt bin ich wieder mehr ich selbst. Mehr brauche ich nicht. Ich muss mir nur sicher sein, wer ich bin und ich bin garantiert niemand, der sich von Belanglosigkeiten wie Jungs- oder Nahtoderfahrungen aufhalten lässt. Der Gedanke entlockt mir ein Lachen. Ist es wirklich so, wie ich es mir einzureden versuche? Das Zugssignal ertönt. Die Schienen führen um das Gelände der Ferrux herum und dann weiter ins Nirgendwo. Wo beginnen sie? Wo enden sie? Wie sieht die Welt jenseits der Schienen aus? Ich würde am liebsten nach Hause gehen. Aber das ist ausgeschlossen. Eric hat uns am Besuchstag gewarnt, wir sollten uns unseren Eltern gegenüber nicht zu anhänglich zeigen. Jetzt einen Besuch zu Hause zu machen, wäre Verrat an den Ferrux und das kann ich mir nicht leisten. Aber Eric hat nicht gesagt, dass wir überhaupt niemanden aus anderen Fraktionen besuchen dürfen. Außerdem hat meine Mutter mir aufgetragen, mit Caleb zu reden. Ich darf eigentlich nicht ohne Begleitung weggehen, aber ich kann nicht anders. Ich laufe immer schneller. Mit eng angelegten Armen spurte ich neben dem letzten Waggon her, bekomme den Türgriff zu fassen und werfe mich hinein. Im Wagen lasse ich mich auf den Rücken fallen und schaue zu, wie die Gebäude der Ferrux hinter mir in der Ferne verschwinden. Ich möchte nicht dorthin zurück. Wenn ich jetzt beschließen würde, alles hinzuwerfen und ohne Fraktion zu leben, wäre dies das Mutigste, was ich je getan habe. Aber heute fühle ich mich wie ein Feigling. Die Luft streicht über mich hinweg und spielt um meine Finger. Ich lasse meine Hand aus dem Wagen hängen und fange den Wind ein. Ich kann nicht nach Hause, aber ich kann ein Stück zu Hause wiederfinden. In jeder Erinnerung an meine Kindheit kommt Caleb vor. Er ist ein Teil von mir. Der Zug bremst ab, als er die Innenstadt erreicht. Ich setze mich auf und sehe, wie sich die kleinen Gebäude im Näherkommen in große Gebäude verwandeln. Die Kennen wohnen in großen Häusern aus Steinen, von denen aus man das ganze Sumpfland überblicken kann. Ich halte mich am Einstiegsgriff fest und beuge mich hinaus, um zu sehen, wohin die Gleise führen. Sie führen hinunter auf die ebenerdige Straße, ehe sie ostwärts schwenken. Ich atme den Geruch nach nassem Asphalt und feuchter Luft ein. Der Zug schwankt und verlangsamt seine Fahrt. Ich springe hinaus. Ich lande so hart, dass meine Weine einknicken und ich ein paar Schritte laufen muss, um den Schwung abzufangen. Dann gehe ich mitten auf der Straße weiter nach Süden, Richtung Sumpf. So weit mein Auge reicht, erstreckt sich ödes Land, eine braune Ebene, die an den Horizont stößt. Ich biege nach links ab. Die Häuser der Ken ragen vor mir auf, düster und wenig einladend. Wie soll ich Caleb hier finden? Ich lasse den Blick über die Häuser schweifen. Nach allen Regeln der Vernunft müsste das Gebäude in der Mitte das Wichtigste sein. Warum also nicht genau hier mit der Suche beginnen? Überall wimmelt es von Mitgliedern der Fraktion. Die Regeln der Ken bestimmen, dass jeder zumindest ein blaues Kleidungsstück tragen muss, denn blau lässt den Körper beruhigende Substanzen produzieren und ein ruhiger Geist ist ein klarer Geist. Ich rechne damit, dass ich mich durch die Menge schieben muss, ständig angerempelt werde und andauernd Entschuldigung murmele, so wie ich es immer tue. Aber hier ist das anders. Seit ich zu den Ferox gehöre, nehmen mich die Menschen wahr. Die Leute machen mir sogar Platz. Aber ihre Augen folgen mir auf Schritt und Tritt. Ich ziehe das Gummiband aus meinem Haar und schüttle den Kopf, damit mein Haar frei fällt, ehe ich durch die Eingangstür gehe. In der Empfangshalle bleibe ich stehen und lege den Kopf in den Nacken. Der Raum ist riesig, still und es riecht nach verstaubten Buchseiten. Der Parkettboden knarrt unter meinen Schritten. Buchregale ziehen sich an den Wänden entlang, aber sie scheinen in erster Linie als Dekoration zu dienen. Auf einem Tisch in der Mitte des Raums stehen viele Computer. Kein Mensch liest in einem Buch, alle starren konzentriert auf die Bildschirme. Ich hätte es mir denken können, dass die Bibliothek das wichtigste Gebäude der Kenne ist. Ein Porträt an der gegenüberliegenden Wandseite zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Es ist doppelt so hoch wie ich und etwa viermal so breit und es zeigt eine attraktive Frau mit hellgrauen Augen und einer Brille. Ternin. Allein ihr Bild regt mich so auf, dass Wut in mir aufsteigt. Unter ihrem Bild hängt eine große Tafel, auf der zu lesen steht Wissen bringt Wohlstand. Wohlstand. Für mich hat das Wort einen Fadenbeigeschmack. Bei den Altruan steht es für Egoismus. Wie konnte Caleb sich nur diesen Leuten anschließen? Ich gehe zu dem Pult, das direkt unter Ternins Porträt steht. Der junge Mann hinter dem Pult blickt nicht auf, sondern fragt geistesabwesend, kann ich helfen? Ich suche jemanden. Er heißt Caleb. Wo kann ich ihn finden? Ich darf keine persönlichen Auskünfte geben, erwidert der junge Mann knapp und tippt weiter auf seinen Bildschirm. Er ist mein Bruder. Ich darf keine... Meine Faust kracht auf die Tischplatte und reißt ihn aus seiner Teilnahmslosigkeit. Er starrt mich über den Brillenrand an. Alle Köpfe drehen sich nach mir um. Ich habe gesagt, ich suche jemanden. Einen, der Initianten. Kannst du mir wenigstens sagen, wohin ich gehen soll? Beatrice? fragt jemand hinter mir. Ich drehe mich um. Hinter mir steht Caleb mit einem Buch in der Hand. Seine Haare sind länger als früher, sie reichen ihm bis über die Ohren. Er hat ein blaues T-Shirt an und trägt eine rechteckige Brille. Obwohl er so verändert aussieht und ich ihn eigentlich gar nicht mehr liebhaben dürfte, renne ich zu ihm und schließe ihn in meine Arme. Sein Blick schweift über die Tischreihen. Komm, gehen wir nach draußen. Wir verlassen die Bibliothek und überqueren die Straße. Dort war früher einmal ein Park, jetzt nennen wir es Millennium. Es ist ein ödes Stück Land, auf dem ein paar verrostete Metallskulpturen stehen. Überall sitzen Ken in kleinen Grüppchen, lesen Zeitungen oder Bücher. Caleb nimmt die Brille ab und steckt sie in die Tasche. Was machst du hier? Ich hatte Sehnsucht nach zu Hause und der Nächste, der mir eingefallen ist, warst du. Er presst die Lippen zusammen. Du scheinst ja vor Freude ganz aus dem Häuschen zu sein, Caleb. Hey, sagt er und legt mir die Hand auf die Schultern. Ich freue mich wahnsinnig, dich zu sehen, okay? Es ist aber nicht erlaubt. Es ist gegen die Vorschriften. Das ist mir egal. Das ist mir völlig egal, okay? Das sollte es aber nicht sein. Ich an deiner Stelle würde alles tun, um keinen Ärger mit meiner Fraktion zu bekommen. Was soll das heißen? Ich weiß ganz genau, was das heißen soll. Er hält die Ferox für die grausamste der fünf Fraktionen, nicht mehr und nicht weniger. Ich möchte nur nicht, dass dir etwas zustößt. Kein Grund, so wütend auf mich zu sein. Er legt den Kopf schief und zieht mich forschend an. Denkst du, du hast die richtige Wahl getroffen? Ich glaube nicht, dass ich überhaupt eine Wahl hatte, sage ich. Und wie steht's mit dir? Die Leute schauen uns hinterher, wenn wir an ihnen vorbeilaufen, und Caleb lässt den Blick aufmerksam über ihre Gesichter schweifen. Was ist los? Frage ich und verschränke die Arme. Ich habe die dunklen Ringe um seine Augen zuvor gar nicht bemerkt. Was stimmt denn nicht? Irgendeine große Sache ist am Laufen, Beatrice. Irgendetwas läuft in die falsche Richtung. Ich weiß nicht, was es ist, aber die Leute rennen aufgeregt umher, reden im Flüsterton, und Janine hält täglich irgendwelche Reden, in denen sie erklärt, wie korrupt die Altruan sind. Und du glaubst ihr? Nein, vielleicht, ich weiß nicht, er schüttelt den Kopf. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Doch, das tust du. Du weißt, wer unsere Eltern sind. Du weißt, wer unsere Freunde sind. Glaubst du ernsthaft, dass Susans Vater korrupt ist? Was weiß ich denn? Was durfte ich denn wissen? Wir durften doch keine Fragen stellen, Beatrice. Und hier, hier darf jeder alles wissen. Die Informationen stehen jedem jederzeit zur Verfügung. Wir sind hier nicht bei den Kandor. Hier gibt es Lügner, Caleb. Hier gibt es Menschen, die so gerissen sind, dass sie wissen, wie sie dich beeinflussen können. Meinst du nicht, dass ich es bemerken würde, wenn man mich manipulieren will? Wenn sie so klug sind, wie du behauptest? Nein. Ich glaube, du würdest es nicht bemerken. Du hast ja keine Ahnung, wovon du sprichst. Ja, woher sollte ich auch wissen, wie es in einer skrupellosen Fraktion zugeht? Ich bereite mich ja nur darauf vor, eine Ferox zu werden, zum Teufel nochmal. Aber ich weiß wenigstens, wo ich hingehöre, Caleb. Du hingegen hast dich dafür entschieden, zu ignorieren, was wir unser Leben lang gewusst haben, nämlich, dass diese Leute hier überheblich und gierig sind und dich kein Stückchen weiterbringen werden. Ich denke, du solltest jetzt gehen, Beatrice, sagt er schneidend. Mit Vergnügen, fauche ich ihn an. Oh, ich nehme zwar nicht an, dass dich das interessiert, aber Mom bittet dich, das Serum für die Simulationen näher zu untersuchen. Hast du sie etwa gesehen? Er wirkt verletzt. Warum ist sie nicht? Weil die Ken die Altrua nicht mehr auf ihr Gelände lassen. Stand dir diese Information etwa nicht zur Verfügung? Ich drängle mich an ihm vorbei. Ich hätte nicht hierher kommen sollen. Die Leute auf dem Gehweg weichen zur Seite. Ich schaue hoch und begreife, weshalb. Ein paar Schritte vor mir stehen zwei Ken und verschweren mir den Weg. Du da, sagt der eine. Du musst mitkommen. Einer der beiden Männer geht so dicht hinter mir her, dass ich seinen Atem an meinem Kopf spüre. Der andere führt mich in die Bibliothek und durch drei Gänge zu einem Aufzug. Ich folge den Männern bis in ein Büro. Die Wände sind aus Glas. Hinter einem Metallschreibtisch sitzt eine Frau. Wie lange schon hasse ich dieses Gesicht? Ich weiß es nicht. Setz dich, sagt Janine. Ihre Stimme kommt mir bekannt vor, besonders wenn sie gereizt klingt wie jetzt. Ihre hellgrauen Augen heften sich auf meine. Ich bleibe lieber stehen. Setz dich! Ja, ich habe die Stimme schon einmal gehört. Es war im Gang bei den Ferox. Da hat sie mit Eric geredet, kurz bevor ich angegriffen wurde. Sie hat über Unbestimmte gesprochen. Und davor auch schon einmal. Es war ihre Stimme, die ich in der Simulation gehört habe. Ich meine, die Simulation während des Eignungstests. Sie ist die Gefahr, vor der mich Tori und meine Mutter gewarnt haben. Die Gefahr für alle, die unbestimmt sind. Und jetzt sitzt sie direkt vor mir. So ist es. Die Eignungstests zähle ich zu meinen größten Erfolgen als Wissenschaftlerin. Ich habe mir deine Ergebnisse angesehen, Beatrice. Anscheinend hat es bei deinem Test ein Problem gegeben. Deshalb musste die Bewertung von Hand in das System eingetragen werden. Hast du das gewusst? Nein. Und hast du gewusst, dass es nur zwei Personen gibt, deren Testergebnis den Altuan zugeordnet wurde und die trotzdem zu den Ferox gewechselt sind? Eine davon bist du. Nein. Ich versuche mir, den Schrecken nicht anmerken zu lassen. Tobias und ich sind die Einzigen. Aber sein Testergebnis war echt und meines ist gefälscht. Warum hast du dich für die Ferox entschieden? Was soll die Frage? Ich versuche nicht laut zu werden, aber es klappt nicht. Wollen sie mich stattdessen nicht lieber zurechtweisen, dass ich meine Fraktion verlassen und meinen Bruder aufgesucht habe? Fraktion vor Blut, so heißt es doch. Weil ich gerade daran denke, wieso bin ich eigentlich hier in diesem Büro? Sind sie denn nicht ein hohes Tier oder so ähnlich? Vielleicht verpasst dir das einen Dämpfer. Ihre Lippen werden schmal. Die Zurechtweisungen überlasse ich den Ferox. Ich stütze mich auf die Lehne des Stuhls, auf den ich mich nicht setzen wollte und umklammere sie. Hinter Janine ist ein Fenster, von dem aus man die ganze Stadt überblicken kann. In der Ferne kommt langsam ein Zug um die Kurve. Um deine Frage zu beantworten, ein wesentliches Kennzeichen unserer Fraktion ist die Neugier. Und als ich die Aufzeichnungen über dich noch einmal genau durchgesehen habe, ist mir aufgefallen, dass auch bei einer weiteren Simulation etwas nicht stimmte und auch diesmal wurde es nicht aufgezeichnet. Hast du das gewusst? Wie sind sie denn überhaupt an die Aufzeichnungen gekommen? Nur die Ferox haben Zugang zu den Berichten. Die Ken haben die Simulationen entwickelt. Daher haben wir ein Übereinkommen mit den Ferox getroffen, Beatrice. Sie legt den Kopf schief und lächelt mich an. Mir geht es einzig und allein um die Leistungsfähigkeit unserer Technologie. Wenn sie bei deinen Tests regelmäßig versagt, dann muss ich den Fehler beheben, verstehst du? Ich verstehe nur eines. Sie lügt. Genau wie die Anführer der Ferox macht sie Jagd auf Unbestimmte. Und wenn meine Mutter möchte, dass Caleb das Simulationsserum erforscht, dann vermutlich deshalb, weil Janine es entwickelt hat. Aber was ist so bedrohlich daran, dass ich den Ablauf der Simulationen beeinflussen kann? Welche Rolle spielt das ausgerechnet für die Anführerin der Ken? Mein Herz schlägt bis zum Hals. Ich weiß nicht, warum, aber von dem Serum, das man mir gespritzt hat, ist mir speiübel geworden. Vielleicht war derjenige, der die Simulation überwacht hat, abgelenkt, weil er dachte, ich müsste mich übergeben und hat deshalb vergessen, meine Werte aufzuzeichnen. Nach dem Eignungstest ist mir auch schlecht geworden. Hattest du schon immer einen empfindlichen Magen, Beatrice? Ihre Stimme ist so scharf wie eine Rasierklinge. Ungeduldig trommelt sie mit ihren kurzgeschnittenen Fingernägeln auf die gläserne Schreibtischplatte. Ja, schon als Kind, antworte ich so gelassen wie möglich. Ich lasse die Stuhllehne los, gehe um den Stuhl herum und setze mich. Ich darf nicht zeigen, unter welcher Anspannung ich stehe, obwohl mir ganz flau ist. Du warst in den Simulationen sehr erfolgreich. Worauf führst du das zurück? Ich bin mutig, sage ich forsch. Die anderen Fraktionen haben von den Ferox eine vorgefasste Meinung. Demnach sind sie frech, aggressiv und impulsiv und arrogant. Ich muss mich so verhalten, wie Janine es von mir erwartet. Ich bin in diesem Jahr die beste Initiantin. Sie wollen also wissen, wieso ich zu den Ferox gewechselt bin? Ganz einfach, weil ich mich gelangweilt habe. Mach weiter so, mach weiter. Man muss beim Lügen vollen Einsatz zeigen. Ich hatte es satt, ein kleiner, feiger Gutmensch zu sein. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Darf ich also annehmen, Janine spitzt die Lippen und wartet ein paar Sekunden, ehe sie den Satz zu Ende spricht, dass du den Berichten, die über die politischen Führer dieser Stadt veröffentlicht worden sind, zustimmst? Die Berichte, die Berichte, in denen meine Eltern als korrupte, machtgierige, moralpredigende Tyrannen verunglimpft werden. Die Berichte mit ihren verborgenen Drohungen, die auf einen Umstoß abzielen. Mir wird schlecht, wenn ich nur daran denke. Ich würde diese Frau am liebsten erwürgen. Ich weiß ja, dass die Berichte von ihr stammen. Ich lächle. Ja, von ganzem Herzen. Einer von Janines Handlangern, ein Mann in einem Hemd mit blauem Kragen und einer Sonnenbrille, bringt mich in einem silberfarbenen Auto zurück zu den Ferox. Ich weiß nicht, was die Ferox mit mir anstellen werden. Ich ahne nichts Gutes. Im Geiste sehe ich schon meine Beine über dem Abgrund baumeln. Als der Fahrer zum Hauptquartier der Ferox abbiegt, steht Eric bereits an der Tür und wart auf mich. Er fasst mich am Arm und führt mich hinein ohne ein Wort des Dankes für den Fahrer. Eric hält mich so fest, dass ich bestimmt blaue Flecken davon bekommen werde. Er bleibt zwischen mir und der inneren Tür stehen und lässt seine Fingergelenke knacken. Mir läuft es kalt über den Rücken. Willkommen zu Hause, Triss. Hallo, Eric. Was genau hast du dir dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Soll ich dich für eine Verräterin halten, Triss? Weißt du nicht, was Fraktion vor Blut bedeutet? Ich habe Eric schreckliche Dinge tun sehen. Ich habe ihn schreckliche Dinge sagen hören. Aber so wie jetzt habe ich ihn noch nie erlebt. Er ist kein Wahnsinniger. Er ist beherrscht und hat sich völlig in der Gewalt. Er ist hellwach und ganz ruhig. Zum ersten Mal begreife ich, was Eric wirklich ist. Ein Ken, der sich als Ferox getarnt hat, ein Genie und ein Sadist, einer, der Unbestimmte jagt. Ich möchte auf dem Absatz umkehren und weggelaufen. Bist du nicht zufrieden mit deinem Leben hier? Bedauerst du deine Wahl? Eric zieht stirnrunzelnd die mehrfach gepiersten Augenbrauen hoch. Ich möchte von dir wissen, warum du die Ferox verraten hast, indem du es gewagt hast, zum Hauptquartier einer anderen Fraktion zu gehen. Ich hole Tiefluft. Wenn er wüsste, was ich bin, würde er mich ohne mit der Wimper zu zucken umbringen. Wir beide sind alleine. Wenn mir etwas zustößt, wird es niemand sehen, niemand erfahren. Ich, ich, fange ich an zu stottern. Und dann geht Eric. Lass uns allein. Nein, sagt Tobias, sie ist nur ein dummes Ding. Es ist nicht nötig, sie hierher zu schleppen und zu verhören. Dummes Ding? schnaubt Eric. Wenn sie das wäre, stünde sie nicht auf dem ersten Platz, oder? Tobias reibt sich die Nasenwurzel und schaut mich zwischen zwei Fingern hindurch an. Er will mir damit etwas zu verstehen geben. Ich überlege fieberhaft. Was war es, das er mir neulich geraten hat? Das Einzige, was mir einfällt, ist, tu so, als wärst du verletzlich. Es hat schon einmal funktioniert. Ich habe mich geschämt und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich vergrabe die Hände in den Hosentaschen und lasse den Kopf hängen. Dann zwicke ich mich so fest ins Bein, dass mir Tränen in die Augen schießen. Ich schüttle den Kopf und sage schniefend, ich habe, ich wollte. Was wolltest du? fragt Eric. Sie wollte mich küssen, antwortet Tobias an meiner Stelle. Ich habe sie abblitzen lassen. Sie ist davongerannt wie eine Fünfjährige. Es gibt wirklich nichts, was man ihr vorwerfen könnte, außer ihrer Dummheit. Wir beide warten ab. Eric blickt von mir zu Tobias und fängt an zu lachen. Er lacht viel zu laut und viel zu lang. Sein Lachen klingt bedrohlich, es kratzt an meinen Nerven wie Schmirgelpapier. Ist er nicht ein bisschen zu alt für dich, Triss? Ich reibe mir die Wange, als wollte ich eine Träne wegwischen. Kann ich jetzt gehen? Gut, sagt Eric, aber du darfst das Gelände nicht mehr ohne Begleitung verlassen. Hast du mich verstanden? Zu Tobias gewandt sagt er, und du solltest besser darauf Acht geben, dass keiner von den Neuen das Gelände verlässt und dass keiner dich küssen will. Tobias verdreht die Augen. Schon gut. Ich gehe nach draußen und schüttle meine Hände aus, um das zittrige Gefühl loszuwerden. Erschöpft setze ich mich auf den Gehweg und schlinge die Arme um die Knie. Ich weiß nicht, wie lange ich so sitze, mit gesenktem Kopf und geschlossenen Augen, ehe die Tür wieder aufgeht. Tobias kommt auf mich zu. Ich stehe auf, verschränke die Arme und warte auf die unvermeidliche Gardinenpredigt. Ich habe ihn geschlagen und mich bei den Ferrox in Schwierigkeiten gebracht. Das Donnerwetter wird nicht lange auf sich warten lassen. Was ist, sage ich. Geht's dir gut? Zwischen seinen Augenbrauen ist eine steile Falte. Er fasst mich sanft am Kinn. Ich schlage seine Hand weg. Klar doch, zuerst werde ich vor allen Leuten zusammengestaucht und dann muss ich ausgerechnet der Frau Rede und Antwort stehen, die meine frühere Fraktion vernichten will. Ja, vor, es ist wirklich ein toller Tag. Er schüttelt den Kopf und blickt nach rechts zu einem zerfallenen Haus. Es ist aus Ziegelsteinen, das glatte Gegenteil des schlanken gläsernen Turms hinter mir. Es ist garantiert uralt. Heutzutage baut niemand mehr mit Ziegelsteinen. Und überhaupt, was geht dich das an? Du kannst entweder ein gnadenloser Ausbilder sein oder mein um mich besorgter Freund. Ich bin nicht gnadenlos. Er wirft mir einen finsteren Blick zu. Ich habe mich heute Morgen doch nur so verhalten, um dich zu schützen. Was wenn Peter und seine blöden Freunde herausgefunden hätten, dass du und ich erseufzt. Egal, was du auch sagst, sie würden immer behaupten, dass du deine guten Bewertungen meiner Zuneigung und nicht deinem Können zu verdanken hast. Ich mache den Mund auf und will ihm widersprechen, aber ich kann es nicht, denn er hat recht. Meine Wangen beginnen zu glühen und ich kühle sie mit meinen Händen. Aber du hättest mich nicht so beleidigen müssen, um denen etwas zu beweisen. Und du hättest nicht zu deinem Bruder laufen müssen, nur weil ich dich beleidigt habe. Er reibt sich über den Nacken. Außerdem es hat doch funktioniert, oder? Auf meine Kosten. Ich dachte nicht, dass du es dir so zu Herzen die Hosentaschen und Wippe auf meinen Fersen. Ein merkwürdiges Gefühl durchströmt mich. Eine süße, sehnsuchtsvolle Schwäche. Was er getan hat, hat er getan, weil er an meine Stärke glaubt. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und küsse ihn. Unsere Lippen berühren sich sanft. Du bist wirklich einzigartig, weißt du das, sage ich kopfschüttelnd. Du weißt immer genau, was das Richtige ist. Aber nur, weil ich lange darüber nachgedacht habe. Er küsst mich leicht. Ich habe überlegt, wie ich mich verhalten müsste, wenn du und ich... Er tritt einen Schritt zurück. Habe ich richtig gehört? Und du hast mich deinen Freund genannt, Triss? Nicht direkt. Betont lässig füge ich hinzu. Wieso? Soll ich? Er streicht zärtlich über mein Gesicht. Dann fasst er mit einen Augenblick lang steht er mit geschlossenen Augen da, atmet meinen Atem ein. Ich spüre seinen Herzschlag in seinen Fingerspitzen, höre, wie schnell er atmet. Er scheint nervös zu sein. Ja, sagt er dann, aber sein Lächeln erlischt, als er fragt, glaubst du, wir haben ihn davon überzeugt, dass du einfach nur ein dummes Mädchen bist? Ich hoffe es. Manchmal hilft es, wenn man sehr klein ist, aber ich weiß nicht, ob ich die kennen überzeugt habe. Er sieht mich mit zusammengekniffenem Mund an. Da ist etwas, das ich dir erzählen muss. Was denn? Nicht jetzt. Er schaut sich um. Wir treffen uns hier um halb zwölf. Sag niemandem, wohin du gehst. Ich nicke, und er geht genauso schnell weg, wie er gekommen ist. Als ich spät abends Tobias treffe, sagt er kein Wort, sondern nimmt mich einfach bei der Hand und geht mit mir zu den Eisenbahngleisen. Mit unglaublicher Leichtigkeit schwingt er sich in einen vorbeifahrenden Wagen. Ich springe hinterher. Der Schwung ist so groß, dass ich gegen ihn pralle, und dabei schminkt sich meine Wange an seine Brust. Er streicht über meine Arme und hält mich an den Ellbogen fest, während der Wagen über die Gleise rumpelt. Der Glasturm hinter uns wird immer kleiner. Schieß los! Was wolltest du mir sagen? rufe ich gegen den Fahrtwind an. Jetzt nicht. Später. Wortlos lässt er sich auf den staubigen Boden fallen und zieht mich zu sich hinunter. Er lehnt sich mit dem Rücken an die Wand und ich hocke ihm gegenüber und schaue ihn an. Der Wind zerrt an meinen Haaren und weht sie mir ins Gesicht. Er legt seine Hände an meine Wangen, hält mein Gesicht fest und zieht meinen Mund zu sich. Das Kreischen der Räder, als der Zug bremst, verrät mir, dass wir uns der Stadtmitte nähern. Die Luft ist kalt, aber seine Lippen sind warm und seine Hände sind es auch. Seine Lippen streichen über meinen Hals. Plötzlich schwankt der Waggon, ich verliere das Gleichgewicht und muss mich mit einer Hand abstützen. Es dauert einen Moment, bis ich merke, dass meine Hand jetzt auf seiner Hüfte ruht. Der Knochen rückt gegen meine Finger. Ich sollte die Hand besser wegnehmen, aber ich will das nicht. Hat nicht gerade er von mir verlangt, mutig zu sein. Ich schwinge ein Bein über ihn, so dass ich auf ihm sitze, und zittern. Ein wohliger Schauder breitet sich aus, wo seine Finger über meinen Rücken streichen. Er zerrt am Reißverschluss meiner Jacke. Ich presse meine Hände ganz fest an die Beine, damit sie nicht zittern. Ich brauche keine Angst zu haben. Das hier ist Tobias. Kalte Luft streicht über meine nackte Haut. Er rutscht ein Stück zurück und schaut sich die Tattoos an meiner Schulter an. Sanft fährt er die Konturen nach. Sind das Krähen? Ich wollte dich schon oft danach fragen. Ich erwidere sein Lächeln, besser gesagt, ich versuche es. Raben, einen für jeden aus meiner Familie. Gefallen sie dir? Statt einer Antwort zieht er mich an sich und drückt seine Lippen nacheinander auf die drei Vögel. Seine Berührung ist sanft, zärtlich, ein köstlich wie flüssiger Honig erfasst mich und macht meine Gedanken träge. Er berührt meine Wangen. Ich sage es nur ungern, aber wir müssen jetzt aufstehen. Ich will dir was zeigen. Ich nicke und öffne die Augen. Wir stehen beide auf und er zieht mich hinter sich her zur offenen Zugtür. Jetzt, wo der Zug langsamer fährt, pfeift der Wind nicht mehr so stark. Es versinken. Tobias zeigt auf mehrere Gebäude. Sie sind nur ein fingernagelgroßer Fleck in der Ferne, ein heller Punkt im Meer der Dunkelheit, das Hauptquartier der Ken. Die da drüben scheren sich nicht viel um die städtischen Verordnungen. Sie lassen die Lichter die ganze Nacht über brennen. Merkt das denn niemand? Oh doch, aber niemand unternimmt etwas dagegen. Vielleicht will man eine solche Kleinigkeit nicht unnötig aufbauschen. Tobias zuckt mit den Achseln, aber mir entgeht nicht, wie nervös er ist. Ich frage mich allerdings, was die Ken treiben, dass sie nachts Licht brauchen. Er lehnt sich gegen die Waggonwand und sagt, zwei Dinge solltest du von mir wissen. Erstens, ich bin misstrauisch gegenüber Menschen im Allgemeinen. Ich erwarte immer das schlechteste von ihnen. Zweitens, und das wird dich vielleicht überraschen. Ich kenne mich gut mit Computern aus. Ich nicke. Gleich zu Anfang hat er uns erzählt, dass er noch einen Job hat, bei dem er mit Computern arbeitet, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie er den ganzen Tag vor einem Bildschirm sitzt. Vor einigen Wochen, kurz bevor euer Training angefangen hat, habe ich herausgefunden, wo die geheimen Daten der Ferox gespeichert werden. Wir sind, was die Sicherheit angeht, offenbar nicht so versiert wie die Ken. Und was ich dort gefunden habe, sah aus wie Kriegspläne. Befehle, Nachschublisten, Karten und so weiter. Alles nur notdürftig versteckt. Und das Wichtigste, die Daten kamen von den Ken. Kriegspläne? Ich streiche die Haare aus dem Gesicht. Was hat Caleb doch gleich wieder gesagt? Irgendeine große Sache ist am Laufen Birchis. Du meinst Krieg gegen die Altruan? Er nimmt meine Hände, verschränkt seine Finger in meine und sagt, gegen die regierende Fraktion, ja. All ihre Berichte dienen dazu, Zwietracht zu sehen. Es hat den Anschein, als wollten die Ken das Ganze nun beschleunigen. Ich habe keine Ahnung, was man dagegen unternehmen kann, falls man überhaupt etwas tun kann. Aber aus welchem Grund sollten die Ken mit den Ferox gemeinsame Sache machen? Doch dann wird es mir schlagartig klar. Es trifft mich wie ein Faustschlag in den Magen und nagt an meinen Eingeweiden. Die Ken haben keine Waffen und sie verstehen auch nichts vom Kämpfen, wohl aber die Ferox. Ich starre Tobias mit großen Augen an. Sie benutzen uns, sage ich leise. Er nickt. Ich frage mich, wie sie uns dazu bringen wollen zu kämpfen. Die Einführungszeremonie stürzt das Hauptquartier der Ferox in Wahnsinn und Chaos. Es wimmelt von Menschen und die meisten sind bereits am Nachmittag betrunken. Ich kämpfe mich durch die Menge, hole mir einen Teller mit Essen und gehe damit in den Schlafsaal. Wenigstens dort ist es ruhig. Ich starre auf meinen Teller mit Essen. Ich habe das Erstbeste genommen, was mir gefiel. Bei genauerem Hinsehen stellt es sich als Hähnchenbrust, ein Löffel voll Bohnen und ein Stück braunes Brot heraus. Ein schlichtes Altruan Essen. Ich seufze. Ich bin eine Altruan, ob es mir nun passt oder nicht. Ich bin es, wenn ich nicht darüber nachdenke, was ich tue. Ich bin es, wenn ich geprüft werde. Ich bin es sogar dann, wenn ich Mut beweise. Als ich mit dem Essen fertig bin, lege ich mich hin und vergrabe mein Gesicht in den Kissen. Eigentlich will ich nicht einschlafen, aber nach einer Weile tue ich es doch. Erst als Christina mich an der Schulter rüttelt, wache ich wieder auf. Es ist Zeit. Sie ist aschfahl im Gesicht. Ich reibe mir den Schlaf aus den Augen. Meine Schuhe habe ich noch an. Um mich herum machen sich alle bereit. Sie binden Schuhe, knöpfen Jacken und geben sich dabei betont lässig. Ich fasse meine Haare zu einem Knoten zusammen, schlüpfe in meine schwarze Jacke und ziehe den Reißverschluss bis zum Hals hoch. Diese Quälerei ist bald vorbei. Aber werden wir jemals vergessen, was wir in den Simulationen durchlitten haben? Können wir jemals wieder gut schlafen, trotz der quälenden Erinnerungen an unsere Ängste? Gemeinsam gehen wir zur Grube und steigen den Pfad hinauf zum Glasturm. Die vielen Leute erdrücken mich fast. Schweißperlen treten auf meine Stirn. Durch eine plötzlich entstandene Lücke hindurch sehe ich endlich, um was ich alle schan, um eine Reihe von Bildschirmen, die an der Wand links von mir hängen. Freudiges Gejohle ist zu hören. Auf dem linken Monitor ist ein schwarz gekleidetes Mädchen zu sehen, das sich gerade in einer Angstlandschaft befindet. Es ist Marlene. Sie bewegt sich, ihre Augen sind weit aufgerissen, aber ich kann nicht sagen, gegen wen oder was sie gerade kämpft. Zum Glück werden auch meine Ängste hier draußen nicht direkt zu sehen sein, nur meine Reaktion auf sie. Auf dem mittleren Bildschirm kann man Marlines Herzfrequenz ablesen. Sie schnellt kurz in die Höhe, dann sinkt sie wieder. Als sie sich normalisiert hat, blinkt der Bildschirm grün und die Ferox jubeln. Der Bildschirm rechts zeigt an, wie lange sie gebraucht hat. Tobias steht auf der linken Seite des Raums an einer Tür, die mir beim letzten Mal, als ich hier war, gar nicht aufgefallen ist. Sie liegt gleich neben dem Eingang zur Angstlandschaft. Ich gehe an ihm vorbei, ohne ihn anzusehen. Der Raum ist groß. In ihm hängt ein weiterer riesiger Bildschirm, vor dem mehrere Leute in einer Reihe nebeneinander sitzen. Einer von ihnen ist Eric, auch Max ist unter ihnen, die anderen sind älter. Den Kabeln und Elektroden an ihren Köpfen und ihrem leeren Gesichtsausdruck nachzuschließen, beobachten sie alle die laufende Simulation. Hinter ihnen befindet sich eine weitere Stuhlreihe, aber alle Sitze sind bereits besetzt. Da ich die letzte bin, bekomme ich keinen Platz mehr. Im Nachbarraum gehen die Lichter wieder an. Marlene kauert am Boden, ihr Gesicht ist tränen nass. Max, Eric und ein paar andere erwachen aus der Erstarrung, mit der sie die Simulation beobachtet haben, und gehen zu ihr hin. Ein paar Sekunden später sehe ich sie auf dem Bildschirm. Sie gratulieren ihr zum Abschluss. So, jetzt sind die Fraktionswechsler dran, verkündet Tobias. Die Reihenfolge, in der ihr den Abschlusstest ablegt, richtet sich nach eurem derzeitigen Ranking. Drew geht als erster hinten im Raum, ein paar Schritte von Tobias entfernt. Wir beide tauschen verstohlene Blicke aus, als Eric Drew mit einer Nadel sticht und ihn in den Raum der Angst Landschaften schickt. Wenn ich an die Reihe komme, werde ich wissen, wie gut die anderen abgeschnitten haben und wie gut ich sein muss, um sie zu schlagen. Als nächstes geht Molly in den Raum. Sie braucht nur halb so lange wie Drew, aber auch sie hat Probleme. Christina ist die Nächste, dann Will, dann Peter. Ich schaue ihnen nicht zu, ich will nur wissen, wie viel Zeit sie brauchen. Zwölf Minuten, zehn Minuten, fünfzehn Minuten. Dann wird mein Name aufgerufen. Ich betrete den Raum. Der Boden, auf dem ich stehe, verändert sich. Gras wächst aus dem Beton, schwankt in einem Windhauch hin und her, den man nicht spüren kann. Statt der nackten Röhren ist jetzt ein grüner Himmel über mir. Ich lausche den Vögeln und spüre meine Angst als etwas Entferntes, als ein pochendes Herz oder eine Last auf der Brust, aber nicht als etwas, was sich in meinem Kopf abspielt. Tobias hat gesagt, ich muss herausfinden, um was es bei der jeweiligen Simulation wirklich geht. Er hat Recht, es geht nicht um die Vögel, es geht um Selbstbeherrschung. Flügel klatschen dicht neben meinem Ohr, Krallen graben sich in meine Schulter. Diesmal schlage ich nicht nach dem Federvieh. Ich bücke mich, lausche auf das Rauschen der Flügel hinter mir und streiche mit der Hand übers Gras, ganz dicht über dem Boden. Womit bekämpft man Schwäche mit Kraft und das erste Mal, als ich bei den Ferox meine Kraft fühlte, war, als ich eine Waffe in der Hand hielt. Ich habe einen Kloß im Hals. Ich will, dass die Krallen verschwinden. Der Vogel kreischt und mein Magen krampft sich zusammen, doch dann fühle ich etwas Hartes, metallenes im Gras. Eine Waffe. Ich richte den Lauf auf den Vogel, der auf meiner Schulter hockt und drücke ab. Er wird wie ein Ball aus Blut und Federn von meiner Schulter gefegt. Ich drehe mich blitzschnell um, ziele nach oben, mitten in die flatternde Wolke über mir. Ich drücke den Abzug, schieße in das Meer aus Vögeln und sehe zu, wie ihre schwarzen Leiber nacheinander ins Gras fallen. Mein trete von einem Fuß auf den anderen. Meine Sohlen quietschen. Ich bücke mich und stoße mit der Hand an eine kalte glatte Fläche. Glas. Auch rechts und links von mir taste ich Glas. Es ist wieder der Tank. Ich habe keine Angst zu ertrinken. Hier geht es nicht um Wasser. Hier geht es darum, dass ich nicht entfliehen kann. Es geht um Schwäche. Ich muss nur fest davon überzeugt sein, dass ich stark genug bin, das Glas zu zerbrechen. Die blauen Lichter gehen an. Das Wasser bedeckt den Boden, aber ich werde nicht erst abwarten, bis es weiter steigt. Ich schlage mit dem Handballen gegen die Wand in der Hoffnung, dass die Scheibe zersplittert. Meine Hand prallt ab. Das Glas bleibt ganz. Mein Herzschlag beschleunigt sich. Was, wenn das, was in der ersten Simulation geklappt hat, hier nicht funktioniert? Was, wenn ich das Glas nicht zerbrechen kann? Das Wasser umspült jetzt meine Knöchel. Es strömt immer schneller herein. Beruhige dich, Triss, beruhige dich und denke nach. Ich lehne mich mit dem Rücken an die Wand und trete mit aller Kraft gegen das Glas und dann noch einmal. Meine Zehen tun Wasser reicht mir schon bis an die Knie und beim Ertrinken versuchen ruhig zu werden. Ich lasse mich gegen die Glaswand sinken. Nein, ich darf nicht ertrinken. Das halte ich nicht aus. Ich balle die Hände zu Fäusten und trommle an die Wand. Ich bin stärker als das Glas. Das Glas ist so dünn wie frisches Eis. Meine Willensstärke wird es dazu machen. Ich schließe die Augen. Das Glas ist Eis. Das Glas ist Eis. Das Glas ist ... Das Glas zersplittert und das Wasser ergießt sich auf den Boden. Dann kehrt die Dunkelheit zurück. Ich schüttel das Wasser von den Händen. Plötzlich trifft mich etwas an der Seite. Es fühlt sich an wie eine massive Wand. Mir bleibt die Luft weg und ich falle der Länge nach hin. Ich kann nicht schwimmen. So viele, so mächtige Wassermassen kenne ich nur aus Filmen. Unter mir ist ein zerklüfteter Felsen. Er ist rutschig und glatt. Das Wasser zerrt an meinen Beinen, aber ich klammere mich an dem Felsen fest. Auf den Lippen habe ich Salz Geschmack. Aus dem Augenwinkel sehe ich einen dunklen Himmel und einen blutroten Mond. mein Blut nicht, es rinnt warm den Hals hinunter. Mit ausgestreckten Armen taste ich nach einer Felskante. Das Wasser zerrt erbarmungslos an mir. Ich klammere mich noch fester, aber ich bin nicht stark genug. Die Brandung reißt mich hoch und die Welle wirft mich zurück. Meine Beine werden durch die Luft geschleudert. Ich purzle kopfüber, rudere mit den Armen und pralle mich hoch ziehen kann. Und schon trifft mich die nächste Welle, stärker als die vorherige, aber jetzt habe ich einen besseren Halt. Ich brauche mich nicht vor dem Wasser fürchten. Ich muss vielmehr aufpassen, dass ich meine Beherrschung nicht verliere. Es geht um Selbstbeherrschung und die kann ich nur wieder erlangen, wenn ich die Kontrolle behalte. Mit einem Aufschrei strecke ich die Hand aus und grabe die Finger in eine Vertiefung im Fels. Meine Arme zittern wie verrückt, als ich mich mühsam daran hoch ziehe. Ich stemme die Beine auf, bevor mich die nächste Welle mitreißen kann. Kaum spüre ich festen Grund unter den Füßen, stehe ich auf und beginne zu rennen. Meine Füße fliegen über die Steine. Ich laufe dem roten Ich will meine Arme bewegen, aber sie sind an meiner Seite festgebunden. Ich blicke an mir hinunter. Ein Seil ist um meine Brust geschlungen, um meine Arme, um meine Beine. An meinen Füßen stapelt sich Holz und hinter mir ist ein Pfahl. Ich hänge ein gutes Stück über der Erde. Aus den Schatten tauchen Menschen auf. Ich kenne ihre Gesichter. Es sind die anderen Anfänger. Sie tragen Fackeln und an der Spitze der Meutel steht Peter. Seine Augen sehen aus wie schwarze Höhlen und sein Grinsen ist entsetzlich breit. Es gräbt tiefe Falten in seine Wangen. Aus der Mitte der Schar kommt ein Lachen. Es wird lauter und lauter nacheinander fallen alle in das Lachen ein. Das höhnische Gelächter verdrängt alles andere. Unter dem Gejohle der anderen hält Peter seine Fackel an das Holz und sogleich züngeln die ersten Flammen. Sie sängen das Holz an den Rändern an, fressen sich durch die Rinde. Ich versuche nicht, meine Fesseln abzustreifen, wie beim ersten Mal, als ich mit dieser Angst konfrontiert wurde. Stattdessen schließe ich die Augen und hole ganz tief Luft. Das ist nur eine Simulation. Sie Riechst du das Stiff? fragt Peter. Seine Stimme übertönt sogar das Prasseln des Feuers. Nein, antworte ich. Die Flammen schlagen höher. Er zieht die Luft ein. So riecht dein verbranntes Fleisch. Als ich die Augen aufschlage, sehe ich alles verschwommen und durch Tränen. Weißt du, was ich rieche? Ich schreie, damit ich das Gelächter übertöne, das Gelächter, das mir mehr zu schaffen macht als die Hitze. Meine Arme zittern, ich würde die Seile am liebsten mit Gewalt abstreifen, aber ich tue es nicht. Ich werde keinen aussichtslosen Kampf führen. Ich werde nicht in Panik verfallen. Durch die Flammen starre ich auf Peter. Die Hitze lässt meine Haut bluten, sie durchströmt mich, senkt meine Schuhkappen an. Ich rieche Regen, sage ich laut. Donnergrollen rollt über mich hinweg. Ich schreie auf, als die Flammen an meinen Fingerspitzen lecken und ein wilder Schmerz durch alle Glieder schießt. Ich lege den Kopf in den Nacken und denke nur noch an die schwarzen Wolken, die sich über meinem Kopf zusammenbrauen, schwer und dunkel vom Regen. Ein Blitzstrahl zuckt über den Himmel und ich spüre die ersten Regentropfen auf meiner Stirn. Schneller, schneller! Ein Regentropfen kullert über meine Nase, ein zweiter fällt auf die Schulter, groß und hart wie ein Stück Eis oder Fels. Regenschleier hüllen mich ein, die Seile fallen von mir ab. Erleichtert fahre ich mir mit der Hand durchs Haar. Ich wünschte, ich wäre wie Tobias und müsste mich nur vier und als ich aufblicke befinde ich mich in meinem alten Schlafzimmer bei den Altruan. Das trifft mich unvorbereitet, denn diese Angst kenne ich noch nicht. Das Licht ist aus, aber das Mondlicht, das durch die Fenster scheint, erleuchtet den Raum. Eine der vier Wände besteht aus Spiegeln. Ich begreife das nicht, das ist verboten. Ich darf keine Spiegel haben. Ich wage einen Blick auf mein Spiegel Bild. Meine Augen sind riesengroß, das Bett mit den grauen Bezügen ist frisch gemacht. Mein Blick fällt auf das Fenster hinter mir und auf den Mann, der draußen steht, reglos wie eine Statue. Vor Schreck läuft es mir eiskalt über den Rücken. Ich kenne den Mann. Es ist das Narbengesicht vom Eignungstest. Er ist ganz in schwarz gekleidet. Ich blinzle. Rechts und links von ihm tauchen zwei weitere Männer auf. Sie stehen so reglos da wie er, aber sie haben keine Gesichter. Es sind Totenköpfe mit hautüberzogene Schädel. Ich drehe mich blitzschnell um, und da stehen sie auch schon in meinem Zimmer. Halsuchend lehne ich mich an den Spiegel. Einen Moment lang ist es still im Zimmer, aber dann trommeln Fäuste gegen mein Fenster. Nicht nur zwei oder sechs, es sind dutzende Fäuste und dutzende Finger, die gegen das Glas schlagen. Der Lärm ist so laut, dass er in meinem Brustkorb weiter vibriert. Und dann kommen der Narbengesichtige und seine zwei Begleiter langsam auf mich zu. Eine Simulation. Es ist nur eine Simulation, nichts weiter. Mein Herz hämmert wie verrückt. Ich drücke die Hand gegen das Glas hinter mir und es verschiebt sich langsam nach links. Hinter dem Spiegel ist eine Schranktür. Ich zwinge mich ganz fest an eine Waffe zu denken, überlege wo sie hängen könnte. Jetzt weiß ich es. Sie hängt an der rechten Wand, nur einen Finger breit von meiner Hand entfernt. Ich lasse das Narbengesicht nicht aus den Augen und taste nach der Waffe, lege die Hand auf den Schaft. Ich beiße mir auf die Lippe, bis es wehtut. Und dann schieße ich auf das Narbengesicht. Ich warte nicht erst ab, ob ich ihn getroffen habe, sondern ziele auf die beiden gesichtslosen Männer. Das Klopfen am Fenster hat aufgehört. Stattdessen höre ich ein Kreischen und die Fäuste sind jetzt krallenhafte Finger, die am Glas kratzen und unbedingt herein wollen. Unter der Wucht knackt das Glas, dann springt es und zersplittert. Ich stoße einen lauten Schrei aus, die Munition reicht nicht. Bleiche Gestalten stürzen herein, mit menschlichen Konturen zwar, aber grässlich ausgemergelt, die Arme seltsam verdreht, dazu viel zu große Münder mit nadelscharfen Zähnen und grausig leere Augen hüllen. Einer nach dem anderen schlurft und taumelt auf mich zu. Ich verstecke mich im Schrank und schließe die Tür von innen. Was jetzt? Ich kann es nicht mit ihnen aufnehmen, das ist ausgeschlossen. Also muss ich mich beruhigen, denn die Simulation registriert sofort, wenn mein Herz schlag langsamer und mein Atem ruhiger geworden ist und leitet mich zur nächsten Prüfung weiter. Ich setze mich auf den Schrankboden. Die Wand hinter mir knirscht. Ich höre klopfen. Es sind wieder die Fäuste, die gegen die Schranktür trommeln, aber ich drehe mich so gut es geht zur Seite und starre im Dunkeln auf das hintere Schrankbrett. Es ist keine Wand, sondern eine Tür. Ich fungele daran herum und sie geht auf. Vor mir liegt der Gang im Obergeschoss. Erleichtert klettere ich Einen kostbaren Moment lang habe ich vergessen, dass ich im Hauptquartier der Ferox bin. Und dann steht Tobias vor mir. Aber ich fürchte mich doch nicht vor Tobias. Ich drehe mich um. Vielleicht ist hinter mir etwas, wovor ich mich fürchten muss. Nein, hinter mir steht nur ein Himmelbett. Ein Bett? Langsam tritt Tobias noch näher an mich heran. Was geht hier vor? Wie benommen starre ich ihn an. Er lächelt. Sein Lächeln ist freundlich. Vertraut. Er drückt seinen Mund auf meinen und ich öffne die Lippen. Ich dachte immer, ich könnte mich in einer Simulation nicht völlig vergessen. Ich habe mich getäuscht. Seinetwegen verschwimmt alles um mich herum. Seine Finger ertasten den Reißverschluss meiner Jacke. Er zieht ihn langsam herunter, öffnet die Jacke und streift sie von meinen Denken, als er mich wieder küsst. Oh, das also ist meine nächste Angst, meine Angst vor Nähe. Mein Leben lang war ich misstrauisch gegenüber Zuneigung, aber niemals habe ich geahnt, wie weit dieses Misstrauen geht. Doch diese Prüfung ist anders als die anderen. Es ist eine andere Art von Angst, eine atemlose, nervöse Unruhe, kein blindes Entsetzen. Er streift über meine Arme, umfasst meine Hüften. Seine Finger gleiten bis zu meinem Gürtel, tasten liebkosend über meinen Bauch. Die Berührung lässt mich erschauern. Sanft stoße ich ihn zurück und presse meine Hände gegen die Stirn. Ich bin von Krähen angegriffen worden und von Fratzenmännern. Ich bin in Brand gesteckt worden von jemandem, der mich tatsächlich schon einmal in den Tod stürzen Angst sein, der ich hilflos ausgeliefert bin. Die Nähe eines Jungen, den ich mag und der mit mir schlafen will. Der Tobias der Simulation küsst mich im Nacken. Ich versuche einen klaren Gedanken zu fassen. Ich muss die Situation in den Griff bekommen. Ich blicke dem Tobias der Simulation in die Augen und sage mit fester Stimme In dieser Traumwelt werde ich garantiert nicht mit dir schlafen, okay? Dann packe ich ihn bei der Schulter, wir drehen uns um und ich dränge ihn gegen den Bettpfosten. Meine Angst ist weg. Sie hat einem Kribbeln im Bauch Platz gemacht. Es überkommt mich einfach und ich lache los. Ich drücke mich an ihn und küsse ihn. Ich halte seine Arme fest. Er fühlt sich stark an. Er fühlt sich gut an. Und dann ist er weg. Ein lautes Klicken an meinem Ohr. Der Abzug einer Waffe. Es geht weiter, fast hätte ich es vergessen. Auch ich habe eine Waffe in der Hand. Ich fasse sie fester und lege den Zeigefinger an den Abzug. Von oben fällt ein Lichtstrahl herab und mitten in dem Lichtkegel stehen meine Mutter, mein Vater und mein Janine. Ich spüre den Lauf der Waffe an meiner Schläfe wie einen kalten Ring. Die Kälte breitet sich in meinem ganzen Körper aus, bis mir die Nackenhaare zu Berge stehen. Meine größte Angst, dass meine Familie stirbt und ich schuld daran bin. Tu es, tu es, oder ich werde dich töten. Hilfesuchend blicke ich Caleb an. Er nickt, seine Augenbrauen sind mitleidig Mach schon Beatrice, ich verstehe das. Es ist gut so. Nein, meine Kehle ist so eng, dass ich kaum schlucken kann. Du hast noch zehn Sekunden. Zehn? Neun? Mein Blick wandert von meinem Bruder zu meinem Vater. Als ich ihn zum letzten Mal gesehen habe, hat er mich verächtlich angeschaut. Aber jetzt sind seine Augen groß und milde. Im wirklichen Leben habe ich ihn nie so gesehen. Beatrice, sagt er, du hast keine andere Wahl. Acht! Beatrice, sagt meine Mutter. Sie lächelt. Ihr Lächeln ist so süß. Wir lieben dich. Sieben! Halt den Mund! schreie ich und packe die Waffe noch fester. Ich kann es tun, ich kann sie erschießen. und sie verstehen es sogar. Sechs! Nichts davon ist echt. Es hat nicht das geringste zu bedeuten. Die freundlichen Augen meines Bruders bohren mir ein Loch in den Kopf. Meine Hände schwitzen. Ich kann die Waffe nicht mehr richtig festhalten. Fünf! Mir bleibt keine andere Wahl. Vier! Drei! Was hat Tobias gesagt? Selbstlosigkeit und Tapferkeit sind im Grunde dasselbe? Zwei! Ich nehme den Finger vom Abzug und lasse die Waffe fallen. Ehe ich die Nerven verliere, drehe ich mich um und presse meine Stirn an den Lauf der Waffe. Eins! Ich höre ein Klicken, dann einen Knall. Die Lichter gehen an. Ich stehe allein in einem leeren Raum mit Betonwänden. Zitternd falle ich auf die Knie und schlinge die Arme um mich. Noch nie im Leben war ich so unendlich erleichtert wie jetzt. Die Tür geht auf. Max, Eric, Tobias und ein paar andere Leute, die ich nicht kenne, kommen nacheinander herein und bleiben vor mir stehen. Tobias lächelt. Glückwunsch, Triss, sagt Eric. Du hast deine letzte Prüfung erfolgreich bestanden. Ich will lächeln, aber ich schaffe es nicht. Ich kann die Erinnerung an das, ich spüre immer noch den Lauf zwischen meinen Augen. Danke. Da ist noch etwas, ehe du gehen und dich auf das Willkommensbankett vorbereiten kannst, sagt Eric. Auf seinen Winken tritt eine mir unbekannte Frau mit auffallenden blauen Haaren neben ihn und drückt ihm eine kleine schwarze Schachtel in die Hand. Er macht sie auf und nimmt eine Spritze mit einer sehr langen Nadel heraus. Der Anblick erschreckt mich. Die orange braune Flüssigkeit erinnert an die Injektionen, die man vor den Simulationen verabreicht bekommt. Zum Glück hast du keine Angst vor Nadeln, sagt er. Wir werden dir ein Mittel einspritzen, mit dessen Hilfe man deinen Aufenthaltsort orten kann. Es wird nur dann aktiviert, wenn du als vermisst giltst. Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wie oft werden denn Leute vermisst? Nicht oft. Eric grinst zufrieden. Diese neue Errungenschaft haben wir den Ken zu verdanken. Wir haben heute allen Ferrox eine solche Spritze verpasst und ich nehme an, die anderen Fraktionen werden es in Kürze ebenso machen. Mein Magen verkrampft sich. Ich darf es nicht zulassen, dass er mir etwas spritzt, besonders dann nicht, wenn die Ken dabei ihre Finger im Spiel haben, aber wenn ich mich weigere, wird er erneut an meiner Loyalität zweifeln. In Ordnung. Ich schaue weg, als Eric die Haut mit einem antiseptischen Tupfer abwischt und die Nadel einsticht. Es ist ein wilder Schmerz, heftig, aber kurz. Eric legt die Spritze wieder in die Schachtel und klebt ein Heftpflaster auf die Einstichstelle. Das Festessen ist in zwei Stunden. Dann erfährst du auch deine endgültigen Ergebnisse. Viel Glück! Einer nach dem anderen verlässt den Raum. Nur Tobias trödelt noch herum. Er bleibt an der Tür stehen und bedeutet mir, ihm zu folgen. Auf der Glasdecke über der Grube wimmelt es von Ferrox. Tobias lächelt. Gerüchteweise habe ich gehört, dass du nur sieben Ängste überstehen musstest. Das ist wirklich äußerst bemerkenswert. Hast du die Simulation mitverfolgt? Nur draußen auf den Bildschirmen. Die Anführer der Ferrox sind die Einzigen, die alles sehen. Sie schienen sehr beeindruckt zu sein. Wir steigen in die Grube hinunter. Ich habe eine Frage. Was genau haben sie dir über meine Angstlandschaft erzählt? Nichts. Warum fragst du? Nur so. Ich trete einen Stein auf dem Weg beiseite. Musst du noch mal in den Schlafsaal zurück? Wenn du bis zum Festessen deine Ruhe haben willst, kannst du auch bei mir bleiben. Mein Magen krampft sich zusammen. Was ist? Ich will nicht in den Schlafsaal zurück und ich will mich nicht vor ihm fürchten. Gehen wir, sage ich. Er schließt die Tür hinter uns und streift die Schuhe ab. Willst du ein Glas Wasser? Nein, danke. Ich verschränke die Hände. Alles in Ordnung mit dir. Mit seinen schlanken Fingern fährt er durch mein Haar. Er lächelt und hält meinen Kopf fest, als er mich küsst. Mir wird langsam heiß. Meine Angst schrillt in mir wie eine Alarmglocke. Er küsst mich weiter, während er mir die Jacke schlage die Hände vors Gesicht und bedecke meine Augen. Was ist denn los? Was ist mit dir? Ich schüttle den Kopf. Mach mir nichts vor. Seine Stimme klingt kalt. Er packt mich am Arm. Hey, schau mich an. Du warst eine meiner Prüfungen in der Angstlandschaft. Meine Unterlippe bebt. Wie bitte? Er lässt meinen Arm los. Du hast Angst vor mir? Nicht vor nicht bemerkt, sondern davor, mit dir, mit irgendjemandem zusammen zu sein. Ich habe mich nie für einen anderen interessiert und du bist älter als ich. Ich frage mich, was du von mir erwartest. Triss, auch für mich ist das Neuland. Weiß das du hast gar nicht. Ich dachte, ich dachte, nur weil ich so verrückt nach ihm bin, gilt das auch für alle anderen. Du weißt schon. Da hast du falsch gedacht. Er schaut weg. Seine Wangen sind rot, als ob er verlegen wäre. Weißt du, du kannst mir alles anvertrauen. Er nimmt mein Gesicht in die Hände. Seine Fingerspitzen sind kalt, seine Handflächen jedoch warm. Ich bin netter, als es im Training den Anschein hat. Du kannst mir wirklich glauben. Ich glaube ihm, aber das hier hat nichts mit Nettigkeit zu tun. Er küsst mich zwischen die Augenbrauen auf die Nasenspitze, dann drückt er behutsam seine Lippen auf meine. Durch meine Adern fließt Strom. Ich will, dass er mich küsst. Ich will es. Und zugleich habe ich Angst davor, wie weit uns das führen wird. Er legt die Hand auf meine Schulter und streift dabei mein Pflaster. Hast du dich verletzt? Nein, ein Tattoo. Es ist schon verheilt, ich wollte nur nicht, dass es jeder sieht. Darf ich es denn sehen? Ich schlucke, dann nicke ich. Mit einem Ruck ziehe ich den Ärmel nach unten und mache die Schulter frei. Eine Sekunde lang rührt er sich nicht. Dann fährt er mit dem Finger über die Stelle. Er malt eine geschwungene Linie auf meine Haut, streicht sanft über die Knochen. Überall da, wo er mich berührt, habe ich das Gefühl, dass sich meine Haut verändert. Ich fühle das Kribbeln bis in meinen Bauch. Es ist nicht nur Angst, es ist auch etwas anderes dabei. Verlangen. Er hebt die Ecke des Pflasters an. Als sein Blick auf das Abzeichen der Altruan fällt, schmunzelt er. Ich habe das gleiche Tattoo auf dem Rücken. Wirklich? Darf ich es sehen? Er drückt das Pflaster wieder zurecht und zieht mein T-Shirt über die Schulter. Er zieht die Augenbrauen zusammen, greift nach dem Saume seines T-Shirts und mit einer schnellen Bewegung streift er es sich über den Kopf. Auf seiner rechten Seite sind die Flammen der Ferox eintätowiert, sonst nichts. Ich habe noch sage ich sanft. Der Anblick lohnt sich. Langsam gehe ich um ihn herum. Auf seinem Rücken sind mehr Tattoos als blanke Haut. Die Symbole aller Fraktionen sind da. Ganz oben am Rücken das Zeichen der Ferox, direkt darunter das Zeichen der Altruan und darunter etwas kleiner die Abzeichen der anderen Fraktionen. Die Waage der Kandor, das Auge der Ken, der Baum der Amite. Ich glaube, wir haben alle einen großen Fehler begangen, sagt er leise. Wir schätzen die Vorzüge anderer Fraktionen gering, nur damit unsere eigene in besserem Licht dasteht. Ich will das nicht. Ich will mutig, selbstlos, klug, freundlich und aufrichtig sein. Er räuspert sich. Freundlich zu sein, fällt mir allerdings noch schwer. Niemand ist vollkommen, flüstere ich. so funktioniert das einfach nicht. Ein Übel wird vertrieben und durch ein anderes ersetzt. Ich habe Feigheit mit Grausamkeit vertauscht, Schwäche mit Wildheit. Wir müssen sie warnen, und zwar bald. Ich weiß, das werden wir. Auf dem Weg zum Speisesaal beobachte ich Tobias aufmerksam. Wir haben zwei Stunden auf seinem Bett liegend verbracht. Wir haben geredet, uns geküsst und auch ein bisschen vor uns hingedöst, bis wir lautes Geschrei auf dem Gang gehört haben, Leute, die unterwegs zum Festessen waren. Er wirkt beschwingter als zuvor. Auf jeden Fall lächelt er mehr. Am Eingang trennen wir uns. Ich gehe als Erste hinein und setze mich zu Will und Christina an den Tisch. Wenig später kommt Tobias und setzt sich neben Säcki, der ihm eine dunkle Flasche hinhält. Aber er winkt ab. Wo warst du? fragt Christina. Alle anderen sind in den Schlafsaal zurückgegangen. Ich bin einfach rumgelaufen. Ich war viel zu aufgeregt, um über irgendwas zu reden. Du hast auch gar keinen Grund, aufgeregt zu sein. Christina schüttelt verständnislos den Kopf. Ich habe mich nur einen Moment lang umgedreht, um mit Will zu sprechen und schon warst du mit deiner Prüfung fertig. Ich zucke nur die Schultern und frage, welchen Job wirst du dir aussuchen? Ich glaube, mir würde ein Job wie der von vor gefallen, antwortet sie, mit den Anfängern trainieren, sie herumscheuchen, bis sie hören und sehen vergeht. Etwas, was Spaß macht. Und du? Bisher habe ich mich so darauf konzentriert, die Initiation zu überstehen, dass ich so gut wie keinen Gedanken auf das, was danach kommt, verschwendet habe. Ich könnte für die Anführer der Ferox arbeiten, aber sie würden mich umbringen, wenn sie herausfinden, wer ich wirklich bin. Was gibt es sonst noch? Ich glaube, ich wäre gern so was wie eine Botschafterin bei den anderen Fraktionen, antworte du würdest Ferox Anführerin werden wollen, seufzt Christina, denn genau das schwebt Peter vor. Er hat im Schlafsaal von nichts anderem geredet. Irgendwo quietscht ein Mikrofon, so laut, dass ich mir die Ohren zuhalte. Ich drehe mich um. Auf der anderen Seite des Saals steht Eric auf einem Tisch und klopft probehalber gegen das Mikrofon in seiner Hand. Als im Saal endlich Schweigen uns und bis auf einige wenige sind sie mit dem heutigen Tag neue Mitglieder unserer Fraktion. Wir gratulieren ihnen. Als es einen Glückwunsch ausspricht, bricht die Hölle los. Statt zu applaudieren, klopfen alle mit den Fäusten auf die Tische. Wir glauben an Mut und Tapferkeit. Wir glauben an die Tat. Wir glauben, dass wir frei von Angst jene Fertigkeiten erwerben, die es braucht, um das Böse aus der Welt zu vertreiben, damit das Gute wachsen und gedeihen kann. Wenn ihr ebenfalls daran glaubt, dann heißen wir euch willkommen. Obwohl ich genau weiß, dass Eric wahrscheinlich an nichts von all dem glaubt, ertappe ich mich bei einem Lächeln. Denn ich glaube daran. Das Klopfen wird lauter, begleitet von begeistertem Gejohle. Morgen werden die besten zehn unserer Initianten ihre künftigen Aufgaben wählen, und zwar in der Reihenfolge ihrer Ergebnisse. Kaum hat er das gesagt, leuchten Namen auf dem Bildschirm hinter ihm auf. Erste Triss, Zweiter Uriah, Dritte Lynn, Vierte Marlene, Fünfter Peter, Sechster Will, Siebte Christina. Ich bin so froh. Christina umarmt mich über den Tisch hinweg und lacht mir ins Ohr. Irgendjemand packt mich von hinten und ruft etwas. Es ist Uriah. Ich kann mich nicht umdrehen, also strecke ich die Arme nach hinten und drücke ihn an der Schulter. Glückwunsch, rufe ich. Du hast sie geschlagen, ruft er zurück. Er lässt mich lachend los und läuft zu seinen eigenen Leuten. Ich verrenke mir den Hals, um noch einmal auf den Bildschirm zu schauen. Acht, Neun und Zehn sind Anfänger aus der Fraktion der Ferox, deren Namen ich kaum je gehört habe. Nummer elf und zwölf sind Molly und Drew. Molly und Drew müssen die Ferox verlassen. Es ist nicht ganz der Triumph, den ich mir gewünscht habe, aber dennoch ist es ein Triumph für mich. Das Trommeln auf den Tischen will einfach nicht aufhören. Dann tippt mir jemand auf die Schulter. Ich drehe mich um. Es ist Tobias. Strahlend vor Glück stehe ich auf. Glaubst du, wir würden zu viel verraten, wenn wir uns umarmen? fragt er. Ach, weißt du, das ist mir völlig egal. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und gebe ihm einen Kuss. Es ist der schönste Augenblick in meinem Leben. Aber das ist gleich darauf vorbei, als Tobias mit dem Daumen über die Einstichstelle an meinem Hals streicht. Denn plötzlich fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Es ist mir unbegreiflich, wieso mir das nicht schon früher aufgefallen ist. Erstens farbiges Serum enthält Transmitter. Zweitens Transmitter verbinden das Gehirn mit einem Simulationsprogramm. Drittens die Ken haben dieses Serum entwickelt. Viertens Max und Eric arbeiten mit den Ken zusammen. Ich befreie mich aus Tobias Umarmung und starre ihn mit aufgerissenen Augen an. Triss? Ich schüttle den Kopf. Nicht jetzt. Eigentlich wollte ich sagen, nicht hier, nicht wenn Will und Christina neben mir stehen und mich mit offenen Mündern anstarren. Vermutlich deshalb, weil ich gerade Tobias geküsst habe. Nicht wenn um uns herum lauter Ferrox sind. Aber er muss es erfahren, weil es wichtig ist. Später, okay? Er Aber ich weiß jetzt, wie die Ken uns dazu bringen werden, dass wir kämpfen. Nachdem die Bewertungen verkündet worden sind, versuche ich Tobias unter vier Augen zu sprechen, aber andauernd will mir jemand gratulieren und Tobias wird beiseite gedrängt. Ich beschließe mich davon zu schleichen und ihn zu suchen, wenn alle anderen schlafen. Aber die Angstlandschaft hat mich mehr erschöpft als gedacht Ich wache auf vom Quietschen der Matratzen und vom schlurfen der Füße. Es ist zu düster, um sofort etwas zu erkennen, aber als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, sehe ich, dass Christina ihre Schnürsenkel bindet. Ich will sie fragen, was sie vorhat, aber dann merke ich, dass auch Will aufgestanden ist und ein Hemd anzieht. Alle sind wach, aber niemand sagt etwas. Christina? Sie bindet sich weiter die Schuhe zu. Ihr Gesicht jagt mir ein Schrecken ein, ihre Augen sind aufgerissen, aber völlig ausdruckslos, ihre Gesichtsmuskeln schlaff. Sie bewegt sich, ohne darauf zu achten, was sie tut, ihr Mund ist halb geöffnet, sie ist wach, aber trotzdem nicht richtig bei Bewusstsein und alle anderen sehen genauso aus. Will flüstere ich und gehe durchs Zimmer. Alle stellen sich in einer Reihe auf, sobald sie fertig angezogen sind und verlassen leise den Schlafraum. Ich packe Will am Arm, um ihn zurückzuhalten, aber er geht unbeirrt weiter. Ich zerre an ihm, so fest ich kann, stemme mich dagegen, aber er zieht mich einfach mit. Sie sind Schlafwandler. Ich taste nach meinen Schuhen. Ich kann hier nicht allein zurückbleiben. In aller Eile binde ich die Schnürsenkel zu, ziehe eine Jacke über und renne los. Als ich die anderen eingeholt habe, laufe ich neben ihnen her. Ich brauche ein paar Sekunden, ehe ich begreife, dass sie im Gleichschritt marschieren. Rechter Fuß nach vorn, rechter Arm nach hinten. Ich arme es nach, so gut ich kann. Wir starre ausdruckslos vor mich hin und achte darauf, nicht aus dem Tritt zu kommen. Der Blick aus Max dunklen Augen streift achtlos über mich hinweg. Wir gehen einige Treppen hinauf und dann im Gleichschritt vier Gänge entlang. Mit einem Mal weitet sich der Gang zu einer Art Grotte. In ihr warten schon viele Ferox. Tische stehen in langen Reihen, auf denen sich schwarze bekommen hat. Jetzt ist also die gesamte Fraktion ferngesteuert. Alle sind gehorsam und zum Töten ausgebildet. Die perfekten Soldaten. Ich nehme eine Waffe, eine Pistolentasche und einen Patronengürtel, genau wie Will es macht, der unmittelbar vor mir geht. Ich versuche, seine Bewegungen nachzuahmen, aber ich weiß nicht, was er als nächstes tun wird, deshalb fummle ich mehr herum, als mir lieb ist. Ich beiße die Zähne zusammen. Ich muss einfach darauf hoffen, dass mich niemand beobachtet. Sobald ich die Waffe habe, folge ich Will und den anderen zum Ausgang. Ich werde so lange mitspielen, bis ich im Altruanviertel bin. Ich werde meine Familie retten. Was danach geschieht, spielt keine Rolle. Eine große Ruhe überkommt mich. Die Kolonne biegt in einen dunklen Gang ab. Ich kann Will vor mir kaum erkennen, geschweige denn sehen, was vor uns liegt. Plötzlich stoße ich mit den Füßen gegen etwas Hartes. Eine Treppe. Oben an der Treppe angekommen, müssen wir an einem weiteren Anführer der Ferox vorbei. Jetzt weiß ich, wer die Anführer sind, denn sie sind als einzige bei wachem Verstand. Das stimmt nicht ganz. Ich bin schließlich auch bei wachem Verstand. Das liegt wohl daran, dass ich eine Unbestimmte bin. und wenn ich Herr meiner Sinne bin, dann ist es auch Tobias, falls ich mich nicht in ihm getäuscht habe. Ich muss ihn suchen. Inzwischen stehe ich neben den Gleisen, in einer fast unübersehbaren Menschenmenge. Der Zug hat vor uns angehalten, alle Wagentüren stehen offen, einer nach dem anderen steigt in die Waggons. Ich kann mich nicht umdrehen, um Tobias zu suchen, aber ich schiele nach rechts und nach links. Die Gesichter links von mir sind mir fremd, aber rechts ein paar Schritte neben mir sehe ich einen groß gewachsenen Jungen mit kurzen Haaren. Vielleicht ist es gar nicht Tobias, aber es ist die einzige Chance, die ich habe. Ich weiß nicht, wie ich zu ihm hingelangen kann, ohne die anderen auf mich aufmerksam zu machen, aber ich muss zu ihm. Der Wagen vor mir ist voll, deshalb geht Will vor mir zum nächsten Waggon. Ich mache ihm alles nach, aber statt stehen zu bleiben, rücke ich ein paar Schritte weiter nach rechts. Die Menschen um mich herum sind alle größer als ich, ich kann mich zwischen ihnen verstecken. Ein Ferox im nächsten Wagen reicht dem Jungen vor mir die Hand und er nimmt sie. Er bewegt sich wie ein Roboter. Ohne hinzusehen ergreife auch ich eine Hand und klettere so flink wie möglich in den Wagen. Ich stehe vor der Person, die mir geholfen hat und wage einen raschen Blick in das Gesicht. Es ist Tobias. Er starrt genauso ausdruckslos vor sich hin wie die anderen. Habe ich mich getäuscht? Ist er gar kein Unbestimmter? Tränen schießen mir in die Augen. Ich blinzle sie weg und wende mich ab. Noch mehr Menschen drängeln sich in den Waggon. Wir stehen Schulter an Schulter in Vierer Reihen. Und dann geschieht etwas Unerwartetes. Finger verschränken sich in meine. Eine Handfläche drückt sich an meine. Tobias hält meine Hand. Eine Welle von Energie durchflutet mich. Ich drücke seine Hand und er er recht. Ich möchte ihn anschauen, aber ich zwinge mich reglos stehen zu bleiben und vor mich hin zu starren, während sich der Zug in Bewegung setzt. Wohin der Zug fährt, sehe ich nicht, denn das Mädchen vor mir ist ziemlich groß. Also starre ich auf ihren Hinterkopf und konzentriere mich auf Tobias Hand, bis schließlich der Zug quietschend langsamer wird. Ich weiß nicht, zum Stehen. Mein Herz klopft so stark, dass ich fast keine Luft mehr bekomme. Kurz bevor wir aus dem Wagen springen, sehe ich aus dem Augenwinkel, wie Tobias den Kopf wendet. Ich schaue ihn an. Seine dunklen Augen sind auf mich gerichtet und er sagt Lauf! Meine Familie! flüstere ich. Ich schaue wieder gerade aus und als ich an der Reihe bin, springe ich hinunter. Jetzt ist nicht mehr das Mädchen, sondern Tobias vor mir. Ich sollte einfach hinter ihm hergehen, aber ich kenne die Straßen, durch die wir jetzt marschieren und ich achte kaum noch auf die Kolonne. Ich komme an dem Laden vorbei, in dem ich zweimal im Jahr mit meiner Mutter neue Kleider für unsere Familie abgeholt habe. Alles sieht verändert aus. Die Häuser sind düster und Lea die Straßen voll von Soldaten der Ferox, die alle im Gleichschritt marschieren. Alle mit Ausnahme der Bewacher, die in gleichmäßigen Abständen am Straßenrand stehen und uns passieren lassen oder in kleinen Grüppchen beieinander stehen und etwas besprechen. Alle mit Ausnahme der Bewacher, die in gleichmäßigen Abständen am Straßenrand stehen und uns passieren lassen oder in kleinen Grüppchen beieinander stehen und hergekommen, um einen Krieg zu führen? Ich marschiere noch etwa eine halbe Meile, ehe ich eine Antwort auf diese Frage erhalte. Ich höre Geknalle, aber ich darf mich nicht umdrehen, um zu sehen, woher es kommt. Je weiter ich gehe, desto lauter und schärfer hört es sich an, und ich begreife, dass es Schüsse sind. Ich beiße die Zähne zusammen. In einiger Entfernung sehe ich, wie eine Soldatin der Ferox einen grau gekleideten Mann auf die Knie zwingt. Ich kenne den Mann. Er ist Mitglied des Rats. Die Soldatin nimmt ihre Waffe aus dem Halfter und mit blicklosen Augen schießt sie dem Ratsmitglied eine Kugel in den Hinterkopf. Geh weiter. Meine Augen brennen. Geh weiter. Wir marschieren vorbei. Wieder fällt ein Schuss. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie links von mir ein grauer Schatten auf dem Gehweg zusammenbricht. Die Soldaten der Ferox führen ohne zu zögern unausgesprochene Befehle aus. Erwachsene Altruan werden in die umliegenden Häuser getrieben, zusammen mit ihren Kindern. Eine unübersehbare Schar schwarz gekleideter Soldaten bewacht die Türen. Die Einzigen, die ich nicht sehe, sind die Anführer der Altruan. Die Soldaten vor mir gehen einer nach dem anderen weg, um die ihnen zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Irgendwann werden die Anführer merken, dass ihre Befehle bei mir nicht ankommen. Was soll ich dann tun? Das ist ja verrückt, schnarrt eine männliche Stimme rechts von mir. Ich erhasche einen Blick auf lange fettige Haare und einen silbernen Ohrring. Eric. Er stößt mir seinen Zeigefinger ins Gesicht und ich muss mich anstrengen, um seine Hand nicht weg zu schlagen. Können sie uns wirklich nicht sehen oder hören? fragt eine Frau. Oh doch, das können sie sehr wohl, aber sie reagieren nicht auf das, was sie sehen und hören. Sie erhalten ihre Befehle von unseren Computern über die Transmitter, die wir injiziert haben. Er legt den Finger auf die Einstichstelle an meinem Hals, um der Frau zu zeigen, wo sie ist. Bleib ruhig, sage ich beschwörend zu mir selbst. Ruhig, ruhig, ruhig. Und sobald sie die Befehle erhalten haben, führen sie sie anstandslos aus. Eric geht einen Schritt weiter und baut sich vor Tobias auf. Wen haben wir denn da? sagt er grinsend. Der berühmte Vor. Bald wird sich niemand mehr daran erinnern, dass ich nur Zweiter war. Niemand wird mehr fragen, wie war es denn, mit diesem tollen Typen zusammen zu trainieren, der nur vier Ängste hat. Er zieht seine Waffe und zielt auf Tobias rechte Schläfe. Mein Herz klopft so wild, dass sogar mein Schädel vibriert. Er darf nicht abdrücken. Er wird nicht abdrücken. Eric legt den Kopf schräg. Glaubst du, es fällt jemandem auf, wenn er zufällig erschossen wird? Mach schon, sagt die Frau gelangweilt. Sie gehört bestimmt auch zu den Anführern der Ferox, wenn sie Eric so etwas erlauben kann. Jetzt ist er völlig unbedeutend. Zu dumm, dass du das Angebot von Max nicht angenommen hast vor. Zu dumm für dich, sagt Eric leise, als er die Pistole lädt. Meine Lungen sind am bersten. Ich habe seit fast einer Minute die Luft angehalten. Aus dem Augenwinkel sehe ich Tobias Hand zucken, aber da habe ich rauf. Aber es stimmt, ich kann ihn nicht umbringen. Ich kann es einfach nicht. Ich beiße die Zähne aufeinander und lasse den Arm sinken und dann schieße ich in Erics Fuß. Er schreit auf und fasst sich mit der Hand an den Fuß. Jetzt kann er nicht mehr länger auf Tobias zielen. Der zieht blitzschnell seine Waffe und schießt Erics Begleiterin ins Hinter uns höre ich Schritte aber ich drehe mich nicht um. Tobias zieht mich mit sich. Ich renne schneller als ich jemals gerannt bin. Schneller als ich überhaupt rennen kann. Ich stolpere. Dann höre ich einen Schuss. Der Schmerz trifft mich heftig und unerwartet. rast von der Schulter durch mich hindurch wie ein Strom schlag. Ich falle. Mein Gesicht schrammt über sagt, nein. Sekunden später sind wir von Ferox umringt. Tobias hilft mir auf, stützt mich. Vor meinen Augen verschwimmt alles. Es tut so verdammt weh. Die Soldaten umstellen uns mit gezogenen Waffen. Beim Gehen stütze ich mich auf Tobias. Ich setze überhaupt nur einen Fuß vor den anderen, weil ich ein Gewehrlauf in meinem Rücken spüre. Wir betreten das Hauptquartier der Altruan. Ein schmuckloses, graues, zweistöckiges Gebäude. Blut rinnt an mir hinunter. Der Gewehrlauf stößt mich auf die Tür zu, die von zwei Soldaten der Ferox bewacht wird. Tobias und ich gehen hindurch und stehen in einem einfachen Büro, in dem sich ein Schreibtisch, ein Computer und Stühle befinden. Hinter dem Schreibtisch sitzt Janine. Sie blickt mich aus ihren grauen Augen an. Sie erinnern mich an geschmolzenen Stahl. Unbestimmte Abtrünnige, sagt einer der beiden Ferox. Er muss einer der Anführer sein, oder zumindest einer von denen, die keine Spritze verpasst bekommen haben. Ja, das sehe ich auch. Von dir, sagt sie und zeigt auf mich, habe ich nichts anderes erwartet. Der ganze Wirbel um deinen Eignungstest war mir von Anfang an verdächtig. Aber du, sie schüttelt den Kopf und blickt Tobias an. Du, Tobias, oder soll ich vor zu dir sagen? Du hast es geschafft, mich zu täuschen. Alles habe ich überprüft. Deine Testergebnisse, deine Simulationen während der Initiation, einfach alles. Trotzdem bist du hier. Sie legt die Hände zusammen und stützt ihr Kinn darauf. Könntest du mir vielleicht erklären, wie das kommt? Du bist doch das Genie, antwortet er kühl. Warum sagst du es mir nicht? Ihr Mund verzieht sich zu einem Lächeln. Ich vermute, dass du in Wahrheit zu den Altruan gehörst. Du bist weniger unbestimmt als andere. Sie lächelt, als würde ihr das ganze Spaß machen. Deine Kombinationsgabe ist verblüffend, ätzt Tobias. Du siehst mich sprachlos. Nun, da du allen klargemacht hast, wie intelligent du bist, kannst du endlich zur Sache kommen und uns töten. Tobias schließt die Augen. Immerhin gibt es noch einige Anführer der Altruan, die du aus dem Weg schaffen musst. Falls Tobias Bemerkung Janine verärgert hat, lässt sie es sich nicht anmerken. Wir haben keine Eile. Ihr beide seid aus einem ganz wichtigen Grund hier. Seht ihr, es hat mich verblüfft, dass die Unbestimmten gegen das von mir entwickelte Serum immun waren, also habe ich mich daran gemacht, es zu verbessern. Seit ich mit den Ferox zusammen arbeite, geht mir eine Frage nicht aus dem Kopf. Warum sind die meisten unbestimmten willensschwache und gottesfürchtige Nobodies von den Altruan? Warum ausgerechnet von ist es, den Verstand einer ganzen Armee zu manipulieren, weil es zu schwer ist, selbst eine aufzustellen? Ich bin doch nicht blöd, sagt Janine. Eine Fraktion, die nur aus Intellektuellen besteht, ist keine Armee. Aber wir haben es satt, von einer Bande selbstgefälliger Schwachköpfe regiert zu werden, die Wohlstand und Fortschritt ablehnen. Leider sind wir allein nicht dazu im Stande, dem ein Ende zu setzen. Eure Ferox Anführer kamen nur allzu bereitwillig meinem Wunsch nach uns zu unterstützen, als ich ihnen einen Platz in unserer neuen, besseren Regierung zusicherte. Besser, schnaubt Tobias. Ja, besser. Besser, weil sie eine Welt anstrebt, in der die Menschen in Wohlstand, Überfluss und Annehmlichkeit leben werden. Und auf wessen Kosten? Meine Stimme Er kommt doch nicht von ungefähr. Momentan liegen uns die Fraktionslosen auf der Tasche, ebenso wie die Altruan. Ich bin sicher, wenn erst die Überbleibsel eurer früheren Fraktion in die Armee der Ferox eingegliedert sind, werden auch die Kandor mit uns kooperieren. Und dann werden wir in dieser Sache endlich vorwärts kommen. In dieser Sache vorwärts kommen, wiederholt Tobias bitter. Täusch dich nicht. schuldigen könntest, wärst du jetzt vielleicht gar nicht in dieser misslichen Lage, Tobias. Dass ich in dieser Lage bin, ist deine Schuld. Und zwar von dem Augenblick an, als du diesen Angriff auf unschuldige Menschen organisiert hast. Unschuldige Menschen? Schon komisch, das ausgerechnet aus deinem Mund zu hören. Von Markes Sohn hätte ich erwartet, dass er weiß, wie wenig unschuldig einige dieser Leute sind. Sag ehrlich, wärst du nicht auch froh, wenn du erfahren würdest, dass dein Vater bei dem Angriff umgekommen ist? Nein, wäre ich nicht, antwortet Tobias Zähne knirschend. Zumindest ist er nicht so abgrundtief böse, dass er eine gesamte Fraktion manipuliert und sämtliche politischen Führer systematisch umzubringen versucht. Janine starrt ihn sekundenlang an, lange genug, dass meine Nerven bis zum zerreißen gespannt sind. Dann räuspert sie sich. Was ich sagen wollte. Bald werden Dutzende von Altuan mit ihren Kindern unter meiner Verantwortung stehen. Da ist es nicht gut, wenn eine große Zahl von ihnen womöglich unbestimmte sind, die man mit den Simulationen nicht kontrollieren kann. Deshalb musste ich eine neue Art von Simulation entwickeln, der gegenüber sie nicht immun sind. Ich musste meine eigenen Annahmen neu überdenken und da kommt ihr ins Spiel. Es stimmt, ihr seid willensstark. Ich kann euren Willen nicht kontrollieren, aber es gibt ein paar Dinge, die ich sehr wohl kontrollieren kann. Sie mustert uns. Ich lehne meinen Kopf an Tobias Schulter. Blut rinnt über meinen Rücken. Der Schmerz ist so hartnäckig, dass ich mich fast schon an ihn gewöhnt habe. Ich kann kontrollieren, was ihr seht und hört. Deshalb habe ich ein neues Serum entwickelt, das die Wahrnehmung eurer Umgebung verändert, sodass ich euren Willen lenken kann. Diejenigen, die uns nicht als Führer anerkennen, müssen überwacht und kontrolliert werden. Du wirst mein erstes Versuchskaninchen sein, Tobias. Was dich angeht, Beatrice, sie lächelt, du bist zu schwer verletzt, um mir von Nutzen zu sein. Deshalb ist deine Exekution am Ende dieses Treffens unvermeidlich. Ich versuche mir nicht anmerken zu lassen, dass mir bei dem Wort Exekution ein Schauer über den Rücken läuft. Meine Schulter brennt höllisch und es fällt mir schwer, die Tränen zurückzuhalten, als ich das Entsetzen in Tobias großen dunklen Augen sehe. Nein, sagt Tobias mit zittriger Stimme, aber sein Blick ist unerbittlich. Lieber sterbe ich. Ich fürchte, du hast in dieser Angelegenheit keine große Wahl, erwidert Janine leicht hin. Tobias nimmt mein Gesicht ungeschickt in seine Hände und küsst mich. Seine Lippen drängen sich zwischen meine. Für einen Augenblick vergesse ich den Schmerz und die Angst vor dem nahen Tod und ich bin einfach nur dankbar, dass die Erinnerung an diesen Kuss noch in mir lebendig sein wird, wenn ich sterbe. Dann lässt er mich los und ich muss mich halssuchend an die Wand lehnen. Lediglich die kurze Anspannung seiner Muskeln verrät ihn, als er plötzlich über den Tisch hechtet und Janine an die Gurgel geht. Es braucht gleich zwei Ferox, um ihn von Janine weg zu reißen und zu Boden zu stoßen. Einer von ihnen kniet auf Tobias Schultern, hält mit der Hand seinen Kopf fest und drückt sein Gesicht in den Teppich. Ich will Tobias zur Hilfe kommen, aber der andere Soldat schleudert mich gegen die Wand. Janine klammert sich an den Schreibtisch und holt keuchend Luft. Sie reibt sich den Hals, an dem Tobias Finger rote Male hinterlassen haben. Sie nimmt eine Schachtel aus setzt einer der Wachen mit den Ellbogen einen Schlag ins Gesicht. Der Mann lässt den Gewehrkolben auf Tobias Kopf niedersausen und Janine sticht die Nadel in seinen Nacken. Tobias sackt in sich zusammen. Ich stoße einen laut aus, ein ersticktes, raues Stöhnen, das nicht von mir, sondern von jemand anderem zu kommen scheint. Lass ihn los, sagt Janine heißer. Der sieht ganz anders aus als die schlaf wandelnden Ferox-Soldaten. Seine Augen sind hellwach. Er blickt sich kurz um, wirkt aber ein wenig verwirrt. Tobias, rufe ich, Tobias! Er kennt dich nicht, sagt Janine. Tobias dreht sich zu mir um. Mit zusammengekniffenen Augen kommt er auf mich zu, und ehe die Wache ihn aufhalten kann, umklammert er schon meinen Hals und drückt mir die Luftröhre ab. Ich ringe nach Atem, mein Gesicht läuft blutrot an. Die Simulation steuert ihn. Sie dreht einfach alles um, was er wahrnimmt, und schon verwechselt er Freund und Feind. Eine der Wachen zieht Tobias von mir weg. Ich schnappe keuchend nach Luft. Er ist verloren. Von der Simulation gesteuert wird er ab sofort die Menschen umbringen, die er noch vor drei Minuten als unschuldig bezeichnet hat. Der Vorteil dieser Simulation ist, dass er unabhängig handeln kann. Deshalb ist er viel wirkungsvoller als einer der stumpfsinnigen Soldaten. Sie betrachtet die Männer, die Tobias festhalten. Er wehrt sich gegen ihren Griff. Seine Muskeln sind angespannt, seine Augen fest auf mich gerichtet, aber er sieht mich nicht. Oder besser gesagt, er sieht mich anders als sonst. Schickt ihn in den Kontrollraum. Wir brauchen jemanden mit Verstand, der die Dinge überwacht. Und soweit ich weiß, hat er früher schon dort gearbeitet. Janine legt die Hände vor der Brust zusammen und bringt sie in Raum B13. Ein kurzer Wink von ihr und mein Ende ist besiegelt. Ich erwache im Dunkeln, zusammengekrümmt in einer Ecke. Der Fußboden, auf dem ich liege, ist glatt und kalt. Über mir flackert ein Licht, eine Glühbirne, sie leuchtet in mattem Blau. Ich bin eingeschlossen von einer Glaswand. Ich kann verschwommen mein Spiegelbild sehen. Um dieses Behältnis herum ist nicht viel Platz. Der Raum ist fensterlos, mit kahlen Betonwänden. Ich bin allein. Nein, nicht ganz. An einer Wand hängt eine Überwachungskamera. Neben meinen Füßen entdecke ich eine kleine Öffnung. Sie führt zu einem kleinen Rohr und dieses Rohr ist mit einem riesigen Tank in der Ecke des Raums verbunden. Das Zittern beginnt in meinen Fingerspitzen, breitet sich in meine Arme aus und bald bebe ich am ganzen Leib. Diesmal ist es keine Simulation. Mein rechter Arm ist taub. Als ich mich aufrichte, glitzert an der Stelle, an der ich gesessen habe, eine Blutlache. Ich darf jetzt den Kopf nicht verlieren. Wenn ich nicht aufgebe, dann wird jeder, der mich durch diese Kamera beobachtet, glauben, ich sei tapfer. Aber manchmal ist es tapferer, dem Tod ins Auge zu blicken, als zu kämpfen. Ich lasse mich gegen die Glasscheibe sinken und schluchze. Ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich möchte anders sterben. Nicht auf diese Weise. Schreien ist besser als weinen, also fange ich an zu schreien. Ich trete mit der Ferse gegen die Wand hinter mir. Meine Füße prallen ab, aber ich trete wieder zu. Ich trete und trete und trete und dann drehe ich mich zur Seite und werfe mich mit der linken Schulter gegen die Wand. Die Wucht ist so groß, dass die Wunde in meiner rechten Schulter anfängt zu brennen, als hätte mir jemand einen glühenden Schürhaken hineingestoßen. Wasser sickert auf den Boden des Tanks. Die Überwachungskamera bedeutet, dass sie mir zusehen. Nein, dass sie mich studieren, wie es nur die Ken tun. Sie wollen herausfinden, ob ich mich in der Wirklichkeit genauso verhalte wie in der Simulation. Sie wollen den Beweis, dass ich in Wirklichkeit feige bin. Ich öffne die Fäuste und lasse die Arme hängen. Ich bin nicht feige. Ich hebe den Kopf und blicke direkt in die Kamera. Wenn ich mich darauf konzentriere zu atmen, kann ich vergessen, dass ich gleich sterben werde? Ich starre in die Kamera, bis ich nur noch sie und nichts anderes sehe. Das Wasser umspült meine Knöchel, meine Waden, meine Schenkel. Es steigt über meine Fingerspitzen. Ich atme ein, ich atme aus. Das Wasser ist weich wie Seide. Ich atme ein, das Wasser wird meine Wunden waschen. Ich atme aus. Mein Körper wird vom Wasser hochgehoben. Anstatt mit den Füßen zu rudern, um an der Oberfläche zu bleiben, atme ich tief aus und lasse mich auf den Boden sinken. Das Wasser dämpft alle Geräusche. Ich spüre die Wellenbewegungen auf meinem Gesicht. Ich will meine Lungen volllaufen lassen, damit ich schneller sterbe. Aber ich bringe es nicht fertig. Luftblasen quellen aus meinem Mund. entspann dich. Ich schließe die Augen, meine Lungen stechen. Als ich jung war, hielt mich mein Vater über seinen Kopf und rannte mit mir, bis ich das Gefühl hatte, als würde ich fliegen. Ich denke daran, wie der Windhauch sich anfühlte und fürchte mich nicht mehr. Ich öffne die Augen. Vor mir steht eine dunkle Gestalt. Wahrscheinlich bin ich dem Tod schon sehr nah, wenn ich anfange, Trugbilder zu sehen. Meine Lungen tun weh. Es ist qualvoll, langsam zu ersticken. Eine Handfläche legt sich von außen gegen die Glasscheibe vor meinem Gesicht, und einen Augenblick lang meine ich durch das Wasser hindurch das Gesicht meiner Mutter zu erkennen. Dann höre ich einen dumpfen Knall und das Splittern von Glas. Durch ein Loch oben am Tank schießt das Wasser hinaus und die Scheibe Beatrice wir müssen fliehen. Sie legt meinen Arm um ihre Schulter und stellt mich auf die Füße. Sie ist gekleidet wie meine Mutter, sie sieht aus wie meine Mutter, aber sie hat ein Gewehr in der Hand und ihr entschlossener Blick ist mir völlig fremd. Ich stolpere neben mir her durch Glasscherben, durch Wasserpfützen, durch eine offene Tür. Neben der Tür liegen tote bewachen. Ich schlittere und rutsche auf den Fliesen aus, als wir den Gang so schnell entlang gehen, wie ich es auf meinen wackeligen Beinen kann. Sobald wir um die Ecke biegen, schießt meine Mutter auf zwei Soldaten, die am Ende des Korridors eine Tür bewachen. Die Kugeln treffen sie in den Kopf und sie sacken auf dem Fußboden zusammen. Meine Mutter drückt mich du warst eine Ferox. Ja, erwidert sie lächelnd. Aus ihrer Jacke macht sie eine Schlinge und legt sie mir um den Hals, damit ich meinen Arm hineinstecken kann. Und heute ist mir das zustatten gekommen. Dein Vater, Caleb und ein paar andere verstecken sich in einem Keller, da, wo die Nordstadt an Fairfield grenzt. Wir müssen zu ihnen. Es ist also wahr? Fassungslos starre ich sie an. Wie gut habe ich meine Mutter eigentlich gekannt? Sie hebt ihr Oberteil an, holt eine Waffe unter ihrem Hosenbund hervor und gibt sie mir. Dann streichelt sie mir über die Wange. Wir müssen los. Sie rennt zum Ende des Gangs und ich laufe hinterher. Wir befinden uns im Keller des Hauptquartiers der Altruan. Seit ich mich erinnern kann, hat meine Mutter hier gearbeitet. Deshalb überrascht es ehe sie mich aufgespürt hat. Woher wusstest du, wo du mich findest? Ich habe die Züge beobachtet, seitdem die Angriffe begonnen haben, sagt sie und blickt mich über die Schulter hinweg an. Ich wusste selbst nicht, was ich tun würde, wenn ich dich gefunden habe. Es ging mir nur darum, dich zu retten. Meine Kehle ist wie zugeschnürt, aber ich habe dich doch verraten. Ich habe dich verlassen. Du bist meine Tochter. Die Fraktionen sind mir egal. Sie schüttelt den Kopf. Schau, wohin sie uns geführt haben. Die Menschen können nicht auf Dauer gut sein. Über kurz oder lang befällt uns wieder das Böse und vergiftet unsere Herzen. Dort, wo der schmale Weg auf die Straße trifft, bleibt sie stehen. Mom, woher weißt du, was Patronenkammer und überprüft, wie viele Kugeln sie noch hat. Dann holt sie mehrere Patronen aus ihrer Tasche und lädt nach. Ich weiß es, weil ich selbst eine bin. Mir ist nur deshalb nichts zugestoßen, weil meine Mutter eine der Anführer der Ferox war. Am Tag der Bestimmung riet sie mir, die Fraktion zu verlassen und mir eine zu suchen, bei der ich sicher wäre. Ich entschied mich für die Altruan. Sie steckt eine Reservepatrone in die Tasche und richtet sich auf. Aber ich wollte, dass du deine Wahl aus freien Stücken triffst. Ich verstehe nicht, weshalb wir für die Anführer so gefährlich sind. Jede Fraktion will, dass ihre Mitglieder in einer ganz bestimmten Art und Weise denken und handeln. Und die meisten tun das auch. Den meisten Menschen fällt es nicht viele verschiedene Richtungen. Man kann uns nicht zwingen, nur in eine Richtung zu denken. Und das ängstigt unsere Anführer. Das heißt nämlich, dass man uns nicht kontrollieren kann. Und das heißt, egal was sie tun, wir werden ihnen immer Schwierigkeiten bereiten. Ich fühle mich, als hätte man mir neue Luft in die Lungen geblasen. Ich bin keine Altruan und keine Ferox. Ich bin mummelt meine Mutter und späht um die Ecke. Ich blicke ihr über die Schulter und sehe mehrere Ferox mit Gewehren, die sich im gleichen Takt bewegen. Sie kommen auf uns zu. Meine Mutter dreht sich um. Auch hinter uns marschieren Ferox im Gleichschritt in unsere Richtung. Sie nimmt mich an der Hand und schaut mir in die Augen. Geh zu deinem Vater und deinem Bruder. Die rechte Abzweigung dann nach unten in den Keller. Klopfe erst zweimal, dann dreimal, dann sechsmal. Sie nimmt mein Gesicht in die Hände. Ihre Finger sind kalt, ihre Handflächen rau. Ich werde sie ablenken. Lauf so schnell du kannst. Nein, ich schütte den Kopf. Ohne dich gehe ich nirgendwo hin. Sie lächelt. Sei tapfer, Beatrice. Ich ihre Waffe hoch und gebe drei Schüsse in die Luft ab. Die Ferox fangen an zu rennen. Ich husche über die Straße in eine schmale Gasse hinein. Ein Blick über die Schulter zeigt mir, dass niemand mir folgt. Meine Mutter feuert weiter. Die Wachen sind so sehr mit ihr beschäftigt, dass sie mich gar nicht bemerken. Dann höre ich eine Salve und drehe mich abrupt ab, den Stoff rot. Auch an der Schulter breitet sich ein großer Blutfleck aus. Ich kneife die Augen zu, aber das grausame Rot leuchtet auch hinter meinen Augenlidern. Sie stürzt auf die Knie mit schlaffen Armen. Dann fällt sie auf den Gehweg und bleibt zusammengekrümmt auf der Seite liegen, wie eine Flicken Puppe. Sie bewegt sich nicht. Sie atmet nicht. Ich presse habe gar nicht bemerkt, dass ich weine. Alles in mir schreit, dass ich zu ihr gehöre und zu ihr zurück muss, aber dann höre ich ihre Worte, die mir sagen, ich soll tapfer sein. Der Schmerz überwältigt mich. In mir bricht alles zusammen. Meine ganze Welt löst sich in einem einzigen Augenblick auf. Die Ferox drehen sich um wie Marionetten. Irgendwie komme ich wieder auf die Beine und fange an zu laufen. Drei der Soldaten verfolgen mich. Sie laufen im Gleichschritt ihr Tritt halt in der schmalen Gasse wieder. Einer von ihnen schießt. Ich schürfe mir dabei die Hände auf. Die Kugel trifft die Ziegelsteinmauer rechts von mir. Steinsplitter werden in alle Richtungen gesprengt. Ich hechte um die Ecke und stecke eine Kugel in den Lauf meiner Waffe. Sie haben meine Mutter getützt. Ich richte den Lauf auf die Straße und feuere blind links. Jetzt höre ich nur noch die Schritte eines einzigen. Ich halte die Waffe mit beiden Händen, bleibe am Ende der Straße stehen und ziele. Ich lege den Finger an den Abzug, aber ich drücke nicht ab. Der Soldat, der auf mich zuläuft, ist noch ein und völlig willenlos ist er immer noch Will. Er sieht mich an, stellt sich breitbeinig hin und zielt. In dem Moment, in dem sein Finger sich am Auslöser krümmt und die Patrone in die Trommel gleitet, schieße ich. Ich drücke die Augen zu und vergesse Luft zu holen. Die Kugel muss ihn in den Kopf getroffen haben, denn dorthin habe ich gezielt. Ohne die Augen zu öffnen, drehe ich mich um und torkele die Straße entlang. Ich bin nur einen Schritt von dem Gebäude entfernt, in dem sich alle befinden, die von meiner Familie noch übrig sind. An der Tür sinke ich auf die Knie, aber ich kann nicht anders. Ich presse die Stirn gegen die Wand und schreie. Nach ein paar Sekunden lege ich die Hand über den Mund und meine Schreie werden zu einem dumpfen schluchzen. Meine Waffe fällt polternd auf den Boden. Will oder ich, ich habe mich für mich entschieden, aber ich fühle mich so tot wie er. Ich klopfe an die Tür, zweimal, dann dreimal, dann sechsmal, so wie meine Mutter es gesagt hat. Die Tür geht auf und Caleb steht vor mir. Sein Anblick verblüfft mich. Auch er starrt mich ein paar Sekunden lang an, dann umarmt er mich. Der Raum ist schwach erleuchtet, aber ich sehe bekannte Gesichter, Nachbarn, Mitschüler von früher, Mitarbeiter meines Vaters, meinen Vater, der mich anschaut, als wäre ich ein Kalb mit zwei Köpfen und Marcus. Bei seinem Anblick muss ich an Tobias denken. Tobias. Nein, ich hatte ich Marm gefunden. Ich nicke. Ich möchte auch nicht an Marm denken. Meine Schulter, sage ich. Jetzt, wo ich in Sicherheit bin, schwindet das Adrenalin, das mich bisher angetrieben hat, aus meinen Adern und der Schmerz trifft mich mit voller Wucht. Ich falle auf die Knie. Das Wasser tropft von meinen Kleidern auf den Zement Boden. Ein Schluchzen steigt in mir auf, dass ich Luft machen will, aber ich unterdrücke es. Eine Frau rollt eine Matte aus. Sie war mit einem Ratsmitglied verheiratet, aber er ist nirgendwo zu sehen. Wahrscheinlich ist er tot. Jemand holt eine Lampe aus seiner Ecke, damit wir etwas mehr Licht haben. Caleb kramt einen Verbandskasten hervor und Susan bringt mir eine Flasche Wasser. Mein Vater kommt auf mich zu, er legt meinen Arm um seine Schulter und führt mich zu der Matte. Warum bist du so nass? fragt mich Caleb. Sie wollten mich ertränken. Wieso bist du hier? Ich habe getan, was du mir gesagt hast, was Mom gesagt hat. Ich habe das Simulationsserum untersucht und herausgefunden, dass Janine an Langzeittransmittern für das Serum arbeitet, damit das Signal weiter reicht als bisher. Dabei stieß ich auf Informationen über die Verbindungen zwischen den Ken und den Ferox. Egal, ich habe meine Ausbildung abgebrochen, als ich herausfand, was vor sich ging. Ich hätte dich gewarnt, aber es war schon zu spät. Ich kniee mich auf die Matte und Caleb schneidet mir an der Schulter mit einer chirurgischen Schere ein Loch in das T-Shirt. Er zieht den Stoffschreifen beiseite und sieht als erstes das Tattoo mit dem Zeichen der Altruan und danach die drei Vögel auf meinem Schlüsselbein. Caleb und mein Vater starren mit der gleichen Mischung aus Bewunderung und Entsetzen auf die beiden Tattoos, sagen jedoch kein Wort. Ich lege mich auf den Bauch. Caleb hält meine Hand, als mein Vater das Desinfektionsmittel aus dem Verbandskasten holt. Hast du schon jemals eine Kugel entfernt? frage ich ihn zittrig. Du würdest dich wundern, was ich alles kann, gibt er mir zur Antwort. Vieles, was meine Eltern können, würde mich wundern. Ich denke an Moms Tattoo und beiße mir auf die Lippe. Das wird jetzt wehtun, sagt er. Ich sehe nicht, wie er mich mit dem Messer schneidet, aber ich spüre es. Der Schmerz ist so wild, dass ich schreie, obwohl ich die Zähne zusammengebissen habe. Ich quetsche Caleb's Hand. Ich spüre, wie mein Vater mir mit dem Messer unter die Haut fährt und ich kann nicht aufhören zu schreien. Ich hab sie, sagt er. Mit einem Pling lässt er etwas auf den Boden fallen. Mein Vater säubert mit etwas Kaltem die Haut um meine Wunde. Jetzt wird genäht. Ich nicke. Er fädelt die Nadel ein, als hätte er es schon tausend Mal gemacht. Eins, sagt er, zwei, drei. Ich beiße die Zähne aufeinander, aber diesmal schreie ich nicht. Von allen Schmerzen, die ich heute erleiden musste, als ich angeschossen wurde, als ich fast ertrunken wäre, als die Kugel entfernt wurde, der Schmerz meine Mutter gefunden und wieder raken. Als mein Vater mit dem Nähen der Wunde fertig ist, schneidet er den Faden ab und legt einen Verband an. Caleb hilft mir, mich aufzusetzen. Er zieht sich sein langärmliches Hemd über den Kopf und reicht es mir. Darunter trägt er ein T-Shirt. Mein Vater hilft mir dabei, den bandagierten Arm durch den Ärmel zu buxieren. Den Rest schaffe ich allein. Das Hemd ist weit und weich und es riecht frisch, ganz so wie Caleb. So, sagt mein Vater leise, wo ist deine Mutter? Ich schlage die Augen nieder. Sie ist tot. Sie hat mir das Leben gerettet. Caleb schließt ihr Augen und holt Tiefluft. Einen Moment lang ringt mein Vater um Fassung, dann wendet er sich ab und nickt. Seine Augen sind feucht. stößt er hervor. Ein guter Tod. Wenn ich jetzt auch nur ein einziges Wort sage, breche ich zusammen und das kann ich mir nicht erlauben. Deshalb nicke ich einfach. Vater hilft mir aufzustehen. Es ist Zeit, es auch den anderen zu sagen. Meine Mutter hat mir aufgetragen, sie zu retten. Deshalb und weil ich eine Ferox bin, ist es meine Pflicht, die Initiative zu ergreifen. Aber ich weiß nicht, wie ich diese Verantwortung tragen soll. Marcus steht auf. Bei der Erinnerung, wie er mir in der Simulation mit dem Gürtel auf den Arm geschlagen hat, krampft sich mein Magen zusammen. Auf Dauer sind wir hier nicht sicher, sagt er. Wir müssen die Stadt verlassen. Es wird das Beste sein, wenn wir zu den Amite gehen, in der Hoffnung, dass sie uns Unterschlupf gewähren. Weißt du etwas von der Strategie der Ferox, Beatrice? Werden sie die ganze Nacht hindurch kämpfen? Es ist nicht die Strategie der Ferox. Es ist die, Ken. Die Ferox sind nur Befehlsempfänger. Befehlsempfänger? Wiederholt mein Vater. Was willst du damit sagen? Ich will damit sagen, dass 90% der Ferox im Moment wie Schlafwandler Ich bin nur deshalb diesem Schicksal entronnen, weil ich ich zögere, das Wort auszusprechen, weil die Gehirnwäsche bei mir nicht wirkt. Gehirnwäsche? Sie wissen also gar nicht, dass sie im Begriff sind, Menschen zu töten? fragt mich mein Vater fassungslos. Nein. Das ist entsetzlich. Markus schüttelt den Kopf. Sein mitfühlender Ton klingt in meinen Ohren gekünstelt. Wenn sie dann aufwachen und begreifen, was sie angerichtet haben, im Raum wird es still. Wahrscheinlich stellen sich alle vor, wie es wäre, ein Ferox zu sein. Plötzlich habe ich eine Idee. Wir müssen sie aufwecken. Was soll das heißen? fragt Markus. Wenn es uns gelingt, die Ferox aus der Simulation zu holen und sie herausfinden, was vor sich geht, werden sie höchst wahrscheinlich gegen die Ken rebellieren. Dann haben die Ken keine Armee mehr und die Altruan werden nicht länger sterben. Wir müssen an die Computer ran, die die Simulation lenken und sie zerstören. Programme, Daten, einfach alles. Leichter gesagt als getan, sagt Caleb. Sie können wer weiß wo sein. Wir können ja wohl schlecht bei den Ken auftauchen und überall herumschnüffeln. Sie sind ich zögere, denn mir ist etwas eingefallen. Janine, als sie Tobias wegbringen ließ, sagte sie, schickt ihn in den Kontrollraum. Der Kontrollraum, in dem Tobias arbeitet, dort, wo die Überwachungsbildschirme der Ferox stehen und ihre Computer. Natürlich, sie sind im Hauptquartier der Ferox. Die Abordnungen der Ken und der Ferox sind hier im Viertel der Altruan zusammengezogen. Wenn wir uns also von diesem Viertel weg bewegen, steigen unsere Chancen nicht mit ihnen zusammen zu treffen. Ich bin gar nicht erst dazu gekommen, meine Mitstreiter auszuwählen. Dass Caleb mich begleiten würde, lag auf der Hand, denn er weiß am besten über die Pläne der Ken Bescheid. Trotz meiner Proteste bestand Marcus darauf mitzukommen, weil er sich gut mit Computern auskennt. Und mein Vater tat so, als wäre es von Anfang an klar gewesen, dass er mitkäme. Ich schaue den anderen hinterher, wie sie in die entgegengesetzte Richtung aufbrechen, dorthin, wo es sicher ist, zu den Amitee. Dann drehe ich mich um, Richtung Stadt, Richtung Krieg. Wir aufgehende Sonne spiegelt sich in den hohen Glaswänden über der Grube und blendet mich. Ich halte mich am Türgriff fest. Gleich sind wir da. Wenn ich euch sage, springt, dann springt ihr, soweit ihr könnt. Springen? fragt Caleb. Wir sind sieben Stockwerke hoch, Beatrice. Nicht nach unten, sondern auf ein Dach. Dad, gleich ist es soweit, sage ich, und trete beiseite, damit er sich an die Kante stellen kann. Wenn er und Markus als Erste springen, kann ich es so einrichten, dass sie den kürzesten Weg haben. Caleb und ich sind jünger und können hoffentlich etwas weiterspringen. Ich muss es jedenfalls riskieren. Die Gleise machen eine Biegung und als wir gleich auf mit dem Hausdach sind, rufe ich spring! Mein Vater federt in den Knien und stößt sich ab. Ich warte nicht erst, ob er es geschafft hat. Ich gebe Markus einen Stoß und rufe spring! Mein Vater landet auf dem Dach, aber so dicht am Rand, dass mir verschreckt die Luft weg bleibt. Er setzt sich mitten auf den Kies. Ich schiebe Caleb vor mich. Er stellt sich an die Tür und springt, ohne dass ich es ihm sagen muss. Ich hole kurz Anlauf und springe aus dem Wagen, gerade als der Zug das Ende des Dachs erreicht. Für einen Sekundenbruchteil schwebe ich im Nichts. Dann lande ich hart mit den Füßen auf dem Zementboden und taumle nach vorn, weg von der Dachkante. Meine Knie brennen und vom Aufprall tut mir alles weh. Auch meine Schulter schmerzt wieder. Ich setze mich hin, hole tief Luft und schaue mich nach den anderen um. Ich gehe zur Dachkante. Hinter mir höre ich ihre schweren Schritte, als sie mir folgen. Der Wind pfeift über das Gebäude und bläst mein Hemd auf. Ich schaue in das dunkle Loch, sieben Stockwerke unter uns. Dann schließe ich die Augen und lasse mir den Wind ins Gesicht blasen. Am Boden ist ein Netz. Springt einfach. Ich drehe mich um und in der Drehung lasse ich mich fallen. Mit geschlossenen Augen stürze ich wie ein Stein in die Tiefe. Die Höhle ist leer und die Gänge verlieren sich im Dunkeln. Janine klang so, als wäre außer den Soldaten, die sie zurückgeschickt hat, die Computer zu bewachen, niemand mehr auf dem Gelände. Wenn wir diese Soldaten gefunden haben, dann haben wir auch die Computer gefunden. Hast du einen Plan, Beatrice? fragt mich mein Vater. Ja, es stimmt. Ich habe einen Plan, obwohl ich es bis zu diesem Moment nicht ahnte. Ich weiß nicht, ob er funktionieren wird, aber ich kann zumindest von drei Dingen ausgehen. Erstens, auf dem Gelände befinden sich Ich bin wild entschlossen, ihnen das Handwerk zu legen. Wir gehen durch den Gang, der zur Grube führt. Alle paar Schritte brennt ein Licht. Als wir in den ersten Lichtkegel treten, höre ich einen Schuss und lasse mich zu Boden fallen. Jemand muss uns gesehen haben. Ich krieche zur nächsten dunklen Stelle. Der Schuss blitzte direkt an der Tür auf, die in die Grube führt. Alle Ich laufe an die Seite der Grube. Direkt unter den Lampen ist ein schmaler, dunkler Schattenstreifen. Wenn ich dicht an der Wand entlang gehe, kann ich mich unbeobachtet zu der Stelle schleichen, von der aus auf uns geschossen wurde, und den Angreifer überrumpeln, ehe er mir eine Kugel in den Kopf schießt. Hoffe ich jedenfalls. Den Rücken an die Wand gepresst, laufe ich seitwärts, einen Fuß über den anderen setzend, und versuche im Halbdunkel etwas zu erkennen. Wieder zerreißt ein Schuss die Stille. Ich bin an der letzten Lampe angekommen und bleibe einen Moment stehen, damit sich meine Augen an das Licht gewöhnen. Einen direkten Kampf kann ich kenne, genauso wie die lange schmale Nase. Es ist Peter. Die Kälte kriecht von außen bis in mein Innerstes. Seine Miene ist wach und angespannt. Er ist also kein Schlafwandler. Er blickt sich um, aber er sieht mich nicht. Seine Haltung nach zu urteilen, hat er nicht vor, mit uns zu verhandeln. Er wird uns ohne viel aufhebens abknallen. Ich fahre Schrei aus und hält sich beide Hände vors Gesicht. Die Anspannung verleiht mir neue Kräfte und als er blinzelt, trete ich ihm in die Rippen. Er fällt auf die Knie, seine Waffe rutscht auf den Boden. Ich nehme sie und drücke ihm den Lauf an den Kopf. Er hebt den Kopf. Ich lade die Waffe und blicke ihn mit hochgezogener Augenbraue an. Die Anführer der Ferox, sie haben meine Aufzeichnungen ausgewertet und mich von den Simulationen ausgenommen. Weil sie herausgefunden haben, dass dir das Töten nichts ausmacht und du auch im wachen Zustand ohne mit der Wimper zu zucken ein paar hundert Menschen töten würdest. Das ist vernünftig. Ich stoße ihm den Lauf an den Kopf. Wo sind die Computer, die Simulationen sein Schrei halt durch die Gänge. Blut schießt aus der Wunde, er schreit weiter und drückt die Stirn auf den Boden. Ich halte die Waffe wieder an seinen Kopf und ignoriere das Schuldgefühl, das sich in mir breit macht. Jetzt, wo du dein Fehler eingesehen hast, gebe ich dir noch eine Chance, mir zu sagen, was ich wissen muss, ehe ich woanders hinschieße. Nimm mich mit, stöhnt er. Ich soll dich mitnehmen? Dich, der Dich soll ich mitnehmen? Ja, sonst erfährst du nicht, was du wissen wirst. Es hört sich an, als hätte ich die Wahl, aber die habe ich nicht. Jede Minute, die ich hier mit Peter verplempere, während der ich daran denke, wie er mich in meinen Albträumen verfolgt und was er mir angetan hat, sterben weitere Altruan von der Hand einer hirnbetäubten Ferox-Armee. Na gut, sage ich schließlich und verschlucke mich beinahe daran. Na gut. Hinter mir höre ich Schritte. Ich packe die Waffe fester und blicke über die Schulter. Mein Vater und die anderen kommen auf uns zu. Mein Vater zieht sein langärmeliges Hemd aus. Darunter trägt er ein graues T-Shirt. Er bückt sich neben Peter, umwickelt Du willst, dass er geht? fragt Caleb. Bist du noch bei Trost? Habe ich ihm etwa ins Bein geschossen? Er kann gehen. Wohin Peter? Caleb hilft Peter aufzustehen. Zum Glas Haus, sagt er ächzend. Siebter Stock. Er führt uns durch die Tür. Ich laufe in Richtung Fluss, der unter uns donnert, hin zu dem blauen Licht in der Grube, die jetzt so leer da liegt, wie ich sie noch nie gesehen habe. Was gibt dir das Recht, auf jemanden zu schießen? fragt mein Vater hinter mir. Wir kommen am Tattoo-Studio vorbei. Ich steige weiter nach oben. Meine Wangen glühen. Am Fuße der Metallleiter, die zur Glasdecke hinaufführt, halte ich inne und beobachte das Licht, das die Sonne auf die Wände wirft. Ich warte, bis ein Schatten über die Wand huscht und zähle, bis der nächste Schatten erscheint. Die Wachen drehen alle eineinhalb Minuten ihre Runden, dann bleiben sie zwanzig Sekunden lang stehen, ehe sie weitergehen. Dort oben sind bewaffnete Männer. Wenn sie mich sehen, werden sie mich töten, sage ich leise zu meinem Vater und blicke ihm fest in die Augen. Soll ich sie gewähren lassen? Er starrt mich ein paar Sekunden lang an. Geh, sagt er dann, und Gott sei mit dir. Ich steige vorsichtig die Leiter hoch und verhaare geduckt auf der letzten Stufe. Ich beobachte, wie sich die Schatten bewegen und als einer von ihnen stehen bleibt, strecke ich den Kopf heraus, ziele und schieße. Doch ich treffe den Wachmann nicht. Die Kugel zerschmettert die Glasscheibe hinter ihm. Ich schieße wieder und gehe in Deckung, als die Geschosse um mich herum mit einem scharfen Pling einschlagen. Eine Wache ist bereits außer Gefecht. Ich atme tief durch, klammere mich mit der Hand an die Glasdecke und richte meine Aufmerksamkeit auf mein nächstes Ziel. Ich reiße die Waffe hoch und lege auf den Wachmann an, der angerannt kommt. Die Kugel trifft ihn in den Arm. Er lässt sie fallen und schlittert über den Boden. Ich zittere wie Espenlaub, als ich durch das Loch in der Decke steige und mir die Waffe schnappe, ehe der Mann sie wieder zu fassen kriegt. Meine Kugel zischt an meinem Kopf vorbei, so dicht, dass sich meine Haare bewegen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht reiße ich den rechten Arm herum und feuere dreimal hinter mich. Wie durch ein Wunder trifft ein Schuss den Wachmann. Vor mir taucht ein weiterer Wachmann auf. Ich lege flach auf den Bauch und ziele, die Arme auf gehen. Er ist ein Unbestimmter. Alles klar, sage ich knapp. Er zieht sich in den Raum mit den Angst Landschaften zurück und ist verschwunden. Den rechten Arm an die Brust gepresst stehe ich auf. Ich habe eine Art Tunnelblick. Ich mache weiter und weiter und weiter. Ich werde nicht anhalten, werde an nichts anderes denken können, bis ich an meinem Ziel angekommen bin. Ich drücke sage ich und deute mit dem Kopf auf Peter. Pass auf, dass uns niemand folgt. Ich gehe zu einer der Wachen und nehme seine Waffe an mich. Ich vermeide es, einen Blick auf die Schusswunde zu werfen. Mein Herz klopft. Ich schleppe mich nach rechts zu den Aufzügen. Siebter Stock. Als sich die Fahrstuhltüren schließen, lehne ich den Kopf an die Glaswand und höre auf die Pieptöne. Danke, dass du Caleb beschützt hast, fängt mein Vater an. Beatrice, ich. Der Aufzug hat den siebten Stock erreicht und die Türen gehen auf. Zwei Wachen erwarten uns, mit gezückten Waffen und ausdruckslosen Gesichtern. Als die Schüsse krachen, lasse ich mich auf den Bauch fallen. Ich höre, wie die Geschosse auf Glas treffen, beide Wachen sacken zu Boden. Mein Vater steht über ihnen, die Waffe weit von sich gestreckt. Ich rapple mich auf. Aus dem linken Gang kommen Soldaten im Laufschritt. Die Einförmigkeit ihrer Schritte lässt darauf schließen, dass sie ferngesteuert sind. Ich könnte den Gang rechts nehmen, aber wenn die Wachen von links kommen, dann stehen sicherlich dort die Computer. Ich lasse mich wieder auf den Boden fallen zwischen die beiden Wachen, die mein Vater soeben erschossen hat, und liege ganz still. Plötzlich springt mein Vater aus dem Fahrstuhl und rennt nach rechts. Er will die Ferox von mir weglocken. Ich halte mir die Hand vor den Mund, um nicht laut zu schreien. Irgendwann hat der Gang ein Ende. Was dann? Ich vergrabe den Kopf in den Einer von ihnen zielt schon auf seinen Magen und drückt ab. Ich spüre sein gequältes Stöhnen fast körperlich. Er sackt gegen die Wand und schießt noch einmal und noch einmal. Die Wachen werden von der Simulation gelenkt. Sie laufen weiter, auch wenn sie getroffen werden. Sie laufen, bis ihr Herz stehen bleibt. Aber sie kommen nicht bis zu meinem Vater. Noch ein Schuss Wir sehen uns an, sind uns so nahe, als gäbe es die Entfernung zwischen uns beiden nicht. Er macht den Mund auf und will etwas sagen, doch dann sackt sein Kinn auf die Brust und die Spannung weicht aus seinem Körper. Meine Augen brennen, ich bin zu schwach, um aufzustehen. Es riecht nach Schweiß und Tränen und mir wird schlecht. Ich möchte den Kopf aufwachen. Aber in jeder Sekunde, die ich verschwende, stirbt ein Altruan. Ich muss die Simulation stoppen. Ich zwinge mich aufzustehen, taumle den Gang entlang und biege dann nach rechts. Vor mir ist eine Tür. Ich stoße sie auf. Über die gesamte Wand reihen sich Monitore, jeder einen Fuß hoch und einen Fuß breit. Es sind Dutzende. Auf jedem ist ein anderer Teil der Stadt zu sehen. Auf einem der Bildschirme läuft ein Programm Text. Die Zeilen rasen schneller über den Bildschirm, als ich lesen kann. Es ist die Simulation, die Übertragung des Programmcodes, eine komplizierte Liste von Befehlen, die auf tausend Eventualitäten reagieren und sie steuern. Vor dem Bildschirm stehen ein Stuhl und ein Tisch und auf dem Stuhl sitzt ein Soldat der Ferox. Tobias! Tobias dreht den Kopf und schaut mich aus seinen dunklen Augen an. Dann steht er auf und legt seine Waffe auf mich an. Waffe fallen lassen. Tobias, beschwöre ich ihn, du befindest dich in einer Simulation. Lass die Waffe fallen oder ich schieße. Janine hat sie hat auch gesagt, dass die Simulation Tobias Freunde zu seinen Feinden machen würde. Wenn er muss, dann wird er auf mich schießen. Ich lege das Gewehr vor mich auf den Boden. Lass sie Waffe fallen, schreit Tobias. Das habe ich. Eine leise Stimme in meinem Kopf flüstert mir immer wieder zu, dass er mich nicht hören kann, dass er mich nicht sehen kann, dass er mich nicht kennt. Meine Augen brennen wie Feuer. Ich kann doch nicht einfach stehen bleiben und darauf warten, dass er mich erschießt. Ich stürze auf ihn zu und packe ihn am Handgelenk. Ich spüre, wie sich seine Muskeln spannen, als er den Abzug drückt und ich kann mich gerade noch rechtzeitig ducken. Die Kugel schlägt in der Wand hinter mir ein. Atemlos versetze ich ihm einen Tritt in die Rippen und drehe ihm den Arm auf den Rücken. Er lässt die Waffe fallen. Im Kampf kann ich Tobias nicht besiegen. Sophie steht fest. Aber es geht um die Computer. Die muss ich zerstören. Ich bücke mich nach der Waffe, aber ich weiß gar nicht, was ich mit hier anfangen soll. Ich kann nicht auf ihn schießen. Ich kann nicht, ich kann nicht, denn irgendwo in ihm ist noch der alte Tobias. Er zerrt mich an den Haaren zur Seite. Ich greife hinter mich und bekomme sein Handgelenk zu fassen, aber er ist zu stark. Ich knalle mit der Stirn gegen die Wand. Tobias flehe ich ihn an. Hat sich sein Griff gelockert? Ich rolle herum und versetze ihm aus dem liegen heraus einen Tritt, meine Ferse trifft sein Bein. Sobald mein Haar seinem Griff entgleitet, rutsche ich zur Seite, schnappe mir die Waffe und umklammere mit den Fingerspitzen das kalte Metall. Ich drehe mich auf den Rücken und richte die Mündung auf ihn. Tobias, ich weiß, irgendwo in dir steckt noch der alte Tobias. Aber wenn es so wäre, dann würde er jetzt nicht auf mich zukommen, um mich umzubringen. Mein Kopf dröhnt, ich stehe auf. Tobias, bitte, bitte, schau mich an. Er kommt auf mich zu, meine Hand mit der Waffe zittert. Schau mich an, Tobias, bitte. Selbst wenn er so finster schaut wie jetzt, ist sein Blick nachdenklich. Ich bringe es nicht fertig, ihn zu töten. Ich drehe die Waffe und drücke sie Tobias in die Hand. Er hält mir den Lauf an die Stirn. Ich habe aufgehört zu weinen. Die Luft streicht kalt über meine Wangen. Ich strecke die Hand aus und lege sie auf seine Brust, damit ich seinen Herzschlag spüre. Wenigstens sein Herz schlägt noch so wie früher. Er spannt den Abzug. Vielleicht macht es mir ja nichts aus, wenn er mich erschießt, so wie in meiner Angstlandschaft, wie in meinen Träumen. Ich stehe still und warte ab. Kann ich Vergebung erhoffen für das, was ich alles getan habe? Ich weiß es nicht. Bitte. Der Schuss kommt nicht. Warum erschießt Tobias mich nicht? Ich spüre, wie sein Herz an meiner Hand pocht und mein eigenes Herz macht einen Satz. Er ist ein Unbestimmter. Er kann gegen die Simulation ankämpfen, gegen jede Simulation. Tobias, ich bin es. Ich wage einen Schritt auf ihn zu und umarme ihn. Sein ganzer Körper ist verkrampft. Sein Herz schlägt schneller. Ich spüre es an meiner Wange. Es pocht. Und dann höre ich ein zweites pochen, das der Waffe, die auf den Boden fällt. Er packt mich dort, wo die Kugel gesteckt hat. Ich schreie auf, als er mich an sich zieht. Vielleicht will er mich auf noch grausamere Art und Weise töten. Tschüss. Seine Augen sind voller Tränen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Tobias einmal weinen sehen würde. Ich lehne mich an ihn und er hält mich fest. Wie hast du das gemacht? frage ich ihn. Ich weiß es nicht. Ich habe nur deine Stimme gehört. Nach ein paar Sekunden fällt mir wieder ein, weshalb ich hierher gekommen bin. Ich reiße mich von ihm los und wische mir mit dem Handrücken die Wangen trocken. Dann schaue ich auf die Monitore. Einer von ihnen zeigt den Trinkbrunnen. Jetzt weiß ich, weshalb Tobias damals, als ich ihm so deutlich zu verstehen gab, was ich von den Ferox halte, ständig auf eine bestimmte Stelle an der Wand geschaut hat. Entsässlich und heimtückisch, aber auch unglaublich. Auf einem der Monitore sehe ich eine Bewegung. Das Bild zeigt meinen Bruder, Marcus und Peter im Erdgeschoss. Sie sind umringt von Ferox, alle schwarz gekleidet, alle bewaffnet. Tobias, schnell! Er läuft zu dem Bildschirm und tippt auf die Tasten. Ich kann nicht sehen, was gegeben habe. Er hält sie vor sich, als wolle er damit schießen. Ich beiße mir auf die Lippen. Schieß nicht! Tobias drückt noch ein paar Mal auf den Bildschirm und tippt irgendwelche Buchstabenfolgen ein. Schieß nicht! Ein heller Blitz ist zu sehen. Er kommt aus dem Lauf einer Waffe. Ich halte den Atem an. Alle drei, mein Bruder, Marcus und Peter liegen auf dem Boden und halten sich die Arme schützend über den Kopf. Sie bewegen sich, also leben sie noch. Die Soldaten umringen sie. Mein Bruder ist ein grauer Fleck inmitten von schwarz. Tobias! sage ich drängend. Er drückt ein weiteres Mal auf die Tasten und im Erdgeschoss erstarrt alles. Nach ein paar Sekunden beginnen sich die Ferox zu bewegen. Sie drehen den Kopf von rechts nach links, dann lassen sie ihre Waffen fallen. Ihre Münder bewegen sich, sie scheinen zu schreien, sie schubsen sich gegenseitig, einige von ihnen fallen auf die Knie, nehmen den Kopf zwischen die Hände und schaukeln vor und zurück, vor und zurück. Der Druck auf meiner Brust weicht und die Anspannung fällt von mir ab. Mit einem Seufzer sinke ich auf den Bildschirmen beobachte ich die Hektik, die überall ausbricht, wie es wohl draußen auf den Straßen aussieht. Ich lasse den Blick über die Monitore schweifen, auf der Suche nach dem, der das Viertel der Altuan zeigt. Ganz unten in der Ecke ist er. Das sind Ferox zu sehen, die aufeinander schießen, die miteinander ringen, die laut schreien, es ist das reinste Chaos. Schwarzgekleidete Männer und Frauen stürzen zu Boden, andere rennen in alle Richtungen davon. Ich hab's. Tobias hält die Festplatte des Computers in die Höhe. Es ist ein kleines Metallkästchen, so groß wie eine Handfläche. Er gibt es mir und ich stecke es in meine hintere Hosentasche. Wir müssen weg. Ich deute auf den rechten Bildschirm und stehe auf. Ja, das müssen wir. Er legt mir den Arm um die Schulter. Komm. Zusammen verlassen wir den Raum. Draußen muss ich sofort wieder an meinen Vater denken. Ich will es nicht, aber ich schaue trotzdem zu der Stelle, wo er liegt. Er liegt nicht weit weg vom Fahrstuhl auf dem Boden. Mir entfährt ein Entsetzensschrei. Ich kann ihn einfach nicht unterdrücken. Ich drehe mich weg, ich schmecke Galle und und atme durch den Mund, damit ich das Blut nicht rieche. Ich presse die Hand auf die Lippen, damit ich nicht schluchze. Noch fünf Sekunden. Fünf Sekunden Schwäche, dann stehe ich auf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich nehme kaum wahr, was um mich herum vor sich geht. Da ist ein Fahrstuhl, ein Raum mit gläsernen Wänden. Ein kalter Luftzug, schreiende, schwarz gekleidete Ferox. Ich schaue mich nach Caleb um, aber ich finde ihn nirgends. Erst als wir hinaus ins Sonnenlicht treten, sehe ich ihn. Er läuft auf mich zu und ich taumle ihm entgegen. Er drückt mich fest an sich. Dad, fragt er. Ich schüttle den Kopf. Über Calebs Schulter hinweg sehe ich Tobias. Er hält abrupt inne, als er vergessen habe, ihn zu warnen. Marcus geht auf Tobias zu und nimmt ihn in die Arme. Tobias wird stocksteif. Statt die Begrüßung zu erwidern, lässt er die Arme schlaff herabhängen. Seine Mine ist ausdruckslos. Aber ich sehe, wie sein Adams Apfel auf und ab hüpft und wie sein Blick starr gerade ausgeht. Sohn, seufzt Marcus. Tobias zuckt bei dem Wort zusammen. Hey! Ich mache mich von Caleb los. Ich weiß noch genau, wie weh der Gürtel hieb getan hat. Entschlossen stelle ich mich zwischen die beiden und schubse Marcus zurück. Hey! Lass ihn in Ruhe! Ich fühle Tobias Atem in meinem Nacken. Er geht heftig und stoßweise. Halt dich von ihm fern! zische ich. Beatrice, was tust du da? fragt Caleb. Triss, sagt Tobias. Nicht alles in den Berichten der Ken war gelogen, sage ich scharf. Wovon redest du? fragt Marcus ruhig. Ich weiß nicht, was man dir erzählt hat, Beatrice, aber ich habe dich nur deshalb noch nicht erschossen, weil er derjenige ist, dem es zusteht. Halte dich von ihm fern, oder ich überlege es mir anders. Tobias hält meine Arme fest und Blick stand und ich kann mir nicht helfen, für mich sind seine Augen schwarze Höhlen, so wie in Tobias Angstlandschaft. Dann blickt er weg. Wir müssen gehen, Tobias Stimme ist unsicher, der Zug wird jeden Augenblick kommen. Wir warten neben den Gleisen auf den Zug. Nach ein paar Minuten nimmt Tobias mich hoch, weil ich meine Füße nicht mehr spüre. Ich lehne den Kopf an seine Schulter und atme den Geruch seiner Haut ein. Seit er mich in der Grube vor meinen Angreifern gerettet hat, verbinde ich seinen Geruch mit Sicherheit. Solange ich ihn rieche, solange fühle ich mich sicher. Aber in Wahrheit werde ich mich nicht sicher fühlen, solange Peter und Marcus bei uns sind. Ich versuche sie nicht zu beachten, aber ich spüre ihre Anwesenheit, so wie ich ein Tuch über meinem Kopf spüren würde. Das Grausame an meiner Lage ist, dass ich mit Menschen unterwegs bin, die ich hasse, während ich die Menschen, die ich liebe, tot zurücklassen muss. Der Zug kommt und Tobias lässt mich wieder los, damit ich aufspringen kann. Ich ziehe mich ganz in den Waggon und setze mich an die Wand. Caleb sitzt mir gegenüber, Tobias neben mir. Zusammen schirmen sie mich vor Marcus und Peter ab, vor meinen Feinden, vor seinen Feinden. Der Zug fährt eine Kehre und ich sehe die Stadt hinter uns verschwinden. Sie wird immer kleiner und kleiner, bis irgendwann die Gleise enden und die Wälder und Felder vor uns liegen. Tobias drückt mich an sich. Wir winkeln die Knie an und schmiegen die Köpfe aneinander, sodass wir einen Raum ganz für uns alleine haben und die, die uns stören, außen vor lassen. Seine Lippen berühren meine, als er spricht. Ich muss dir etwas sagen, beginnt er. Ich fahre mit den Fingerspitzen über die Linien seiner Hand und warte darauf, dass er weiter redet. Ich bin vielleicht in dich verliebt. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht, aber ich ist sehr rücksichtsvoll von dir, sage ich schmundzend. Wir sollten uns sofort Stift und Papier suchen, damit du eine Liste oder eine Übersicht oder sonst etwas machen kannst. Ich spüre sein Lachen an meiner Wange, seine Nase, die meine Wange streift, und seine Lippen, als er mich hinter dem Ohr küsst. Vielleicht weiß ich es ja schon längst und möchte dir nur keine Angst einjagen. Ich muss lachen. Du solltest mich inzwischen besser kennen. Also gut, sagt er, ich liebe dich. Ich küsse ihn, während der Zug in eine unsichere, unbekannte Zukunft fährt. Die Altruan und die Ferox gibt es nicht mehr. Ihre Mitglieder sind in alle Winde zerstreut. Wir leben jetzt wie die Fraktionslosen. Ich weiß nicht, wie das Leben ohne eine Fraktion sein wird. Ich komme mir verloren vor, wie ein Blatt, das vom Baum fällt und keinen Halt mehr hat. Wir sind verlorene Seelen. Ich habe kein Zuhause, kein Ziel, nur Ungewissheit. Ich bin nicht mehr Beatrice, die selbstlose Altruan und auch nicht Triss, die furchtlose Ferox. Ich glaube, ich muss jetzt mehr sein als beide zusammen.